Also Sie sehen ja, es sind noch Plätze frei. Ich sitze da alleine in der ersten Reihe, da fühle ich mich ganz einsam. Also kommen Sie ruhig ein bisschen nach vorne, dann sehen Sie auch besser und hören Sie auch besser und dann würden wir gerne so in einer Minute oder zwei beginnen. Alle wollen hinten sitzen bleiben, verstehe ich gar nicht. Na gut, so ist das eben. Kleine Ankündigung von meiner Seite aus. Vielleicht haben Sie es gesehen, vielleicht sind Sie daran vorbeigelaufen an den Schildern. Und Sie sehen es ja auch, dort steht eine Kamera, zwei Kameras sogar. Es wird heute gefilmt, es wird fotografiert und dem müssen Sie zustimmen. Wenn Sie jetzt sitzen bleiben, haben Sie zugestimmt. Wenn Sie das nicht möchten, müssen Sie im Lauf des Tages so machen oder so. Aber ich glaube, wer zu einem Kongress geht, zu einer Veranstaltung, der weiß das auch. Ich weise Sie nur aus Datenschutzgründen ausdrücklich darauf hin. Das muss man ja heutzutage machen. Also guten Morgen nochmal von meiner Seite aus. Mein Name ist Michael Brocker. Ich bin Journalist, arbeite in Köln, komme gerne und zurzeit relativ häufig nach Berlin, freue mich sehr über diese Einladung. Ich arbeite dort in Köln beim Radio, bei WDR 5, was ein Wortprogramm ist, wo auch immer im Grunde genommen Themen Natur, Jagd, Ökologie immer wieder angesprochen werden. Insofern sind mir manche Argumente und manche Punkte in der Vorbereitung der heutigen Veranstaltung begegnet, andere nicht. Aber das ist ja das Spannende an solchen Kongressen, dass man hoffentlich jedenfalls mit neuen Argumenten konfrontiert wird. Und im Lauf des Tages haben wir ja nun wirklich ein sehr sportliches Programm mit vielen Vorträgen, mit vielen Diskussionen. Und eins darf ich schon mal ankündigen. Wir setzen auf Sie. Wir setzen auf Sie mit Ihrer Expertise, mit Ihren Fragen und Diskussionsbeiträgen. Bei allen Vorträgen und natürlich auch heute Nachmittag bei der Podiumsrunde gibt es die Möglichkeit für Sie, Ihre Fragen zu stellen, Ihre Punkte vorzubringen, damit wir ein möglichst großes Hin und Her haben, möglichst viel Interaktivität. So, das reicht jetzt aber an Vorspruch meinerseits. Und dann wollen wir ins Thema reingehen. Und dadurch darf ich Dr. Volker Böning begrüßen, den Präsident des Deutschen Jagdverbandes. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind mit Ihrem ersten Grußwort an dieser Stelle. Gerne einen Applaus von Ihnen. Ja, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Dr. Rottmann, wir freuen uns, dass Sie pünktlich hier bei uns erschienen sind. Sie hatten es ja fußläufig sozusagen, um die Ecke vom Ministerium hier zu uns zu kommen. Aber auch da muss man ja erst mal pünktlich sein. Und deswegen herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns auch dann einige Ausführungen machen werden. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier im Saal und heute muss ich dann auch sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Tagung heute, Zukunft für Wald und Wild des Deutschen Jagdverbandes. Ich glaube, wir haben einen kleinen Fehler gemacht, dass wir bekannt gegeben haben, dass wir das auch im Livestream übertragen. Denn von den angemeldeten Leuten ist laut Rückmeldung der ein oder andere dann zu Hause geblieben, weil er die Möglichkeit hat, das auch zu Hause zu sehen. Also beim nächsten Mal werden wir das dann hinterher sagen, dass wir auch filmen. Die dramatische Situation der Wälder in Deutschland macht uns allen deutlich, wie wirklich notwendig der Waldumbau ist und damit auch der Erhalt des Waldes. Dürre, Birken, also Borkenkäferfraß und Waldbrände haben große Waldbestände vernichtet, wissen Sie besser auch als ich. Betroffen sind ganz besonders die Altersklassenwälder, in denen Nadelholz dominiert. Wälder, die aus unterschiedlichen alten Bäumen und verschiedenen Baumarten bestehen, sind deutlich robuster. Ein funktionierendes Ökosystem ist letztlich die unerlässliche Basis für den Erhalt des Waldes, für den Erhalt seiner Schutzfunktion und für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Naturnah zu wirtschaften bedeutet aber auch zu akzeptieren, dass Wildtiere natürlicher Bestandteil des Waldes sind. Dazu gehören selbstverständlich auch die Schalenwildarten wie Hirsch und Reh. Der Wald ist und bleibt Lebensraum für Wildtiere. Er bietet Nahrung und Schutz. Wildtiere und Wald gehören untrennbar zusammen. Die altbekannte Forderung Wald vor Wild entbehrt der biologischen Logik und widerspricht einem modernen, zielführenden Wildtiermanagement. Vorgänge in der Natur sind komplex und werden von vielen Faktoren gleichzeitig beeinflusst. Ebenso verhält es sich mit der Entstehung von Wildschäden. Notwendig ist die objektive Analyse der Faktoren, die Schäden verursachen. Notwendig ist ein vernünftiges Lösungskonzept. Das bedeutet ein gemeinsames planerisches Vorgehen, das Wald und Offenland einschließt. Die Lösung liegt in einer wildökologischen Raumplanung. Die heutige Tagung liefert dazu Denkansätze und praktische Hinweise. Ich möchte zum Schluss an alle Akteure und insbesondere an die politischen Entscheidungsträger einen Appell richten. Lassen Sie uns miteinander planen und agieren, damit Lebensräume und Wildtiere erhalten bleiben und es auch eine Zukunft für Wald und Wild gibt. Ich wünsche uns jetzt eine interessante Veranstaltung, aufschlussreiche Vorträge, eine spannende Podiumsdiskussion und gebe zurück an den Moderator. Ich bedanke mich, dass Sie zugehört haben. Applaus Vielen Dank und ich setze natürlich auch auf Sie mit Ihren Wortbeiträgen später dann bei den Vorträgen und bei der Diskussion. Ja, egal welches Thema man bespricht in diesen Tagen, man tut gut daran, in Berlin zu sein. Vor allen Dingen, wenn es so zentral ist wie jetzt hier dieses Hotel, weil jedes Thema natürlich damit zu tun hat, was macht denn der Bundestag damit? Was macht die Bundesregierung damit? Wie positioniert sich die Bundesregierung zu all diesen Themen, die wir gerade schon angerissen bekommen haben? Und deswegen sind wir in der Tat sehr froh, die Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft begrüßen zu dürfen, Dr. Manuela Rottmann. Herzlich willkommen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident Dr. Böning, sehr geehrte Damen und Herren hier und in der Ferne, vielen Dank für die Einladung. Dass ich mich intensiv mit der Jagd beschäftige, seitdem ich die Zuständigkeit für Wald- und Jagdthemen mit übernommen habe im Ministerium, merke ich immer daran, dass meine Schafkopf-App mir regelmäßig Werbung anbietet, den Jagdschein in 15 Tagen zu machen. Ich glaube aber, Jagd ist mehr als ein Jagdschein in 15 Tagen. Es ist ein wirklich anspruchsvolles Handwerk und ich glaube, es wird immer anspruchsvoller. Wir wissen immer mehr, wir lernen immer mehr über Wildtierökologie, über die Anforderungen des Tierschutzes in der Jagd. Und dem gerecht zu werden, braucht mehr, denke ich, als ein Jagdschein. Es braucht viel Erfahrung. Erfahrung sammelt man nur mit Zeit. Es braucht viel eigenes Engagement und auch Bereitschaft, immer wieder zu lernen. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass die Jagdverbände selber sich in die Diskussion einbringen und auch vielleicht das, was man so gelernt hat in den letzten Jahren oder womit man sich manchmal auch arrangiert hat, zu hinterfragen. Warum ist es so? Es ist so, wie Ihr Präsident, Herr Dr. Böning, eben gesagt hat, der Wald ist in einem wirklich sehr, sehr kritischen Zustand. Und Sie sind draußen, ich muss Ihnen das nicht im Detail beschreiben, aber es geht hier nicht um ein paar schlechte Jahre, sondern es geht um die Frage, ob wir einen kompletten Lebensraum in Deutschland verlieren. Und ich halte diese Lage für so ernst und die Verantwortung für so groß, dass wir auch eine Frage der Zeit haben. Es ist ein drängendes Problem. Wir können es nicht von Legislaturperiode zu Legislaturperiode verschieben. Jedes Jahr, das wir verlieren im Waldumbau, ist ein Jahr, was wir nicht mehr einholen können, was eine weiter geschwächte, eine riskante Fläche hinterlässt. Und deswegen glaube ich, dass wir alle zusammen eine sehr, sehr große Verantwortung haben. Ich rede über Jagd und über den Zustand des Waldes auch viel mit den Menschen im ländlichen Raum. Ich komme selber aus einem ländlichen Wahlkreis, aus einem Mittelgebirge, die Bayerische Rhön. Ich kenne selber viele Menschen, die den Jagdschein haben, die auch auf die Jagd gehen in unterschiedlichen Rollen, nicht immer als Jagdpächter. Die haben auch Begehungsscheine. Und die Frage, welche Rolle hat das Wild und wie finden wir eine verträgliche Rolle und ein verträgliches Verhältnis zwischen Wald und Wild, beschäftigt die Leute. Das ist nicht so, dass die Bevölkerung auf dem Land das nicht zieht, was im Wald passiert. Und es ist auch nicht so, dass sie sich nicht die Frage stellt, wie soll ein dieses Jahr durch Trockenheit extrem geschädigter Südhang am Wald noch hochkommen, wenn sich in der Jagd nichts ändert. Und übrigens haben zumindest bei mir im Wahlkreis die Menschen leider auch ziemlich unangenehme Erfahrungen mit der Wildpopulation. Wir haben einfach wahnsinnig viele Wildunfälle. Auch das ist ein Thema, über das wir, finde ich, zu wenig reden. Das ist für das Wild ein grausamer Tod. Das ist für alle, die das erleben, ein Wildunfall. Keine gute Erfahrung. Auch das spielt eine Rolle in den Debatten. Und deswegen ist die Aufgabe sehr groß. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diese Veranstaltung organisieren, dass Sie nach Wegen suchen. Ich gebe Ihnen auch recht, dass man ökologische Systeme großflächig betrachten muss, dass man Wechselwirkungen sich anschauen muss. Und ich denke, dass wir im Ministerium auch bereit sind, die Wechselwirkung zum Beispiel zwischen Wald und Bewirtschaftung des Offenlandes uns anzuschauen und zu sehen, was wir da tun können. Wichtig ist mir aber bei diesem Dialog, dass wir ihn anständig führen. Wir sind in Zeiten, die wirklich jenseits der Krise des Waldes, die elementar ist, nicht einfach sind. Wir haben einen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir haben Menschen, die furchtbar leiden, verstümmelt werden. Wir haben jetzt junge Männer, die in diesen Angriffskrieg gezwungen werden. Wir haben in Deutschland Menschen mit vielen existenziellen Sorgen. Und ich will das an der Stelle auch mal sagen, nicht jede Debatte um Veränderungen im Jagdrecht in den letzten Monaten in Deutschland, in manchen Bundesländern ist aus meiner Sicht vor diesem Hintergrund angemessen geführt worden. Wir können über alles reden, aber ich denke, ohne persönliche Angriffe in einem gegenseitigen Respekt, dass es uns um ein gemeinsames Ziel geht, nämlich den Lebensraum Wald zu erhalten für uns, für die Menschen und für das Wild. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, dass es auch darauf ankommt, nicht die Augen zu verschließen und die Realität nicht zu verdrängen. Es ist so, dass wir, wie wir hier sitzen, wir sind die Generation, die die Verantwortung hat, die Wälder durch diese Krise zu führen. Wir sind die Generation und wir haben auf vieles noch gar keine Antworten. Das werden Sie sicher im Laufe Ihrer Tagung auch diskutieren. Wir haben eine Forstwirtschaft, die auf jahrhundertelange Erfahrung beruht und trotzdem passiert im Wald etwas, was wir nicht kennen und was wir oft auch nicht wussten, dass es überhaupt passieren kann, dass eine Buche an Hitze eingehen kann, dass die Rinde Platz ist. Es gibt Försterinnen und Förster, mit denen ich rede, die sagen, das habe ich nie gelernt und das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Und deswegen werden wir, glaube ich, alle zusammen im Respekt davor, vor der Begrenztheit unseres Wissens, auch im Nutzen von anderen Perspektiven, die Perspektive zu wechseln, was ist, wenn wir jenseits des Walds schauen, aber auch im Respekt vor unseren unterschiedlichen Rollen zusammenarbeiten müssen. Ich setze dabei sehr, sehr stark auf die Jagd. Ich weiß, dass es ein anspruchsvolles Handwerk ist, das habe ich Ihnen gesagt und es wird auch nicht dabei bleiben bei der Werbung für den Jagdschein, die ich dann immer wegdrücke, sondern ich werde mir das auch in diesem Winter vor Ort anschauen. Unterschiedliche Jagden. Sie haben uns im Ministerium als Partner, wir haben den Dialog Wald und Wild angefangen und ich bin sehr dankbar dafür, dass der Deutsche Jagdverband dort konstruktiv mitarbeitet. Ich bin sehr dankbar für jede Diskussion, die wir auch gerne bei Ihnen vor Ort in den Landesverbänden führen können. Ich glaube, miteinander reden und zu Lösungen kommen, ist das, wozu wir alle verpflichtet sind. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine interessante Tagung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich würde gerne noch auf ein, zwei Punkte vielleicht eingehen, dessen, was wir gerade gehört haben und das, was Sie auch gerade gesagt haben. Also, dass man mehr miteinander reden soll, Argumente austauschen soll, einen Perspektivwechsel vornehmen soll. Das ist ja eigentlich der Kern der Demokratie. Ich habe dem jetzt entnommen, was Sie gesagt haben, dass in diesem Bereich die Leute bisher nicht so oft miteinander reden und wenn ja, nicht freundlich. Stimmt das? Ja, ich gehe gerne ans Mikrofon. Naja, wir haben, also das wissen Sie ja auch, wir sind ja jetzt fast unter uns. Wir haben natürlich zum Beispiel in der Debatte um das Jagdgesetz in Brandenburg sehr, sehr heftige Auseinandersetzungen und ich finde, das ist nicht nötig. Und ich finde, das gehört sich auch nicht in so einer Zeit. Also, man kann sich sachlich austauschen, aber man muss wirklich davon Abstand nehmen, Personen in der Landesverwaltung persönlich anzugreifen oder sogar zu bedrohen. Das geht einfach nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Umgekehrt stelle ich mich auch vor jeden Jäger, jede Jägerin, die ihr Handwerk ordentlich versieht. Auch darauf können sie sich verlassen. Aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Basis. Und dann, was den Perspektivwechsel angeht. Also, die Perspektive Waldeigentümer und Jäger oder Jägerin ist ja nicht immer deckungsgleich. Ja, auch die Sorgen sind unterschiedlich. Auch die wirtschaftlichen Interessen sind unterschiedlich. Und ich glaube, man muss das einfach zur Kenntnis nehmen und darüber reden. Da hinten gibt es Unruhe. Sie dürfen sich ruhig zu Wort melden, wenn ich was sage, was Ihnen nicht recht ist. Und ich glaube, man muss das auch anerkennen. Wenn Sie im Bundeskabinett Diskussionen führen, dann führen Sie ja logischerweise im Moment Diskussionen, Sie haben es auch angesprochen, über den Ukraine-Krieg ganz viel, über die Energiesicherheit. Jetzt mal Hand aufs Herz. Welches Thema spielt Wald und Wild bei den Beratungen, bei dem, was innerhalb des Bundeskabinetts auch zwischen den Ministerien diskutiert wird? Also, wir haben ja einen bestimmten Plan, einen waldpolitischen Plan für diese Legislaturperiode. Das erste Element haben wir schon umgesetzt. Wir warten jetzt auf die Veröffentlichung im Bundesanzeiger des ersten Teils der Honorierung der Ökosystemleistungen für den Wald. Das sind im ersten Schritt 200 Millionen von insgesamt 900 Millionen, die wir investieren wollen in den Waldumbau. Und natürlich spielt an dem Punkt, also da muss das Bundesfinanzministerium mitreden und das Bundesfinanzministerium hat natürlich auch ein Interesse daran, dass das Geld sozusagen etwas verändert. Und natürlich spielt die Frage, welche Chance hat der Waldumbau oder die natürliche Waldverjüngung? Was können wir tun, damit sich selbst verjüngende Wälder hochkommen, dass sie eine Chance haben, auch vielfältig hochzukommen mit vielen Baumarten, die sich dort eintragen? Das spielt in den Debatten auch mit den Abgeordneten natürlich eine Rolle. Und wir werden das Bundeswaldgesetz reformieren. Das ist aus den 70er Jahren. Wir haben uns ja gerade gegenseitig nochmal klargemacht, wie stark sich die Situation und die Anforderungen an den Wald verändert haben in den letzten über 40 Jahren. Und auch da wird die Frage, welche Rahmenbedingungen braucht Naturverjüngung zum Beispiel eine Rolle spielen. Sie haben gerade schon angesprochen den Finanzminister. Der spielt ja in anderen Bereichen auch wiederum, manchmal habe ich so den Eindruck, die allerletzte Rolle. Also Bund gegen Länder, Länder gegen den Bund bei allen möglichen Themen, Verkehr, 9-Euro-Ticket, Energieversorgung, Gasdeckel, wie auch immer. Es gibt sehr streitige Diskussionen und am Ende sagt Herr Lindner, nö, haben wir kein Geld für. Wie ist das in dem Bereich? Also jedenfalls die 200 Millionen Euro, da wollte er schon mitreden, aber wir haben sie ja jetzt. Also sie kommen auf die Fläche, wir werden da auch in den nächsten Jahren immer wieder mitreden. Herr Lindner, dem Unterschied zu mir, hat er ja einen Jagdschein, insofern ist er wahrscheinlich auch Ansprechpartner für den deutschen Jagdverband. Ihr solltet nochmal einladen dann, ne? Ja, das können Sie mal versuchen, wenn er Zeit hat. Sie wissen, wie es mit dem Ministerium ist. Ach, generell ist es natürlich so, also wenn ich jetzt mal über die Waldpolitik hinausgehe, sind wir in einer Situation, wo sich mehrere Krisen überlagern. Und sie bedrohen natürlich auch die Existenz vieler Menschen. Sie sind ja alle auch nicht nur Jägerinnen oder Jäger. Sie haben auch ein Geschäft im Privatleben oder Bekannte, die selbstständig sind. Sie kennen die Situation ja ganz genauso gut wie ich. Und ich glaube, die Herausforderung, in der wir sind, ist, diese fossil getriebene Krise zu überstehen, dabei Existenzen zu sichern und trotzdem die Investition in das, was wir ändern müssen, in die Energiewende, in den Waldumbau zum Beispiel, die nicht zu unterlassen, weil wir das nicht mehr aufschieben können. Jeder Sommer ist entscheidend oder jeder Winter, die Pflanzsaison ist entscheidend, damit der nächste Sommer besser überstanden wird. Und dass das zu Konflikten führt, ist, glaube ich, normal. Zum Schluss, bei dem, was in den Wäldern passiert, das ist ja nun wirklich furchtbar teilweise. Wenn ich im Sauerland beispielsweise, wie gesagt, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, wenn ich da wandere, dann sehe ich eigentlich nicht mehr Wald, sondern ich sehe Zerstörung in erster Linie. Durch die Dürre, durch die Trockenheit, durch die Borkenkäfer, durch vieles andere mehr. Haben Sie den Eindruck, wenn etwas so manifest ist, wenn man rausgeht, dass sich dann auch Bewusstsein der Bevölkerung ändert, dass man was tun muss? Also ich war diesen Sommer in ganz, ganz unterschiedlichen Wäldern und mehr noch als die zerstörten Wälder, die einen ja auch lähmen können. Also da verstehe ich auch viele Waldbesitzer, die sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ja, da ist Arbeit von Jahrzehnten und Jahrhunderten zusammengebrochen in einem Sommer. Ich glaube, kommt es auch darauf an, sich die anderen Wälder anzuschauen, die, die ganz gut durchgekommen sind. Die, wo der Waldumbau gar nicht vor Jahrhunderten oder so angefangen hat, sondern manchmal vor 17 Jahren oder 18 Jahren. Und man sieht den Unterschied. Man sieht, da ist noch Feuchtigkeit drin. Und deswegen ist der Wald ein Mahnmal, was die Leute sicher erschreckt, wenn es in einem Zustand ist, wie wir es jetzt im Harz oder bei Ihnen im Sauerland sehen. Aber es gibt auch Orte im Wald, die Hoffnung geben. Und Orte im Wald, wo es ein gutes Einvernehmen zwischen Jagd und Waldbesitz gibt oder wo auch selbst gejagt wird, wo ich revierweise den Unterschied sehen kann. Und deswegen glaube ich, dass unsere Wälder nicht nur die Fragen stellen, sondern auch die Antworten bereithalten. Ja, dann gucken wir mal auf die Fragen, auf die Antworten. Danke Ihnen jedenfalls, dass Sie hier gewesen sind. Manuela Rottmann, herzlichen Dank, Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt wird es technisch ganz anspruchsvoll, weil der größte Teil der Referenten, da ist eine Wortmeldung. Die nehmen wir noch eben mit. Warte mal, ups, keine Unfälle bauen während der Arbeit. Das wäre nicht so gut. Sagen Sie kurz, wer Sie sind. Ich halte selber das Mikro. Mein Name ist Jörg Stendl, Landesjagdverband Brandenburg. Wir sind ja direkt angesprochen worden mit dem Jagdgesetz. Ich finde es ehrlich gesagt recht unschön, jetzt die Krise, die uns alle schüttelt, das, was uns allen Sorgen bereitet, existenzielle Nöte anzusprechen mit der Bitte, doch so einen Gesetzesentwurf durchzuwinken. Anders kann ich es nicht deuten. Aber ich wollte eigentlich eine ganz andere Sache ansprechen. Hier sitzen im Raum viele Leute, die extrem unterschiedliche Auffassungen haben. Das Ergebnis der Diskussion ist aber eines, auf das wir alle angewiesen sein werden. Und wir haben, glaube ich, im Raum wenig Dissens, was es anbelangt, die Einsicht darin, dass wir um den Waldumbau nicht drumherum kommen. Das wollen wir alle. Die Wege darin unterscheiden wir uns. Wir unterscheiden uns aber auch in einer sehr wesentlichen anderen Sache. Und dem sollte man Augenmerk schenken. Wir unterscheiden uns in der Definition von Begriffen. Und wenn ich Begriffe lese wie brauchbare Jäger und wenn ich Begriffe lese wie Hege, dann habe ich zu diesen Begriffen Fragen. Und keine wissenschaftliche Arbeit kommt aus, ohne Begriffe zu klären. Und für meine Begriffe kommt auch kein Gesetzestext und auch keine Begründung zu einem Gesetzestext aus, ohne diese Begriffe zu klären. Danke. Ja, Begrifflichkeiten? Ja, ja, ja. Nee, ich halte es selber, aber ich gebe Ihnen gerne das Wort. Nee, Mikrofon halte ich selber. Das ist die goldene Regel. Aber ich halte es Ihnen gerne vor den Mund. Ich glaube, es hilft uns, wenn wir uns zuhören. Und ich habe nicht gesagt, dass ich erwarte, dass die Gesetze durchwinken. Sondern mir geht es um die persönlichen Angriffe, um die Härte der Auseinandersetzung, um Bedrohungen. Und das unterstelle ich dem Landesjagdverband nicht. Ich weiß aber, dass es in Brandenburg passiert ist. Und ich glaube, vor sowas sollten wir uns alle stellen, dass wir so nicht diskutieren, selbst wenn jemand eine andere Meinung hat. Wir sagen, es ist völlig falsch. Das ist das Einzige, was mir wichtig ist. Ich erwarte von Ihnen nicht, dass Sie irgendwas durchwinken, sondern ich erwarte, dass wir uns im Umgang gegenseitig schützen. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich gebe Ihnen völlig recht, man muss Begriffe definieren. Man muss sich darüber auseinandersetzen. Ich glaube, das brauchbare Regel stammt nicht von mir, hoffe ich jedenfalls. Also es wäre mir ein neuer Begriff. Ich habe ihn nicht verwendet. Aber ich halte Jagd für anspruchsvoll. Und die Frage, welche Ansprüche stellen wir an Jagd? Was müssen Sie können? Was muss jemand können, der auf die Jagd geht? Das ist, glaube ich, eine berechtigte Frage, weil die Anforderungen so groß geworden sind. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Und danke auch dafür, dass der erste Wortbeitrag kam. Das ist ja manchmal nicht so leicht, dann der Eisbrecher zu sein. Also den haben wir schon mal. So, jetzt wird es technisch ganz anspruchsvoll, weil die meisten Referentinnen und Referenten sind heute hier, aber nicht alle. Und ich hoffe, dass wir jetzt auf diesem Bildschirm eine Fachfrau sehen, die per Webex zugeschaltet ist, nämlich Professor Ursula Knopp-Meyer. Und da unten in der Ecke können wir Sie mal groß machen einfach, damit wir Sie mal sehen. Und Sie, das wäre meine Bitte, begrüßen Sie Frau Professor Knopp-Meyer mit einem herzlichen Applaus. Geht nur klein? Na gut, dann geht es nur klein. Aber Frau Knopp-Meyer, vielleicht damit wir auch nicht nur das Bild gesehen haben und die Präsentation, die gleich kommt, sondern auch mal kurz den Ton testen. Wie geht es Ihnen? Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Danke. Soweit alles am Laufen. Ich bin ja seit gestern Corona-positiv, aber getestet. Aber daher im Homeoffice. Aber alles gut. Ich hoffe, ich halte stimmlich durch. Also keine schlimmen Symptome. Bislang alles gut. Das ist gut. Dann wollen wir hoffen, dass das so bleibt. Ja, es grassiert wieder und es wird auch in den nächsten Wochen zunehmen. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist das Schalen-Wildmanagement, der forstliche Part. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Erläuterungen und dann hinterher wieder die Möglichkeit für Fragen aus dem Publikum. Die Professorin hochschieben, dann sieht man sie besser. Ja, das glaube ich sollte gehen. Gerade eben war, ja, 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 so ein bisschen und vielleicht ein bisschen, kleines bisschen größer. Das wäre auch hervorragend. So machen wir es. Großartig. Vielen Dank. Übrigens, wir werden heute begleitet von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen der Technik. Auch bei Social Media ist diese Tagung sehr aktiv. Vielleicht ein kleiner Applaus für alle diejenigen, die im Hintergrund arbeiten. So, jetzt aber Frau Professor Nobmeyer, jetzt haben Sie das Wort. Ja, herzlichen Dank. Ich darf von Wien aus alle herzlich begrüßen. Schöne Grüße nach Berlin. Sie sehen hier einen Blick von der BOKU, wo ich jetzt eigentlich sitzen sollte mit Blick auf Wien und schicke von da aus Grüße zu der Tagung, der ich einen erfolgreichen Verlauf wünsche. Nach den einführenden Worten möchte ich Sie jetzt ganz gerne in den Wald entführen und mit Ihnen ein kleines Experiment wagen. Ich zeige Ihnen nachfolgend ein Foto eines Waldbereiches und ich ersuche jede Person, ob physisch anwesend oder über die Medien, das Bild anzuschauen und anzuschauen, was das Bild bewirkt. Das braucht im Prinzip nur wenige Sekunden. Das ist ein Foto aus einem realen Forstbetrieb in der Steiermark und genau so aufgenommen, wie Sie es hier sehen. Und die Frage, die ich mit diesem Bild thematisieren möchte, ist, ist Wald gleich Wald gleich Wald? Und um das bei unserem kleinen Experiment jetzt mit Ihnen gemeinsam zu testen, habe ich auf dem nachfolgenden Foto eine einzige Komponente dieses Bildes verändert und ich möchte Sie wieder einladen zu überdenken, wie Sie jetzt zu dem nachfolgenden Bild stehen. Der Wald ist gleich geblieben, aber gilt jetzt für Sie immer noch Wald, ist Wald, ist Wald. Und jetzt schlüpfen Sie bitte für einige Sekunden in die Rolle einer anderen Person, die nicht Ihrer Position oder Ihrer Einstellung entspricht. Und wir merken, ein und derselbe Wald ist dennoch nicht der gleiche. Rehwild kommt dort in diesem Wald übrigens genauso vor wie das Auerwild. Und die Frage ist jetzt, was macht Wald aus? Und das kennen wir alle gut genug. Es gibt natürlich die gesetzlichen Bestimmungen, das Bundeswaldgesetz, das österreichische Forstgesetz. Im Prinzip geht es immer darum, dass eine Grundfläche der Landschaft mit Frostpflanzen oder Holzgewächsen bewachsen ist, also eine Abgrenzung innerhalb der Landschaft. Und wenn wir in diese Landschaft gehen und Bilder vor Augen haben von Wald, drängt sich erst recht die Frage auf, ist Wald gleich Wald gleich Wald? Hier einige Bilder aus dem eigenen Fundus beziehungsweise Fundus von Kolleginnen. Sie werden noch andere Bilder vor Augen haben, die hier gleich einmal in die Assoziation kommen. Und wir können daher festhalten, Wald ist mehr als nur ein Konglomerat von Bäumen, eine Ansammlung von Bäumen. Wald ist ein Ökosystem, wo wir Produzenten, also Pflanzen haben, wo wir Konsumenten haben, Pflanzenfresser, Fleischfresser, Pilze und alles ist in intensivster Wechselwirkung miteinander verknüpft. Und wir Menschen haben viele Ziele an dieser Fläche. Ein und derselbe Wald soll uns als Wirtschaftsraum dienen, er soll uns Erholung bringen und sei es auch nur als Kulisse. Er soll uns vor Naturgefahren schützen, er soll Wasser produzieren, er soll CO2 fixieren und, und, und. Und teilweise scheinen wir darüber zu vergessen, dass der Wald ein Lebensraum ist und dass jede Maßnahme, die wir im Wald setzen, ob beabsichtigt oder nicht, den Lebensraum von Tieren und Pflanzen beeinflusst. In der Gesetzeslage, Sie haben das vorher schon angesprochen, schaut das sehr unterschiedlich aus. Sie haben die Bundes- und Landeswahl, das Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetze in Österreich haben wir über den ganzen Staatsfläche hinweg, das österreichische Forstgesetz und die sind ja durchaus unterschiedlich. Und Sie brauchen jetzt hier nicht alle Sätze, die ich blick- oder blitzlichthaft angeführt habe, durchzulesen. Suchen Sie sich nur einen raus und überlegen Sie, wie stark finden Sie die Tatsache, dass Wald, Lebensraum ist auch wirklich aufgegriffen. Und ich denke, zum Teil ist das besser, zum Teil schlechter oder stärker oder schwächer gelöst. Auf jeden Fall dürfte hier noch Luft nach oben sein. Lebensräume von Wildtieren in Zentraleuropa unterliegen einer wahnsinnigen Vielzahl von gestaltenden Einflussfaktoren. Und die können wir jetzt von vornherein weder als gut noch als schlecht beurteilen. Und wenn wir in die untere Bildleiste schauen, dann sehen wir landschaftliche Nutzung, landwirtschaftliche Nutzung. Wir sehen mosaikartige Verzahnungen, offener Land, Waldbereich. Wir sehen Siedlungsverkehrsflächen, Verkehrslinien im oberen Bereich auch. Wir nutzen die Landschaft eben für Freizeit als Erholungssuchende, als Jagdausübende oder eben forstliche Bewirtschaftende. Und ob wir es wollen oder nicht, alle diese Einflüsse gemeinsam gestalten in ihrer Zusammenwirkung das Ausmaß, die Qualität und die Verteilung, beziehungsweise auch die zeitliche Dynamik von Wildtier-Lebensräumen. Das heißt, sie bestimmen darüber, wo Wildtiere in welchem Ausmaß und in welcher Qualität Lebensräume vorfinden. Und wie weit sie natürlich auch selber Lebensräume mitgestalten. Und diese vielfachen Wechselwirkungen, die wir hier sehen, schematisch dargestellt, führen uns konsequenterweise sehr schnell zu dem Schluss, dass es bei multifaktoriellen Einflüssen auch nur eine multifaktorielle Betrachtungsweise und einen entsprechenden Problemlösungsansatz geben kann. Ich habe heute konkret die Aufgabe, in diesem Wirkungsgefüge ein paar Aspekte des forstlichen Managements anzusprechen. Und ich möchte Ihnen dazu beginnen oder mit Ihnen die Überlegung anstellen, was würde passieren, würde ich Ihnen die Frage stellen, wenn wir Anfälligkeit von Waldbeständen für bestimmte Einflussfaktoren, auch Schadfaktoren zum Teil genannt, reduzieren wollen, wo liegen forstliche Handlungspotenziale? Und dann würden wir beim Borkenkäfer, konkret vielleicht der Buchdrucker, sehr schnell einig sein. Ja, Borkenkäfer sind oft spezialisiert auf Baumarten. Das heißt, die Baumartenwahl hat hier maßgeblichen Einfluss, wie schwer oder leicht das auch umzusetzen ist, zu wechseln. Der Wirkungspfad ist ziemlich klar. Bei der Verringerung der Anfälligkeit von Waldbeständen gegenüber Sturmereignissen würden wir relativ schnell diese klassischen Maßnahmen aufsteigender Schlagreihen, Schlussgrad, Turbulenzengenerierung und so weiter nennen. Und auch beim Schneebruch hätten wir Ideen an der Hand, wie man im forstlichen Management arbeiten kann. Der HD-Wert, also der Höhe zu Durchmesser, die Stammform, die Abholzigkeit, die die mechanische Stabilität widerspiegelt. Und würde ich jetzt die gleiche Frage für die forstliche Vermeidung von Rotwildschäle stellen, dann wäre die Antwort wahrscheinlich nicht so schnell auf der Hand. Und daher ist es eine Kernfrage, was haben wir an forstlichen Handlungsoptionen, was bedingt Anfälligkeit von Waldbeständen und wie kann man hier durch forstliche Maßnahmen Einfluss nehmen? Ganz essentiell für die Beantwortung dieser Fragen ist es, dass man versteht, dass gerade beim wiederkäuernden Schalenwild die Lebensraumattraktivität, Wilddichten, Verteilungen, Verbiss- und Schälebelastungen mitprägen können und ganz wesentlich aus der Kombination von Esungsangebot und nahrungsunabhängigen Besiedlungsanreizen abhängen. Das heißt, die Wildwiederkäuer orientieren sich in ihren Raumnutzungsentscheidungen sehr, sehr stark an Klima- und Feinschutzaspekten, an Randlinien, die ihnen eben auch die Orientierung im Gelände erleichtern und dergleichen mehr. Und vielfach wird dann Sicherheit über Nahrungsluxus gereiht. Das heißt, wir müssen ganz besonders beachten, wo wir Besiedlungsanreize schaffen, die dann nicht mit einem hohen oder adäquaten Esungsangebot verbunden sind, weil dann ist die Anfälligkeit für Wildschäden einfach höher. Und damit wir das ein bisschen mit Zahlen auch untermauern, möchte ich ein paar Beispiele hier bringen. Und zwar forstliche Einflussgrößen diskutieren und dann anhand von Daten aus dem Nationalpark Kalkalpen demonstrieren. Jetzt werden Sie vielleicht anmerken wollen, ein Nationalpark ist eine Spezialsituation. Was hat das mit den regulären Bedingungen zu tun, mit denen wir konfrontiert sind? Und gerade der Nationalpark Kalkalpen ist deshalb ein gutes Beispiel, weil er eine sehr, sehr lange Historie der Landnutzung aufweist. Es gibt dort 500 Jahre und länger historische Nutzung. Wir haben alle Einflüsse von forstlicher Seite. Wir haben Kahlschlagwirtschaft gehabt, Forststraßenbau, Beweidung, jagdliche Nutzung und vergleichsweise hohe Wilddichten. Und, und das ist natürlich auch zentral, wir haben eine entsprechende Datenbasis, mit der wir hier arbeiten können, weil seit 1996 jährlich eine Naturrauminventur gemacht wird, wo viele Variablen pro Stichprobenfläche, Erhebungsfläche erhoben werden. Und ich kann hier jetzt im Folgenden dann mit einem Datenset aus ungefähr 950 Stichprobenflächen aus dieser ersten Erhebungsperiode Ihnen ein paar Dinge zeigen. Als erste Einflussgröße möchte ich auf den Kronenschlussgrad eingehen. Von der grundsätzlichen Überlegung her kann man davon ausgehen, dass von einem hohen zu einem geringen Kronenschlussgrad hin Anfälligkeit für Rotwildschäle sinkt. Warum? Bei hohen Schlussgraden und was dahinter steckt, ist das vielleicht noch, dass das Verhältnis von nahrungsunabhängigen Besiedlungsanreiz, also die Sogwirkung zu dem wirklich verfügbaren Esungsangebot, dem aktuellen, sich verändert. Bei hohen Schlussgraden haben wir sehr guten Klimaschutz ausgeprägt, Sommers wie Winters, natürlich dann auch im Zusammenhang mit der Baumartenwahl stehend, aber auch für sich alleine wirksam. Wir haben geringeren Einstrahlungsintensitäten am Waldboden, damit verbunden auch geringerer Deckungsgrad an Bodenvegetation, also Begrünung, Esungsangebot. Wir haben eine geringere Astigkeit, höhere Astreinigung der Bäume und eine dünnere Borke, die auch mit dieser geringen Bestrahlungsintensität zusammenhängen. Das heißt, zusammengefasst, attraktive Bereiche für Rotwild bei gleichzeitig schlechtem Esungsangebot. Und genau das Gegenteil ist dann bei geringen Kronenschlussgraden der Fall. Sie haben verminderten Klimaschutz, im Normalfall auch andere Rückhaltefähigkeit der Baumkronen oder Leistung der Baumkronen, die ja mit dem Kronenschluss stark zusammenhängen und höhere Deckungsgrade an Bodenvegetation. Schauen wir uns das jetzt wirklich an Daten an. Sie sehen hier das Ergebnis von 955 Stichprobenflächen. In grün, die Balken sind immer jene Flächen, wo zumindest ein Baum geschält war, also wo Schälung aufgetreten ist. Und in grau sehen Sie die Balken, wo keine Schälung aufgetreten ist. Sie haben auf der x-Achse die Schlussgrade im Prozent angegeben. Und für die, die schnell Prozente zusammenrechnen, es sind renommierte Prozent. Das möchte ich jetzt nicht näher erläutern. Lassen wir uns gerne für die Fragenrunde offen, wenn es Fragen gibt. Was klar sichtbar wird, je höher der Schlussgrad, umso höher auch der renommierte Anteil, der prozentuelle Anteil von Stichprobenflächen, wo Schälung beobachtet werden können. Und das ist auch statistisch signifikant. Fazit. Kronenschluss spielt eine Rolle für das Aufkommen von Schäle und der Kronenschluss kann forstlich beeinflusst werden. Nehmen wir eine andere Maßnahme, forstliche Erschließung, mit der wir davon ausgehen können, dass Beunruhigung zusammenhängt. Nehmen wir als Merkmal die Entfernung zu Forststraßen. Was können wir annehmen grundsätzlich, wie Rotwild darauf antwortet? Wir sind davon ausgegangen, dass wir in sehr nahem Umfeld kurzen Distanzen zur Forststraße eine geringe Anfälligkeit für Schäle haben, die dann steigt, einen Höhepunkt erreicht, und mit zunehmender Entfernung von der Forststraße wieder abnimmt. Was steckt dahinter von der Überlebung her? In ganz unmittelbarer Nähe haben wir es oft mit Meidungseffekten zu tun. Das heißt, diese ganz nahe Umgebung wird nicht so stark genutzt. Aber dann kommen wir in Bereiche, wo Rotwild auftritt, wo wir keine Meidung mehr haben, aber durchaus ein verändertes Raumzeitnutzungsmuster. Also Rotwild kann sich räumlich und zeitlich nicht so bewegen, wie es ohne den Störeinfluss, den potenziellen Störeinfluss der Fall wäre. Wir haben diese sogenannten Warteraumeffekte. Und das bedeutet wieder, dass dieses Verhältnis von nahrungsunabhängigem Besiedlungsanreiz zu aktuellem Nahrungsangebot sich verschiebt. Und dieser Einfluss nimmt mit zunehmender Distanz wieder ab. Schauen wir auf die Datenlage. Gehen wir wieder zum Nationalpark Kalkalpen. In dem Fall konnten wir 200, etwas über 200 Stichprobenflächen für die Berechnungen verwenden, in denen auch dieses Merkmal Entfernung zur Forststraße zugetroffen hat. Und ich zeige Ihnen jetzt hier wieder das Bild, das die Datenlage uns bringt. Sie sehen auf der X-Achse dargestellt die Entfernungen der Stichprobenflächen zu Forststraßen in Klassen eingeteilt. Wieder die renommierten Prozent jener Probeflächen mit Grün und ohne Grau Schälung. Und wir sehen sehr schön, dass in einer bestimmten Distanz die Anteile der Flächen mit Schälung einen Höhepunkt erreichen und dann wieder abfallen. Ich würde jetzt diese Distanz nicht ungeschaut auf jeden Waldbereich übertragen. Aber wir erhalten ziemlich eindrücklich die Information, dass Erschließung und alles, was damit zusammenhängt, Bereiche in der Landschaft erzeugt, wo wir eine erhöhte Anfälligkeit für Schäle haben. Und das drückt sich auch in Schäle dann aus. Und das bedeutet umgekehrt auch, dass wir uns überlegen können, wie wir solche stärker gefährdeten Bereiche bewirtschaften mit anderen forstlichen Maßnahmen. Und ob wir uns bei der Erschließung überlegen, ob wir so etwas wie wild ökologische, positive und negative Kardinalpunkte überlegen wollen. Punkte, die wir nicht einer erhöhten Anfälligkeit aussetzen wollen. Zusammenfassend halten wir jetzt mal fest, forstliche Maßnahmen beeinflussen Lebensräume. Und ich habe es an zwei Beispielen gezeigt. Beeinflussen die Anfälligkeit von Waldbeständen für Wildeinflüsse. Aber bei der Vielzahl der Einflüsse auf wilde Lebensräume kann es jetzt nicht um einen Verantwortungsbereich bei Problemen geben. Und noch weniger gibt es Sinn, sich gegenseitig Verantwortungen zuzuordnen. Das heißt, diese klassischen Kaskaden, Jagdausübende sehen Ursachen bei Erholungs- und Freizeitnutzenden, forstliche Bewirtschaftende sehen hauptsächliche Verantwortungen bei den Jagdausübungen und so weiter. Sie kennen diese Beispiele zur Genüge, werden da tatsächlich in Problemlage schlichtweg nicht gerecht. Es braucht multifaktoriale Ansätze bei der Problemlösung und wir müssen sektorenübergreifend ansetzen. Monokausales Denken wird uns hinsichtlich dieser Komplexität nicht weiterbringen und wird der Problemlage schlicht und einfach nicht gerecht. Ich sehe das auch als eine Pringschul der Wissenschaft, Informationen zur Verfügung zu stellen. Und es gibt eine Reihe von Beispielen dafür und wir könnten noch viele andere aufzählen. Aber wir müssen auch beachten, Anfälligkeit, jetzt habe ich, um den Zeithorizont einzuhalten, Rotwild ins Visier genommen. Wir haben natürlich viele andere Bereiche auch. Waldumbau war vorher ein Punkt. Es geht um Anfälligkeiten für abiotische Störfaktoren. Aber auch Feuer spielt immer mehr ein Thema oder eine Rolle. Und leider ist es ja nicht so, dass eine Bewirtschaftungsmaßnahme im Kielwasser auch die Anfälligkeit für alle anderen reduziert. Das heißt, wir haben es hier im forstlichen Entscheidungsfeld mit wirklich komplexen Situationen zu tun, die den Horizont des Denkens oder die Möglichkeit des Denkens einer Person vielfach überschreiten. Und ohne es jetzt als allein seligmachende Lösung darzustellen, vielleicht nur, dass wir gerade rezent im Rahmen des Waldfonds der Republik Österreich an einem Instrument versuchen zu arbeiten, Entscheidungsfindung für klimaangepassten präventiven Forstschutz zu unterstützen, wo hier Anfälligkeiten von Waldbeständen ebenso thematisiert werden wie Entscheidungssituationen von Entscheidungsträgerinnen, Akteurinnen auf unterschiedlichen Ebenen. Und das Ganze soll zusammengeführt werden in ein Entscheidungsfindungsinstrument, das auch als Webapplikation verfügbar sein muss. Und sowas geht nicht auf einem Sektor. Also zum Beispiel hier sind mehrere Institute der BOKO, Waldbau, Forstschutz, Geomatik, Wildbiologie, aber auch die Technische Universität Wien ist dabei. Also es geht nur, wenn man fächerübergreifend zusammenarbeitet. Und genauso wichtig, wir haben auch Entscheidungsträgerinnen aus der forstlichen Praxis dabei, um einen Weg zu finden, der uns vielleicht in dieser Situation Möglichkeiten bieten kann. Also ein Ausblick nur auf den Weg, den wir in Österreich gerade beschreiten. Und Sie haben in Deutschland sicher ähnliche Wege. Aber ich denke, es braucht auch das von Seiten der Wissenschaft, dass wir hier unterstützend tätig sind. Und mit diesem Ausblick danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Professor Nommeyer. Ich würde gerne an dieser Stelle dann schon den Rahmen öffnen für Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge. Aber ich habe eine Frage oder vielleicht zwei vorneweg, nämlich dieses Projekt, das Sie gerade zum Schluss geschildert haben, Decide. Das beginnt ja gerade, wenn ich das richtig begriffen habe. Können Sie uns was sagen zu der Laufzeit und den Ergebnissen, die Sie sich da erhoffen? Also die Laufzeit dieser Waldfroh-Projekte sind im Prinzip drei Jahre. Wir haben dieses Jahr gestartet. Das war jetzt eine Charge, die sozusagen ausgeschrieben wurde für verschiedene Thematiken. Es gibt auch für Forstgenetik Projekte, also da gibt es verschiedene Läufe. Und wir haben mehr oder weniger drei Jahre Zeit. Wir haben viele dieser Modelle, die die Anfälligkeit abschätzen, schon vorliegen. Ein paar müssen wir neu erarbeiten, weil sich der Schwerpunkt, welche Baumarten anzuschauen sind, die Baumarten des klimafitten Waldes, speziell anzuschauen sind. Und wir sind mitten in dieser Phase, wo wir mit Entscheidungsträgern, Trägerinnen Workshops machen, schauen, was die auch brauchen. Also das läuft in sehr intensiver Zusammenarbeit, auch mit Praktikern und Praktikerinnen. Und ich denke, das ist auch wichtig, nicht nur Interdisziplinarität in der Forschung, sondern Transdisziplinarität. Das heißt, Zusammenarbeiten vom grünen Tisch, vom Computer aus, funktioniert es nicht. So, und am Ende dieser drei Jahre liegt dann ein Bericht vor, der dann, ja was ist, eine Empfehlung, ein dringender Rat? Oder wie stellen Sie sich das vor? Nein, wenn es so ausgeht, wie wir es uns wünschen, liegt am Ende dieser drei, beziehungsweise vielleicht mit Verlängerung vier Jahre, zumindest einmal für zwei Bundesländer Österreichs eine Webapplikation vor, die schon getestet ist mit Praktikerinnen, um hier Entscheidungen zu unterstützen. Prima. Also bis hierhin erstmal. Dann sehe ich jetzt gleich hoffentlich ein paar Finger in der Luft zu Fragen zu dem, was wir gerade gehört haben. Einmal, zweimal, aber Sie waren schneller, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, ich komme mal zu Ihnen. Warte mal einen Moment. Stein, machen wir es bitte immer so, dass Sie sich kurz vorstellen, wer Sie sind und dann gerne Ihre Frage oder Ihren Punkt. Ja, mache ich. Mein Name ist Axel Lüsse, Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin hier im Kommunalparlament in Pankow. Hier in Berlin, überraschenderweise, haben wir viel Wald. Also genau gesagt, tatsächlich keinen Forst, sondern Erholungswald. Wir haben auch in Berlin 4000 Jagdbesitzscheine mit Hintergrund Jagd. Also offensichtlich ganz, ganz viele Weger für doch nicht so viel Wald. Und wir sind auch, ich bin zudem Speicher der LAG-Tierschutzpolitik und auch in der Bundesarbeitsgemeinschaft, der Grünen und beschäftigen uns gerade damit. Im Koalitionsvertrag in Berlin steht das Jagdgesetz. Meine Frage ist, der Titel Ihres Vortrags, das ist auch eines meiner Hauptanliegen, da steht ja Schalenwildmanagement und wir reden hier ganz oft über Wildmanagement. Und das ist ja eine Sache, die eigentlich schon die Maßnahme und die vorgeblich einzige Maßnahme vorausnimmt. Nämlich, also ich bin da, Entschuldigung, nicht so im Jagdsprech drin, also die Tiere reduzieren. Aber Sie haben ja gerade dargestellt, dass es multifaktoriell ist, dass es ganz, ganz viele verschiedene Dinge gibt. Sollte man bei solchen Sachen nicht immer gleich sagen, nee, 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 wir reden hier nicht über Wildtiermanagement. Wir reden hier über Waldschadensmanagement. Wir reden über Umbau. Und da kommen wir dann vielleicht auch mehr zusammen, auch auf verschiedenen Seiten mehr zusammen und sind nicht immer in dieser Debatte drin, die ja gerade sehr emotional läuft. Das haben wir gerade bei der Staatssekretärin gehört. Das war ja auch persönlich überrascht, also wie hoch das kocht. Aber einfach vom Wording. Glauben Sie, dass schon so einen Unterschied beim Wording einen Unterschied macht? Frau Dornmeier. Ja, also Begrifflichkeiten machen sicher einen großen Unterschied und bewirken sehr viel. Was ich bewirken wollte hier auch vielleicht, dass wir uns bewusst sind, Schalenwildmanagement oder überhaupt Wildtiermanagement ist immer auch Lebensraummanagement. Es gibt praktisch keine Managementmaßnahmen, die nicht mit dem Wildtiere sind, einfach mit dem Lebensraum verbunden. Und von wildbiologischer Seite ist ganz klar, Wildtiermanagement ist immer auch eine Frage des Lebensraummanagements. Das heißt, das, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt. Ich würde es aber nicht umdrehen und dann sagen, wir sprechen, wir verwenden andere Begrifflichkeiten. Ich denke mir, wir sollten den Denkhorizont erweitern, dass es kein Wildtiermanagement ohne Lebensraummanagement geben kann. Ich würde es gerne von der Seite sehen. Und der zweite Punkt ist mir jetzt entfallen, den ich dazu sagen wollte. Aber ja, vielleicht Begrifflichkeiten. Es ist auch immer die Frage mit Wald und Wild. Das kennen Sie, das haben wir auch in Österreich sehr vielfach, diese Diskussionen. Die Frage ist ja, ob Wildtiere nicht Teil, das wollte ich ein bisschen auch damit demonstrieren, nicht Teil des Waldes sind. Und ob man Wildtiere und Wald wirklich trennen kann, begrifflich, egal, was jetzt gesetzliche Vorgaben denken. Aber aus ökosystemarer Sicht ist es nicht möglich. Okay, ich habe noch eine zweite Frage oder eine zweite Anmerkung. Ja, Eckhard Fuhr vom Ökologischen Jagdverein Brandenburg-Berlin. Ich habe eine ganz einfache Frage. Ich möchte Sie bitten, einmal zu definieren, was Sie unter dem Begriff Jagdwirtschaft verstehen und was ein Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft ist. Welche Stellung sozusagen diese Jagdwirtschaft, der Begriff ist in der Bundesrepublik nicht geläufig, in der Gesamtlandnutzung, land- und forstwirtschaftlichen Nutzung steht. Ja, vielen Dank. Also Sie spielen auf den Namen unseres Institutes an, Wildbiologie und Jagdwirtschaft. Und das ist ein historisch bedingter Name. Im Prinzip könnten Sie es auf Bewirtschaftung oder Management, das war halt früher im Englischen Sinn wie Wildlife, Biology und Game Management. Sie könnten es auf Management auch ummünzen. Natürlich spielen jagdlich-bewirtschaftungsaspekte, wirtschaftliche Aspekte eine Rolle. Aber wenn Sie jetzt konkret zum Namen es wissen wollen, dann geht es vor allem um Bewirtschaftungs- oder Management, Entschuldigung, Management-Aspekte, die natürlich auch wirtschaftlich eine Rolle spielen können. Also ein Kollege von uns überprüft, er im großen Maßstab macht Forschung dazu, wie ökonomische Aspekte der Bejagung der Spießenden in Amerika eine Rolle spielen. Also wir adressieren solche Aspekte sehr wohl auch. Aber vielleicht hilft Ihnen die Orientierung am englischen Namen, der natürlich neuer ist, Wildlife, Game Management. Also es geht um Management vor allem von Wildtieren. Ja, das ist ja häufiger so, dass Organisationen alte Namen mit sich herumschleppen und nicht immer ganz glücklich damit sind. Da müssen wir einfach gucken. Frau Knopfmeier, vielleicht zum Schluss jetzt erstmal für diesen ersten Part. Das schließt so ein bisschen an, das, was gerade gefragt worden ist. Ist denn das, was Sie geschildert haben, aus Ihrer Sicht von Österreich übertragbar auf Deutschland eins zu eins? Keine ökologischen Kontexte sind immer eins zu eins übertragbar. Es braucht immer ein Hinschauen, was konkret jetzt in einer oder anderen Situation machbar ist. Aber diese grundsätzlichen Zusammenhänge, deswegen habe ich bewusst diese zwei Einflussgrößen gewählt, das sind naturale Zusammenhänge, natürliche Zusammenhänge, die übertragbar sind, die jetzt kein Spezifikum eines österreichischen Nationalwachs darstellen. Dankeschön. Sie bleiben uns noch ein bisschen zugeschaltet, falls nachher noch Fragen sein sollten. Aber Dankeschön an dieser Stelle erstmal. Und damit sind wir jetzt wieder hundertprozentig hier auf der Bühne. Ich darf nämlich Dr. Robert Hagen, nee, erst noch mal einen Applaus für Professor Knopfmeier. So viel Zeit muss sein vom Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft. der Universität für Bodenkultur Wien. Jetzt habe ich es auch noch mal offiziell gesagt. So, jetzt kommt der nächste, nämlich Dr. Robert Hagen vom Landwirtschaftlichen Zentrum der Wildforschungsstelle des Landes Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und wir bereiten weiter den Boden, wenn man so will, für die Diskussion dann heute Nachmittag. Ihr Thema sind Wald-Wild-Dynamiken, Möglichkeiten und Grenzen für Jagd und Forst. Und auch an dieser Stelle gerne Ihren Vortrag, Ihre Präsentation und anschließend Fragen und Diskussionsbeiträge. Bitteschön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Brocker. Ich teste gleich mal, ob mein Headset erst einmal funktioniert. Das dürfte auch bei freier Bewegung funktionieren. Sehr gut. Dann möchte ich Sie alle begrüßen zu meinem Vortrag. Ich fühle mich geehrt und nehme sozusagen die Einladung dankbar an, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Tatsächlich möchte ich Sie mitnehmen auf eine gedankliche Reise, auch zum Reh. Und das mag für viele erst einmal seltsam klingen, aber wenn wir jetzt auch den Vortrag von Frau Knopp-Meyer gehört haben, so ist es tatsächlich so, dass wenn wir in das Themenfeld Wald und Wild einsteigen, eigentlich noch Pionierarbeit leisten beziehungsweise leisten müssen. Das heißt, das ist ein Themenfeld, und das werden wir sehen, welches eigentlich inhaltlich und auch wissenschaftlich kaum wirklich erschlossen ist. Lassen Sie uns mit der Reise beginnen. Was erwartet Sie bei mir? Es erwartet Sie eine kurze Einführung zum System Wald und Wild. Also ich bin weder Biologe noch bin ich Förster. Ich bin Systemwissenschaftler von der Ausbildung her. Das heißt, ich habe gelernt, in Systemen zu denken, in Systemwechselwirkungen zu denken und diese dann auch analytisch zu untersuchen und statistisch zu belegen. Wir beschäftigen uns dann mit der Walddynamik und der Wilddynamik. Das heißt, welche Faktoren, das haben wir im Vortrag gerade, schon auch gesehen, welche Faktoren beeinflussen jeweils die dynamischen Prozesse im Wald, aber auch beim Wild? Und zum Schluss möchte ich dann eben, wie der Titel ist auch suggeriert, über Möglichkeiten und Grenzen für Forst und Jagd sprechen. Also als Systemwissenschaftler für Sie die Frage hier, die beantworten wir zum Schluss. Um welches System handelt es sich eigentlich, wenn wir über Wald und Wild sprechen? Wir hatten es im Vortrag von Frau Mott-Meier auch schon gesehen. Wenn wir also ein einfaches Verhalten hätten und eine einfache Struktur, das heißt, man kann das immer aufgliedern in Struktur und Verhalten und hat einmal ein einfaches, ein kompliziertes, einfach kompliziert, ist eigentlich wiederum ein relativ einfacher Aufbau. Dann könnten wir also bei einem einfachen Verhalten und bei einer einfachen Struktur monokausal einfach Ursache-Wirkungs-Denken geltend machen und einfach Forderungen stellen und die dann in der Wirklichkeit auch einfach umsetzen. Beispiele hierfür wären zum Beispiel bei einer einfachen Struktur ein einfaches Pendel, wie es vielleicht noch aus dem Physikunterricht bekannt ist. Bei einer komplexen Struktur und komplexen Verhalten wären wir zum Beispiel bei der Wetterdynamik, also nur als vielleicht Gedankenbeispiele, die wir hier mitnehmen können. Wenn wir ein kleines erstes Fazit zu Wald und Wild schon ziehen möchten, dann können wir eigentlich sagen, Wald und Wild, das ist kein menschgemachtes System, das ist ein System, in dem sich Pflanzen und Tierarten zusammen entwickelt haben. Ein System, welches schon über Jahrtausende in Wechselwirkung steht. Und als letztliche Pointe können wir mitnehmen, dass dieses System seit dem Mittelalter, gerade natürlich im Forstbereich, relativ stark durch menschliche Bedürfnisse geprägt wurde, nach dem Bedürfnis nach Rohstoffen, damals das Holz, und dass wir aber auch im 20. Jahrhundert jetzt wieder mit Rodung, aber auch mit der Freizeitnutzung des Menschen neue Einflussfaktoren hinzugewonnen haben. Wie vielfältig das Bild, beziehungsweise das, was im Wald stattfindet, besser gesagt, sich darstellt, sehen wir vielleicht in dieser Abbildung, die auch in dem vorhin schon genannten Ratgeber zu finden ist, der dieses Jahr von der FA publiziert wurde. Das heißt, wir sehen also eine mannigfaltige Freizeitnutzung des Menschen, wir sehen Tiere, wir sehen aber auch die Forst, die den Rohstoff Holz nutzt. Gut, jetzt steigen wir ein in die beiden Doppelthemen Walddynamik, Wilddynamik. Und dazu habe ich einfach mal eine bekannte Suchmaschine auch mal nochmal beauftragt, mir einfach mal ein Bild zu geben, was kann ich dann unter Walddynamik verstehen. Wir sehen hier schon auch Wechselwirkungskreise. Wir sehen zum Beispiel hier ein Bild mit Windwurf nach dem Sturm Lothar, auf dem kommen wir noch zu sprechen. Aber wir sehen zum Beispiel auch Bilder des Rehs, auf das wir später auch zu sprechen kommen. Das heißt, wir sehen eigentlich Bilder, Themen, die eigentlich ganz gut zum Beispiel zum Suchbegriff passen. Wenn wir nochmal diesen Begriff Wald, Walddynamik uns erschließen wollen, dann ist es wichtig in meinen Augen, dass wir verstehen, dass wir hier über Jahrhunderte sprechen. Ich kann auch verstehen, diese eingehenden Begrüßungsworte, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, in der wir auch immer gewissen Handlungszwängen unterworfen sind. Aber wenn wir uns anschauen, in welchen Zeiträumen sich Wälder entwickeln, dann ist es eben so, dass wir, wenn wir eine freie Fläche hätten mit Pionierbaumarten, die die Fläche erschließen, dass wir halt mehrere Jahrhunderte brauchen, bis wir wirklich einen Waldbestand haben, in dem dann die forstliche Nutzung, aber zum Beispiel auch wiederum Totholz eine Rolle spielt. Wir sehen hier in dieser Abbildung Zeit in Jahren und hier verschiedene Höhenstufen, wie sich also Bäume entwickeln. Betrachten wir jetzt die Anzahl der Bäume auf dieser Fläche, in diesen Zeiträumen, so sehen wir hier eine eigentlich relativ wunderschöne negative Exponentialverteilung, wunderschön im Sinne eines Systemwissenschaftlers. Also wir haben am Anfang in den ersten Altersstufen eine relative Menge, eine relative Vielfalt an Verjüngungsbäumen. Das sind 10 bis 100 Verjüngungsbäume pro 10 Quadratmeter. Das ist eine relativ kleine Fläche, kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Wenn wir jetzt in den Altbestand gehen, dann ist es so, dass wir in den adulten Beständen eigentlich nur noch 0,25 bis einem Baum auf dieser Fläche vorfinden. Und welche Rolle, hier in dieser Abbildung auch nett mit hineinskizziert, welche Rolle spielt jetzt hier eigentlich das Wild? Das Wild spielt wie andere Faktoren, also ich habe hier jetzt die Gruppe der Servidae mit aufgegriffen, spielt wie auch zum Beispiel die Insekten, die schon angesprochen wurden, auch die Waldbewirtschaftung und das Klima, die spielen also alle mit ein in diese wirklich Jahrhunderte überdauernde Walddynamik. Es ist hier nur eine Auswahl, da sind noch natürlich viele Faktoren, die da mit hineinspielen würden, wenn man tiefer ins Thema hineingeht. Ich kann leider heute auch nicht über alles sprechen, das heißt also grau hinterlegte Bereiche, das würde den Rahmen sprengen, sind sozusagen in meinem Vortrag nicht enthalten. Kommen wir zum Thema Waldbewirtschaftung. Wie schon erwähnt, ist es so, dass Holz natürlich ein Rohstoff, ein Gut ist, welches sehr wertvoll ist. Und ich habe hier mal ein Zitat mitgenommen von einem deutsch-dänischen Förster vom 18. und 19. Jahrhundert. Und Sie können jetzt eigentlich, wenn Sie das lesen, Holzmangel, Holzteuerung ist die allgemeine Klage in fast allen großen und kleinen Staaten Deutschlands. Das können Sie jetzt eigentlich das Wort Holz mit einem anderen Rohstoff für heute ersetzen. Dann sind Sie eigentlich bei ähnlichen Verhältnissen. Aber Holz war eben sehr, sehr wertvoll. In dem Sinne hat der Mensch also in den letzten Jahrhunderten natürlich daraufhin die Landschaft in Deutschland, aber auch in Europa geprägt. Auch prägend war die Bewirtschaftung nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier sehen wir zum Beispiel ein Bild aus dem Südschwarzwald, war nach der Rodung des Schwarzwaldes sozusagen hauptsächlich die Fichte angebaut wurde, sodass dann relativ dichte, lichtarme Bestände entstanden, wo natürlich dann nur dort, wo die Sonne auf dem Boden trifft, sich auch die Vegetation entwickeln kann. Das Klima, beziehungsweise klimatische Prozesse sind ja heutzutage auch in aller Munde und in der Presse sehr häufig vertreten. Letztendlich, wenn wir Walddynamik und Klimadenken betrachten, dann sprechen wir natürlich auch dort wieder über sehr lange Zeiträume und müssten uns natürlich auch die Dynamik von der Waldverbreitung von verschiedenen Baumarten zu zum Beispiel Kalt- und Warmzeiten vergegenwärtigen. Also das heißt, das sind auch Prozesse, Baumarten haben natürlich dort auch eine lange Entwicklungsgeschichte. In unserem Fokus und in unserem Bewusstsein sind natürlich eher die Extremereignisse, die auch der Klimawandel jetzt mit sich bringt, die für unsere Bewirtschaftung natürlich auch eine enorme Bedeutung haben. Und hier ist es leider so, dass wir natürlich diese Extremereignisse nicht bis ins letzte Detail von ihrer Dynamik her verstehen. Wir nehmen wahr, dass sich die Frequenz erhöht, dass sich vielleicht auch die Intensität erhöht. Aber wie häufig wir da in einer Dekade mit rechnen müssen, dass Stürme, Orkane sozusagen die Waldlandschaft Deutschland beeinflussen, da können wir natürlich keine sicheren Aussagen zu treffen. Das heißt, wir sind hier in einem unsicheren Umfeld, wo sich auch die Forstwirtschaft natürlich irgendwie arrangieren muss. Und wir haben, was die Walddynamik betrifft, natürlich Tierarten. Wie gesagt, die Insekten ausgeklammert, habe ich mir jetzt hier auf die Hirschartigen Tiere mal fokussiert. Und wenn wir wieder die bekannte Abbildung der Waldentwicklung sehen, also die Zeit wieder in Jahren, dann ist es so, dass zum Beispiel die Tierart Reh im Zeitraum von bis zehn Jahren eben mit Fegen, vom Geweih her, mit dem Treten, mit den Schalen sozusagen und mit dem Verbiss natürlich eine gewisse Wirkung auf die Bäume erzielen kann. Und wir sehen, dass Rotwild, das wir jetzt auch beim Vortrag, den wir von Frau Knobmeier gehört haben, eben auch mit dem Fegen, Tritt und Baum verbisst und zusätzlich der Schäle natürlich einen Einflussfaktor darstellt, der dann für den Waldhorizont noch ein wenig relevanter ist, da sich das Rotwild eben auch an älteren Bäumen mit der Schäle noch sozusagen, ja, diese als Grundlage für die Schäle nutzt, um das mal so auszudrücken. Im Folgenden möchte ich mich aber auf das Reh, deswegen noch eine gedankliche Reise zum Reh konzentrieren und fokussieren. Man kann sich beim Reh Gedanken machen, es wird häufig als Konzentratselektierer bezeichnet, man kann sich also Gedanken machen, gibt es bestimmte Baumarten, die das Reh bevorzugt, man sagt dann verbeißt, das ist also sozusagen eigentlich als Esung, als Nahrung nutzt. Da haben wir herausgefunden, dass es ganz wichtig ist, dass man halt sich auch darüber im Klaren ist, in welchem Wald man sich befindet und wie dort die Baumartenzusammensetzung auch in der Verjüngung ist. Also es ist eben ein Unterschied, ob ich mich im Bergmischwald befinde, wo die Tanne in der Verjüngung auftaucht, neben dem Ahorn, Buche und Fichte, oder ob ich eben in einem Laubwald dominierten Verjüngungswald mich befinde, wo es dann eben zum Beispiel Baumarten wie die Eiche oder die Buche in etwas zahlreichenden Verjüngungsstrukturen gibt. Dabei ist dabei wichtig, und das ist eine Annahme, die halt häufig getroffen wurde, dass das Reh also nicht nach der Häufigkeit unbedingt selektiert, sondern dass die Selektion für eine bestimmte Baumart häufig auch Vorlieben und Bedürfnisse dieser Tierart widerspiegelt. Also nicht nur, weil eine Baumart selten ist, wird sie auch viel verbissen, sondern das hängt eben auch mit anderen ökologischen Bedürfnissen des Rehs zusammen. Konzentrieren wir uns auf den Bergmischwald und die Baumarten Tanne, sehr stark präferiert, Fichte nicht doll oder stark durch das Reh verbissen. Dann haben wir in Feldaufnahmen in den Jahren 2017 und 2018 in Baden-Württemberg für die Fichte folgendes Bild aufgenommen. Wir sehen also wieder diesen negativ exponentiellen Verlauf in den Höhenstufen kleiner als 21 Zentimeter und aufsteigend. Und wir haben hier unverbissen und verbissen. Wir sehen also sozusagen der Größe nach eine Mengenverteilung. Das heißt, die Anzahl der kleinen Bäumchen nimmt wieder je Höhenstufe ab. Und wir sehen eigentlich, dass bei der Fichte eben der Verbiss kaum eine Rolle spielt. Entschuldigung, kurze Verständnis. Na klar. Die Anzahl, die wir auf der Y-Achse aufgetragen haben, ist das die Zahl der aufgenommenen Bäume oder ist das die Zahl der Jungenpflanzen vorgegangen? Danke. Das ist jetzt die, also nicht normiert, das ist die gesamte Anzahl an Verjüngungsbäumen, die in den Stichprobenpunkten aufgenommen wurden. Genau. Das soll zum einen nur erstmal die Verteilung nochmal darstellen nach den Höhenstufen und zum anderen ist es zwar nur ein zeitlicher Schnitt, aber stellt natürlich auch ein bisschen die zeitliche Entwicklung dar, wenn man bei einem Spot bleiben würde. Das heißt also, die Anzahl der Bäume würde sich, auch wenn wir am Anfang einen relativ stark verjüngungsreichen Waldbestand haben, würde sich dann eben über die Zeit natürlich verringern durch auch die Konkurrenz zwischen den Bäumchen. Vergleichen wir das mit der Tanne. Und das habe ich nur mit aufgenommen, einfach mal um zu vergleichen zu können, welche Rolle auch der Verbiss dabei spielen kann. Das heißt, wir starten eigentlich, wenn man das jetzt mal wieder salopp formuliert, wir starten eigentlich mit besseren Bedingungen, wir haben mehr kleine Tannenbäumchen, aber durch den Verbiss ist es dann so, dass eigentlich in der Höhenstufe 81 bis 1,30 nicht mehr Bäumchen übrig bleiben. Und das sind jetzt sozusagen aber Strukturenbestände, wo die Tanne eigentlich ein sehr gutes Potenzial hat. Das heißt, das sind keine Waldbestände, wo die Tanne gering oder vereinzelt auftaucht. Und wenn man das sozusagen jetzt mal wieder überträgt auf eine Situation, wo wir beide Baumarten, also Tanne und Fichte, gleich häufig vertreten haben, dann bewirkt der selektive Verbiss eben, dass die Fichte aus dem ESA, sozusagen aus der Höhenstufe, wo der Verbiss relevant ist, bei 1,30 hinauswächst, die Tanne durch den Verbiss jedoch nicht. Und das ist natürlich ein Prozess, der dann sozusagen bei der Bewirtschaftung auch für die Tanne unglaublich wichtig ist beziehungsweise eine Rolle spielt, wo man dann eventuell Handlungsbedarf besitzt. Gut, jetzt kurz zur Wilddynamik und ich habe also noch mal die gängige Suchmaschine befragt, weil mich das Thema Wilddynamik ja essentiell auch in meinen letzten zehn Jahren interessiert hat und was wir sehen, ist eigentlich, dass wir nichts sehen, das heißt also, wir finden keinerlei relevante Suchergebnisse, wir kriegen noch den Hinweis, ob wir nicht vielleicht doch Walddynamik suchen, das heißt, Wilddynamik scheint unbekannt zu sein. Eigentlich ist sie das nicht, für viele Wildtierarten können wir eigentlich, wenn wir jetzt wieder von Dynamiken sprechen, von einer Art Sättigungsdynamik ausgehen, das heißt, sie erreichen im Zusammenhang auch mit der Lebensraumkapazität eine obere Grenze, wir sehen hier also die Zeit, wir starten, man könnte sich so eine Art Inselpopulation vorstellen, das ist der klassische Verlauf, den wir eigentlich aus der Schulzeit auch noch kennen und die Population nähert sich dann sozusagen der Kapazität an, ist aber natürlich ein total vereinfachtes Modell, in der Realität sieht das dann häufiger eher so aus, das heißt, wir sprechen auch nicht von einer Kapazität als solches, sondern es könnte auch sein, dass wir jetzt vor einem bestimmten Zeitraum sich die Lebensraumbedingungen für Wildtierarten verbessert haben in Europa und dann sehen wir sozusagen verschiedene Kapazitäten und wir sehen ein Heranwachsen der Population, sie überschreitet die Kapazität, das ist sozusagen so eine Art eruptive Dynamik, würde dann kurz wieder einbrechen und würde dann, je nachdem, wie sich die Umweltbedingungen weiter sozusagen entwickeln, würde dann wiederum Richtung der Kapazität anwachsen oder wenn sich aber die Umweltbedingungen verbessern, würde sozusagen Anlauf nehmen, um die nächste Kapazitätsstufe anzusteuern. Das ist jetzt, könnte man sagen, vielleicht ein fiktives Beispiel. Tatsächlich sind die Zahlen, die Sie hier sehen, die Rehstrecken zahlen aus Österreich, also würden ganz gut zur Frau Knobmeier passen, das heißt, sie zeigen hier auch hinsichtlich des Zyklus, den wir hier sehen, mit zwölf Jahren eigentlich einen von der Theorie her perfekt zu erwartenden dynamischen Verlauf. Also, wenn wir über Wilddynamik sprechen, wenn wir über die Dynamik von Hirschartigen sprechen, dann können wir eigentlich auch solche Zyklen von fünf bis zwanzig Jahren erwarten, das hängt ganz davon ab, wie eben die Umweltbedingungen tatsächlich aussehen und wie auch die Generationszeit dieser Tierart ist. Generationszeit ist die Zeit, die eine Tierart durchschnittlich braucht, um zu reproduzieren und bei Rehwild können wir halt sagen, das sind ungefähr sechs bis 15 Jahre. Gut, ähnlich wie zum Wald habe ich jetzt hier mal gelistet, welche Faktoren die Wilddynamik beeinflussen. Es ist natürlich hier eine ganze Leiste von Faktoren. Wir sehen Faktoren, hinter denen sich der Mensch versteckt, die Jagd, wir sehen das Klima, wir sehen Beutegreifer, Konkurrenz zu anderen Arten und wir sehen den Lebensraum, von dem auch Frau Nopmeier eben gesprochen haben, mannigfaltig aufgelistet. Wir sehen aber auch zum Schluss die Walddynamik. Ich kann leider nicht über viel heute reden, wir konzentrieren uns aber wie gesagt auf die Walddynamik und schauen uns zum einen aber am Anfang wieder Jagd und Klima nochmal ein bisschen an. Gut, wenn man hinsichtlich von Hirschartigen Jagd denkt und auch Jagd im Sinne von Regulation denkt, so gibt es ein paar Studien, darunter eine Studie zum Weißwedelhirsch in Nordamerika oder zum Rotwild im Südschwarzwald, wo wir gesehen haben, dass der Abschuss eigentlich 30 bis 50 Prozent der Populationsgröße erreichen muss, damit man wirklich in die Reduktion kommen kann, je nachdem, wie dann die Altersstruktur und auch die Geschlechterstruktur im Abschuss ist. Beim Klima ist es so, dass wir natürlich auch wieder, wenn wir es langfristig denken, die klimatischen Bedingungen in Europa natürlich lebensraumprägend waren und natürlich auch die Verbreitung von Wildtierarten in Europa beeinflusst haben. Hier sehen wir zum Beispiel, wie sich das Rehwild nach dem Ende der letzten Eiszeit, also vor ungefähr 14.500 Jahren, aus sogenannten Refugien wieder Mitteleuropa erschlossen hat. Das heißt also, es ist auch ein stetiger Wandel, wie sich Wildtierarten in ihren Lebensräumen den klimatischen Bedingungen anpassen. Wir können aber auch wieder diese Jahr-zu-Jahr-Variation denken, beziehungsweise die Witterung. Das ist natürlich etwas, was in unserem kurzfristigen Denken wesentlich präsenter ist und auch wesentlich besser zu verstehen als wirklich klimatische Prozesse. Und bei diesen Jahr-zu-Jahr-Variationen haben wir eigentlich in unserem Forschungsfeld dann relativ spannende Ergebnisse eigentlich auch gesehen, die im ersten Moment so ein bisschen Fragezeichen aufgeben, wie das halt häufig so ist. Man hat ein Themenfeld, untersucht es und eigentlich bei den Ergebnissen ist es meistens kein Halt, sondern man entwickelt neue Fragen. Und was wir gefunden haben, ist zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen den Winterbedingungen, also je kalt oder je wärmer die Winter gewesen sind und einen statistischen Zusammenhang mit der Rehstrecke. Und zwar sowohl gleich nach dem Winter als auch mit einem Zeitversatz von zwei Jahren. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Winter einen relativ strengen Winter hätten, würde ich also in zwei Jahren ein Signal in den Abschlusszahlen des Rehs sehen. Und das ist natürlich im ersten Moment immer so ein bisschen so, wie kann das sein, was passiert da eigentlich? Und interessanterweise ist es mir sozusagen möglich, auch weiterhin an der Tierart Reh zu forschen und ich hatte jetzt in diesem Jahr durfte ich sozusagen Daten hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses der Kitze auswerten. Und was wir da gefunden haben, ist, dass wir, wenn wir eigentlich durchschnittliche Herbst- und Winterbedingungen haben, dass wir also im Geschlechterverhältnis der Kitze, also der Jungtiere des Rehs, dass wir dann eigentlich für Baden- Württemberg, ich habe es dann aber auch für ganz Europa nochmal ausgewertet und kommen da eigentlich zu den gleichen Ergebnissen, dass wir also für durchschnittliche Winterbedingungen eigentlich einen Überschuss an männlichen Kitzen haben. Also wir sehen hier die Temperatur von Oktober bis Februar, das heißt hier sehr harte Witterungsbedingungen, hier sehr milde. Und wir sehen hier den Anteil der weiblichen Kitze. 0,5 würde heißen, wir haben ein Geschlechterverhältnis von 1 zu 1 und die schwarzen Striche bedeuten, dass ich sozusagen für jeden Strich einen Wertepunkt habe. Und wir sehen also für die durchschnittlichen Bedingungen habe ich auch einen sozusagen etwas leicht zum männlichen, also Bockkitz sozusagen verschobenen Geschlechterverhältnis. Wie gesagt, das Muster ist auch zu finden für Europa mit dem Unterschied, dass wir da so einen Wertebereich von Skandinavien bis Südauropa haben. Und wir sehen aber, wenn also sozusagen bei sehr kalten, sehr harschen Winterbedingungen, Herbstwinterbedingungen und bei sehr milden, dann haben wir also einen Überschuss der weiblichen Kitze. Und dieser Verlauf ermöglicht natürlich, dass wir dann ganz, ganz große Unterschiede im Reproduktions- und auch im umgesetzten Reproduktionspotenzial des Rehs haben. Und dieses spiegelt sich dann, wenn man ein bisschen weiter denkt, wiederum auch in der Rehstrecke wieder, weil wir als Mensch nutzen großräumig natürlich auch das, was da ist. Gut, wie hängt das jetzt wiederum mit der Walddynamik zusammen? Und hier möchte ich jetzt die, das sozusagen ein bisschen eine Synthese bilden. Wir kennen also jetzt wieder das Bild mit der Waldentwicklung und wir sehen hier die Nahrungsverfügbarkeit vom Reh. Das heißt, die steigt also an mit dem Größerwerden der Bäumchen und hat dann also nach sechs Jahren, nach zum Beispiel einem großen Kahlschlag, also das Optimum erreicht. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir die Redichte dazu denken und sehen, dass wir dann auch so eine Art Peak haben, nach sechs Jahren, nachdem wir also den Kahlschlag hatten und die Ergebnisse sind also von einer britischen Studie übernommen und sind in dem Sinne ganz interessant, weil sie sozusagen mit in dieses Nahrungsoptimum fallen. Interessant ist auch, dass die Sichtbarkeit für die Jagenden hier mit der Weiterentwicklung natürlich abnimmt. Das heißt, die Redichte nimmt zu, die Möglichkeit, die Tiere tatsächlich zu detektieren, nimmt ab. Und wenn wir jetzt, das würde so ein bisschen in Richtung Beysche Statistik gehen, wenn wir jetzt diese beiden Kurven, die erst einmal Potentialkurven sind, übereinander legen, das heißt, wir sehen die Redichte, wir sehen die Sichtbarkeit für Jagende, dann sehen wir, dass wir so eine Art Potenzial von sechseinhalb Jahren haben, also ich teile die Redichte durch die Sichtbarkeit, das ist sozusagen jetzt hier nur spielerisch und würde dann aber erwarten, aufgrund dieser spielerischen Idee, dass ich ein Maximum beim Verbiss hätte oder beim Gefährdungspotenzial von sechseinhalb Jahren, nach dem Kahlschlag sozusagen. Und interessanterweise haben Herr Suchand und ich Daten von der Betriebsinventur in Baden-Württemberg untersucht, das sind über 1,7 Millionen Bäumchen gewesen und haben dort den Zeitraum von 2001 bis 2009 ausgewertet, auch hinsichtlich des Verbissprozentes, das sind jetzt normierte Skalen, das heißt, wir haben das Jahr 2001 als Referenz genommen und interessanterweise sehen wir tatsächlich für alle Baumarten zwischen fünf und sieben Jahren nach Lothar, dargestellt durch diese blaue Linie, ein erhöhtes Verbissprozent. Und zwar sehen wir das für die Tanne, für die Fichte, für die Buche und für die Eiche und wir hatten ja vorhin gesehen, dass es unterschiedliche Präferenzen des Rehwildes für unterschiedliche Baumarten gibt, aber wir sehen sozusagen dieses Signal tatsächlich auch in den Baumarten, die durch das Rehwild weniger stark verbissen werden. Und das ist ein Ergebnis, was wir schon länger hatten und die Überlegung mit diesem Potenzial, die ich eben eine Folie zuvor gezeigt habe, auf die Idee bin ich tatsächlich erst letzten Freitag gekommen und lustigerweise passen diese beiden sozusagen Muster ja wirklich extrem gut zusammen. Das heißt also, diese fünf bis sieben Jahre stellt wieder einen Zusammenhang auch zur Rehwilddynamik dar. Und jetzt wäre natürlich die Frage wieder, die für den Förster wichtig ist, haben es dann eigentlich die Verjüngungsbäume in dieser Zeit schon aus dem Esel heraus geschafft, also in dem Bereich, wo die Rehe die Waldverjüngung als Nahrung nutzen können? Eher nein, also wir brauchen bei der Tanne und bei der Fichte zum Beispiel jetzt wieder diese beiden Baumarten herausgegriffen, schon fünf bis 18 Jahre oder vier bis 13 Jahre, je nach Standort, je nach Lichtverhältnissen, bis sozusagen diese Höhe auch erreicht ist. Gut. Und welche Möglichkeiten ergeben sich jetzt daraus für Forst und Jagd? Welche Grenzen? Ich möchte eher auch über die Möglichkeiten sprechen. Es ist so, das wurde auch schon gesagt, Mischwälder sind natürlich robuster. Wir brauchen eine diverse Altersstruktur. Wir brauchen Wälder, die sich aber natürlich verjüngen. Das heißt, Wälder, die sozusagen auch an den Standorten, wo sie wachsen, auch sozusagen ihr Potenzial erfüllen können. Und wir brauchen, und das haben wir auch schon gesagt, ein abgestimmtes Management von Jagd und Forst. Als Möglichkeit, auch mit den Zusammenhängen zwischen der Wilddynamik und der Walddynamik, ergeben sich, wenn wir zum Beispiel Krankheiten, Witterungsextreme haben und die Repopulation sozusagen betroffen ist, dass wir eben nicht nur dieses Zeitfenster nutzen, von dem aus sich die Repopulation wieder ihrer sozusagen Kapazität wieder annähert, sondern wir haben hier, wenn wir sozusagen hier jagdlich aktiv sind, ein Zeitfenster, in dem wir den Bäumen bessere Chancen geben können, dass sie sozusagen aus dem ESA erwachsen können. Vom zeitlichen Horizont, und das ist wiederum das Neue, kann man also davon ausgehen, dass wir diesen Zeitraum mit sechs Jahren ungefähr bemessen können. Und wenn wir dann also sozusagen hier einen erhöhten Jagddruck auf die Fläche bringen, hätten wir vielleicht ein Potenzial von zwölf Jahren, wo wir den Verjüngungsbäumen ein bisschen mehr Chancen einräumen könnten. Da rede ich jetzt also nicht über Jagdmethoden oder irgendwelche jährlichen Intervalljagden, sondern ich möchte hier sozusagen den Horizont von Ihnen ein bisschen öffnen, dass wir eben hier auch sehr, sehr lange Zeiträume haben, in denen wir handeln und auch denken können und sollten. Gut, nach einem Extremereignis, und das sind natürlich auch Grenzen, wenn diese Frequenz von Extremereignissen zunimmt, dann ist es so, dass wir in den ersten Jahren, wenn wir jetzt eben keinen Kahlschlag hatten, sondern eben Wind, also Sturm und Orkane, dass wir einen relativ geringen Zugriff von den Jagenden haben. Aber wir sollten eben im Kopf behalten, dass wir fünf bis sieben Jahre nach diesen Ereignissen, die vielleicht auch zunehmen werden, eben eigentlich mit einem erhöhten auch Verbisspotenzial rechnen können auf den Flächen. Und hier meine Kernaussagen, wir brauchen meiner Meinung nach, nach dem, was ich bisher in der Wissenschaft mir angeschaut habe, wir brauchen eigentlich großräumige Konzepte. Mitunter sollten wir dabei auch die Landschaft, in denen sich die Wildtierarten bewegen, in denen wir Wald anbauen, berücksichtigen. Wir sollten die von mir vorgestellten Ergebnisse und auch Dynamiken vom Wald und Wild berücksichtigen. Und es wäre sicher nicht schlecht, gerade auch um die Praxis zu erreichen, wenn wir halt gute, also Good Practice Beispiele, gute Praxisbeispiele erarbeiten und diese auch wissenschaftlich begleiten, sodass wir da eine robuste Aussage treffen können. Zu den Grenzen, die will ich wie gesagt ja gar nicht unbedingt nennen, sehe ich aber auch als letzten Punkt, und den möchte ich nochmal hervorheben, dass wir halt Forderungen aufstellen. Wir sind gerade in einer Gesellschaft, in dem Forderungen sehr modern geworden sind, wo jeder irgendetwas fordert. Ich bin da eher zurückhaltend, aber denke, es ist wichtig, dass wir offene Ohren und auch ein offenes Herz besitzen und dass wir eben die Komplexität dieses Systems auch berücksichtigen. Das heißt, wie nicht anders zu erwarten, das Wald-Wild-System ist strukturell komplex, es ist dynamisch komplex und das heißt, dass wir von außen bei dynamisch komplexen Systemen wenig Einflussmöglichkeit haben, sondern dass hier die Dynamik eigentlich durch die internen Wechselwirkungen dominiert wird. Insofern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bin gespannt, was Sie an Anmerkungen, Fragen, Kritik noch haben. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Hagen. Genau, da ist schon eine erste Wortmeldung, offene Ohren haben wir in jedem Fall. und ich denke, es ergeben sich noch Punkte. Ich laufe. Ach Gottchen, ja. Waren Sie mal einen Moment. Ja, das kriegen wir alles hin. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sehr spannend fand ich, dass Sie die natürliche Verjüngung als Grundvoraussetzung all Ihre Ergebnisse nennen. Die ist aber leider nicht Standard. Auch sehr gefallen hat mir, dass Sie das sehr historisch aufgegliedert haben. Daher meine Primärfrage, ich möchte das jetzt gar nicht zu weit ausschreifen. Wann gab es denn das letzte Mal in Deutschland flächendeckend natürliche Verjüngung? Das ist nämlich recht schön abzulesen. Sie hatten den Zeitpunkt auch sehr schön ausgeführt. Also jetzt müsste ich Sie zurückfragen tatsächlich, was verstehen Sie unter flächendeckender Verjüngung? In Brandenburg haben wir sechs Hauptbaumarten genannt, die wir in der natürlichen Verjüngung brauchen. Aber nehmen wir da Ihre Baumarten. Sechs mindestens auf der Fläche ohne Zaun nach oben kommt. Das empfinde ich aus Herzaat, Samenflug. Das empfinde ich als natürliche Verjüngung. Dankeschön. Ja, kann ich natürlich tatsächlich nicht beantworten. Also da müsste man gezielt reinschauen, wie sich das entwickelt hat, gerade auch in Brandenburg. Da kann ich... Oh, jetzt machen wir ein Quiz hier. Also, ja, da ist eine Wortmeldung vielleicht. Ja. Sagen Sie auch jeweils kurz, wer Sie sind, bitte. Mein Name ist Pfannenstiel. Ich habe nur eine Verständnisfrage. Bei dem Geschlechterverhältnis der Kitze sind das pränatale Geschichten oder gucken Sie, ob die postnatale Sterblichkeit bei einem Geschlecht höher ist? Ja, danke. Die nehmen wir mal mit, gleich die Frage. Vielleicht nochmal, um bei der Frage zu bleiben, oder? Sagen Sie doch, Sie können ja einfach ja, nein. Das war ja eine einfache ja, nein-Frage. Das ist eine einfache ja, nein-Frage. Da ging es darum, inwieweit sozusagen beim Geschlechterverhältnis das Postnatale... Also wie viele überleben? Ja, also die, bei den Kitzen gibt es ja in Baden-Württemberg die Kitzmarkierung. Das heißt also, die Bestimmung des Geschlechtes wird sozusagen nach der Geburt erfolgt, die durch die Freiwillige oder Jagende in einem Zeitraum eigentlich bis maximal vier Wochen. Aber der Hauptteil wird sozusagen in der ersten Woche nach dem Setzzeitpunkt beziehungsweise nach Geburt markiert. Das heißt, wir haben nicht die Kitze dabei, die sozusagen im Mutterleib des weiblichen Rehs dabei sind. Also dazu hatte ich mir Daten für Europa angeguckt, aber da habe ich keine Daten für Baden-Württemberg oder Deutschland. Okay, Frage beantwortet? Ja. So, jetzt mal zurück zu dem Thema Verjüngung. Da waren wir ja eben. Also das, was jetzt alle wollen, wo wir sagen, wegen des Klimawandels müssen wir uns dringend dieses Themas widmen, diesem Thema widmen und müssen da was machen. Gab es sowas schon mal? Also nicht, dass ich das wüsste. Wie gesagt, ich bin in dem Bereich auch keine Fachperson. Wenn man sich das jetzt historisch wieder anschaut, dann ist es, glaube ich, ein Prozess, den man so überhaupt auch nicht belegt oder dokumentiert hat. Das heißt, Ihre Frage, wann gab es mal Verjüngung sozusagen deutschlandweit? Wo wurde sozusagen die Verjüngungsvielfalt in Deutschland wirklich systematisch untersucht? Das wäre dann ja die Gegenfrage. Und da muss ich sagen, da kenne ich nicht viel. Warten Sie mal, Sie haben zwar eine starke Stimme, aber ich bin nicht sicher, ob alles verstehen. Also. Aus welchem Zeitraum standen denn die Bäume, die wir jetzt ernten können? Also wann haben die sich denn verjüngt? Das ist ja nicht alles gepflanzt. Wir haben ja keine, nicht nur Plantagen, wir haben viele Plantagen, aber es gibt in Deutschland ja auch noch so etwas wie Wälder. Und die haben sich ja irgendwann natürlich verjüngt. Und wenn wir uns angucken, wie alt diese Bäume sind, die wir dort sehen, dann kommen wir an Ereignisse, wann es der Bevölkerung, der ländlichen und der städtischen sehr schlecht ging. So etwas wie Erster, Zweiter Weltkrieg, Dreißigjähriger Krieg und dergleichen. Und dann stellt sich die Frage, warum war es denn möglich, dass dort die Wälder sich verjüngt haben? Warum ist Ihnen das so wichtig? Das scheint Ihnen ja ein Herzensanleger. Warum ist das für Sie wichtig? Weil es alles einfach macht, wenn wir verstehen, dass diese Wald-Wild-Dynamik sicherlich auch an Standorte und Populationsgrößen gebunden ist. Und das fehlt mir ein kleines bisschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Karlowitz denke, der sozusagen die nachhaltige Forstwirtschaft gedacht und geprägt hat und nachdem wir auch den Begriff der Nachhaltigkeit natürlich nutzen, dann war das zum Beispiel, wenn man jetzt in sein Werk mal reinschauen würde, war es noch so, dass man sich also im 18. Jahrhundert eigentlich über das Wild und vielleicht wollen Sie darauf hinaus, noch überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Das war kein Einflussfaktor, den sozusagen ein Förster im 18. Jahrhundert als irgendwie relevant oder wichtig erachtet hat. Wild spielte da überhaupt keine Rolle. Da war das das Weidevieh, das sozusagen in den Wald getrieben wurde, welches massiv Schäden sozusagen hervorgerufen hat. Und es war der Mensch mit seiner eben starken Nutzung des Holzes, der sozusagen eine Gefährdung für die Walddynamik darstellt. Also schauen Sie gerne mal in Karlowitz rein. Wild spielte da... Wild spielte keine Rolle, komme ich jetzt dazu, weil es sozusagen auch in den Zahlen natürlich wesentlich geringer war. Also wenn man sich Rehwild und Rotwild-Zahlen, auch Schätzungen anschaut, dann waren diese Zahlen bis zum 19. Jahrhundert eigentlich vernachlässigbar gering. Okay, bevor es jetzt ein Dialog wird, gleich gibt es eine Kaffeepause, dann können Sie beide das nochmal unter vier Augen weiter besprechen. Zum Schluss für diese Runde nur, Herr Hagen. Nachdem wir ja alle uns so langsam, alle glaube ich, nicht alle, aber die allermeisten mit dem Gedanken dann angefreundet haben, dass der Klimawandel da ist, dass wir was tun müssen, also gerade im Bereich Wald und Wild dann eben auch. Haben Sie den Eindruck, dass sich diese Erkenntnis bei dem größten Teil der Bevölkerung schon herumgesprochen hat, dass da jetzt was geschehen muss? Ich denke, dass das Media sehr präsent ist. Interessanterweise habe ich auch im Zuge jetzt dieser Veranstaltung mal einen Blick auf die ganzen Cover von Zeitschriften geworfen. Und das ist ja ein Thema, was wirklich gerade sehr präsent ist. Insofern hoffe ich, dass es vielleicht auch ankommt, auch mehr ankommt. Ich denke aber, dass die strukturelle und auch dynamische Komplexität bei Weitem noch nicht ankommen kann. Also ich glaube, die kommt hier noch nicht an, weil, wie ich das eigentlich auch versucht habe zu beschreiben, es ist tatsächlich noch Pionierarbeit. Also gerade diese Wald-Wild-Dynamik ist Pionierarbeit, aber wir können sie momentan ja nur betrachten im Kontext von anderen Einflussfaktoren wie dem Klimawandel, wie zum Beispiel auch dem Borkenkäfer, der ja auch eine sehr, sehr starke Dynamik mit reinbringt. Und da spielt eigentlich das Wild, auch wenn wir den zeitlichen Aspekt sehen von der Waldentwicklung, natürlich nur eine kleine Rolle in einem kurzen Zeitfenster. Sie spielt eine Rolle mit dem selektiven Verbiss, das habe ich auch versucht darzustellen. Sie spielt auch eine Rolle mit der Abundanz, die jetzt heute da ist. Aber es sind andere Einflussfaktoren, die halt diese Wald-Dynamik als Entwicklungsprozess natürlich massiv dominieren und auch beeinflussen. Und insofern bin ich mir nicht dessen bewusst, ob man sozusagen in der Debatte auch versteht, um welches kleine Puzzleteil man eigentlich redet. Das würde ich gerne eben mitdenken, oder mitgeben, dass man dies auch mitdenkt. Da sind wir wieder an dem Punkt, alles hängt mit allem zusammen, auch im Wald. Danke Ihnen recht herzlich. Robert Hagen an dieser Stelle. Und wie gesagt, die Möglichkeit besteht natürlich jetzt dann auch in der Kaffeepause, das weiter zu vertiefen. Wir hängen wieder über der Uhr, das ist normal bei solchen Veranstaltungen. Aber jetzt eben eine Kaffeepause. Ich klaue Ihnen fünf Minuten, 15 Minuten Kaffeepause und wir sehen uns so freundlich und treffen uns hier dann wieder um 11.45 Uhr. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, meine Damen und Herren, dann würde ich Sie bitten, so langsam wieder Ihre Plätze einzunehmen und vielleicht zu gucken, ob Ihr Sitznachbar auch da ist schon und wenn nicht, dass Sie ihn reinzerren. Ja genau, ein Gong wäre gut hier. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich habe geahnt, dass das mit der Viertelstunde nicht klappt. Schuld ist natürlich der Kaffeeautomat, das ist ja klar, weil der dann immer so lange braucht, bis die Bohnen gemahlen sind und so. Das ist logisch. Aber wenn Sie vielleicht auch noch mal kurz nach draußen brüllen oder so. Genau. 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 Ja. Genau. So, sind Sie so lieb und nehmen wieder Ihre Plätze ein oder andere Plätze, aber jedenfalls Plätze. Hat ja keiner sein Handtuch irgendwo hingelegt. So, dann wollen wir mal wieder. Ich freue mich sehr, dass die Pause intensiv nach meinem Eindruck genutzt wurde für Gespräche, denn für sowas sind natürlich Präsenzveranstaltungen auch ganz wichtig. Kleiner Seitenhieb an diejenigen, die heute nicht hier gekommen sind, sondern nur online zu gucken. Also Präsenzveranstaltungen haben schon einen Wert, vielleicht dann das nächste Mal für diejenigen, wie gesagt, die heute den Weg nach Berlin nicht gefunden haben. Wir gehen weiter im Text und reden jetzt über Erfolgsfaktoren und Hindernisse im Wald-Wild-Management. Erfahrungen aus der Praxis sind uns angekündigt und zwar von jemandem, der, glaube ich, heute den weitesten Weg nach Berlin hatte. Gunnar Bartmann, er hat drei Hüter auf, er ist Vizepräsident des LJV Rheinland-Pfalz, er ist Vorsitzender der Rotwild-Hege-Gemeinschaft und er ist Forz-Amtleiter im Trier. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung hier nach Berlin. In der Diskussion um die Wald-Wild-Frage wird die Perspektive häufig auf die Wilddichte und die Abschlusserhöhung verkürzt. Um von vornherein hier nicht missverstanden zu werden, Wildreduktion kann und muss ein notwendiges und wichtiges Projekt sein, wenn die Jagdrechtsinhaber ihre Ziele für die Landnutzung stark gefährdet sehen. Wir wissen aber, dass die wirksame Prävention von Wald-Wildschäden ein umfassendes Management in einem komplexen Wirkungszusammenhang erfordert. Wir haben da in den vergangenen Vorträgen einiges zugehört. Und aus meiner Sicht die gute Nachricht, wir müssen nicht kapitulieren. Denn Wildschäden sind positiv beeinflussbar und zwar ohne die Interessen der Jagd und der Landnutzung zu vernachlässigen. Aber ohne Kompromisse und ohne Verzicht geht das nicht. Ich möchte in einigen für mich wesentlichen Erfolgsfaktoren und Hindernissen nachgehen. Zunächst möchte ich mich mit der Betrachtungsebene der Wildbiologie und des Verhaltens beschäftigen. Dann Lebensraum und Waldnutzung in den Blick nehmen. Und schließlich die für mich sehr wichtige Ebene Mensch und konkrete Jagdnutzung. Ja, betrachten wir zunächst die Ebene Wildbiologie und Verhalten. Nehmen wir als Beispiel das Rotwild und Rehwild. Die Ernährungsgrundlagen und das Verhalten können unterschiedlicher nicht sein. Die versteckte territoriale Lebensweise der Ricke in der Naturverjüngung mit der naschenden Vorliebe, gerade für die Mischbaumarten. Dort das rudelbildende Rotwild mit ausgeprägtem Sozialverhalten, großflächiger Raumnutzung, Störungsempfindlichkeit und flächiger Raufutteraufnahme. Wie sieht es eigentlich in meinem Revier um die Verfügbarkeit einer artgerechten Ernährung für die vorkommenden Wildarten aus? Und wie verhält sich diese Biomasse im Jahresverlauf unter Berücksichtigung der Stoffwechselaktivität eben dieser Wildarten? Wir wissen heute, von welch zentraler Bedeutung das Raumzeitverhalten gerade des Rotwildes im Jahresverlauf ist. Und es kommt auf die Analyse der konkreten Raumnutzung zwischen Wald und Offenland an. Zahlreiche Studien, aber auch Praxiserfahrungen zeigen, dass Rotwildschäden im Wald drastisch zurückgehen, wenn ganzjährig und im Tagesverlauf ungestört ausreichend Wildwiesen oder Offenland zur Äsungsaufnahme zur Verfügung stehen. In meiner Hegegemeinschaft Meulenwald haben wir das Glück, in einer Mittelgewirkslandschaft strukturreiche, relativ störungsarme Offenlandbereiche an den Wald angrenzen zu haben. Zugleich gibt der Wald das Heidekraut her unter den verlichteten Kiefernbeständen ausreichend Winteresung für das Rotwild. Aus meiner Sicht ganz wichtige Faktoren, warum bei uns die Schälschadensbelastung relativ gering ist. Zusammengefasst kann gesagt werden, je größer das artgerechte Pflanzenangebot und je störungsfreier sich das Wild verhalten kann, desto mehr Wild verträgt der Wald, aber auch umgekehrt. Praxistipps, dazu haben Sie mich ja eingeladen. Objektivieren Sie die Ausgangslage. Beim Rotwild müssen wir in den Hegegemeinschaften die modernen und anerkannten Erhebungsmethoden zur Erfassung des Wildbestandes bundesweit einführen. In Rheinland-Pfalz sind diese Ermittlungen verpflichtende Praxis der Hegegemeinschaften als Körperschaften öffentlichen Rechts. Sie sind aufwendig, aber akzeptiert in Rheinland-Pfalz und bilden die Grundlage für die Abschussplanung. Wichtig aus meiner Sicht als Förster zur Objektivierung der Ausgangslage sind auch die Vegetationsaufnahmen. Auch wenn sie für manchen Jäger einen Aufreger darstellen. Die waldbollischen Gutachten sind bei richtiger Methodik ein unverzichtbarer Eckpfeiler, insbesondere für die Bewertung des Einflusses des versteckt lebenden Rehwildes. In meiner ersten Betrachtungsebene der Wildarten und ihres Verhaltens ergeben sich noch zwei besondere Problemstellungen für die Waldwildfrage aus der Praxis. Die enorme Bedeutung des Rehwildes auf die Waldverjüngung und die Neuanpflanzungen wird insbesondere in Rotwildrevieren deutlich unterschätzt. Die reizvolle Erlegung des Rehbocks an der strukturreichen und ohnehin äsungsreichen Waldfeldgrenze oder gar im Feld selbst hilft der Waldverjüngung überhaupt nicht. Es geht um die Erlegung der heimlichen Rehe in der Naturverjüngung des Waldes oder auf den Kahlflächen. Schwerpunktjagd und intelligent durchgeführte Rehwildrückjagden sind hier die Stichworte. Wer hier intensiv Strecke macht, hilft spürbar den Waldbesitzern und Förstern und kann sich dann auch mal hegerische Gesichtspunkte an der Feldwaldgrenze leisten und einen Bock alt werden lassen. Bitte haben Sie in den von großen Kahlflächen betroffenen Jagdrevieren mit Ihrer bald aufbrechenden Äsungsvielfalt wirklich keine Angst, die Rehwildbestände zu übernutzen. Zweiter Punkt Schwarzwild. Die gewaltige Zunahme des Schwarzwildes und deren notwendige Bejagung bei Tag und Nacht zur Wildschadensbegrenzung schadet dem Waldwildmanagement des wiederkeuenden Schalenwildes erheblich. Die Jagdzeit, die ich auf Schwarzwild verwende, habe ich schlicht mehr nicht mehr für die Reh- und Rotwildjagd. Nachtjagd und Kürrungsjagd im Wald ist für die Waldwildschadensentwicklung katastrophal und gehört abgeschafft. Die oft notwendige Ausrichtung der Treib- und Bewegungsjagden auf Schwarzwild schadet der effizienten und tierschutzgerechten Bejagung von Reh- und Rotwild. Die gerade jetzt durch modernste Nachtzieltechniken mögliche 24-Stunden-Jagd an 365 Tagen müsste die Waldbesitzer und Förster extrem unruhig machen. Wo und wann ist in Deutschland noch eine ungestörte Nahrungsaufnahme des pflanzenfressenden Schalenwildes eigentlich möglich, wenn selbst in stockfinsterer Nacht die Schüsse fallen? Und dann noch die immer weitere Verlängerung der Jagdzeiten. Welch ein Teufelskreis! Zweite Betrachtungsebene. Ich möchte im zweiten Teil meines Vortrags auf die Betrachtung des Lebensraums und die Einflüsse der Forstwirtschaft eingehen. Wir wissen, dass Lebensraumzerschneidung, Einengung der Lebensräume und menschliche Störungen hohen Schadensdruck im Wald bewirken. Gerade beim Rotwild können diese einengenden Faktoren Rudelgrößen bewirken, die örtlich und zeitlich enormes Schadpotenzial haben. Vielfalt, Struktur, Grundqualität der Waldlebensräume, aber auch der angrenzten Offenlandbereiche haben enormen Einfluss auf die Waldwildschäden. Heruntergebrochen auf die Praxis sehe ich erhebliche Defizite bei den Maßnahmen der Lebensraumgestaltung, die wir Jäger selbst in die Hand haben. Umfang, Struktur und Qualität der Essungsflächen im Wald sind oft vollkommen unzureichend, falsch geplant und nicht wildartenbezogen gepflegt. Das Rotwild möchte keine gedüngten, hochproduktiven Wildesungsflächen, sondern eher arme, mit Deckungsbuchten versehene Daueresungsflächen, möglichst ohne Mulchen, ohne Düngen und vor allem ohne Jagd. Wo sind die oft in den Pachtverträgen festgelegten 2%-Ziele für Wildesungsflächen wirklich umgesetzt? Energiereiche Wildäcker, Fütterungen und Kürrungen im Wald sind ebenso wie Maisäcker in Waldnähe kontraproduktiv. Und nutzen wir wirklich die Waldinnenränder, die Wegeränder, die Holzpolterplätze oder auch einmal eine Schneise für die Essungsverbesserung. Ich wage als Forstamtsleiter mal die These aus meiner Perspektive, die nicht von wenigen Jägerinnen und Jachtverbänden manchmal negativ gesehen werden. Ich behaupte, moderne, naturnahe Forstwirtschaft entschärft Probleme und nützt dem Wild. Naturnahe Waldbau führt eindeutig zu mehr Diversität und zu einer Erhöhung der Lebensraumkapazität. Auch das Licht auf dem Boden nach Durchforstungen und Großmaschinen führt zu einer höheren Essungsvielfalt. Die Bekenntnis der Forstbetriebe heute, die Vielfalt der Baumarten deutlich zu erhöhen, auf laubholzreiche Mischbestände zu setzen oder verstärkt Naturverhöhungen zu fördern, ist für das Wild und viele andere Tierarten gut. Folgende Maßnahmen können die Waldbesitzer gezielt zur Vermeidung von Waldwildschäden durchführen. Die Wiederbewaldungsflächen sollten nicht mehr flächig bepflanzt werden. In Rheinland-Pfalz sind große Anteile von freien Sukzessionsflächen Teil der Waldbaustrategie des Landes. Die mit Naturverhöhungsverfahren ankommenden Baumarten oder die Bepflanzung mit im eigenen Forstbetrieb sogenannten gewonnenen Wildlingen sind oft weniger verbissgefährdet als Pflanzen aus Baumschulen. Notwendige Schutzmaßnahmen sollen kleinflächenbezogen oder im Einzelschutzverfahren durchgeführt werden. Großflächige Zaunanlagen, die ohnehin nur selten vom Wild dicht zu halten sind, sollten nicht mehr gebaut werden, um die Lebensräume und die Äsung nicht weiter einzuengen. Nadelholzreinbestände sollten so früh wie möglich auch zur Stabilisierung der Zukunftsbäume stark durchforstet werden. So kommt zumindest phasenweise Licht auf den Boden und damit entsteht Esung für das Wild. In unserem staatlichen Forstbetrieb, der zugegeben bereits seit langer Zeit über eine ausreichende Vielfalt an Nadel- und Laubbaumarten verfügt, setzen wir sowohl in der Reifephase, also bei alten Beständen, als auch in der Dimensionierung jüngerer und mittelalter Bäume auf starke Holzernte-Eingriffe und damit intensive Lichtsteuerung. Ein sich über Hektare ausbreitender Artenarmer, ausgedunkelter Waldboden unter dichten Fichtenkronen, ohne jegliche Bodenvegetation, führt doch zwangsläufig dazu, dass das Wild seinen Äsungsbedarf auf den Kallflächen nebenan stillen muss, die wir gerade aufwendig bepflanzt haben. Heute fast vergessen sind die zahlreichen Maßnahmen, die Forstleute selbst durch eine geschickte Planung der Holzernte leisten können. Denken wir an die Knospen der bei der Holzernte im Winter anfallenden Eichenkronen. Ich könnte Ihnen noch viel mehr aufzeigen, was alles unsere vorderen, also älteren Kollegen in vergangener Zeit alles taten, um hier die Äsungsvielfalt im Wald zu erhöhen. Die forstlichen Maßnahmen können in Waldblöcken konzentriert, geplant durchgeführt werden, um die Häufigkeit forstbetrieblicher Störungen an unterschiedlichen Waldorten zu reduzieren. Holzerntemaßnahmen müssen nicht in der Woche vor der geplanten Drückjagd begonnen werden. Auch die Holzaufarbeitungszeit durch Brennholz-Selbstwerber kann der Forstbetrieb steuern. Wir müssen die Dynamik der Waldökosysteme und auch den Faktor Zeit im Blick haben. Die Wildschadensproblematik ist bei den aktuellen Kallflächen nur eine auf wenige Jahre andauernde Herausforderung. Ebenso verhält es sich mit den Schälschäden. Auch hier wachsen Bestände in das Schälschadensalter hinein und auch wieder heraus. Also, wenn wir als Forstleute bei mir zu Hause den Jägerinnen und Jägern klar machen, dass es bei dem Appell, mehr zu jagen, um ein zeitlich befristetes und räumlich begrenztes Projekt geht und nicht um einen Kampf Wald vor Wild, finden wir Akzeptanz. Das Modell der Intervall- und Schwerpunktjagd wird dann zu einer glaubwürdigen Strategie. Zur nächsten Betrachtungsebene, meine sehr geehrten Damen und Herren, erfolgreiches Wildmanagement muss den Faktor Mensch mit seinen Zielkonflikten und Ansprüchen an die Yachtnutzung beleuchten. Zielkonflikte spielen zwischen Yachtrechtsinhabern und Yachtausübungsberechtigten sowie dem Forst eine gewaltige Rolle. Sie sind oft nicht ausgesprochen, noch weniger intern geklärt und schon gar nicht gelöst. In der Phase des konkreten Waldumbaus im Revier muss es eine klare, gemeinsame, verabredete Zielsetzung geben für die konkrete Waldentwicklung und auch die Yachtnutzung. Gemeinsam hinsehen, gemeinsam hingehen, gemeinsam handeln. Es gilt, die Regelungsfreiheiten in den Pachtverträgen zu nutzen. Gibt es da auch einmal einen positiven Anreiz für die Jäger? Wie konkret und zielführend wären die Wildschadensregelungen formuliert? Man kann die yachtliche Infrastruktur konkret in den Wiederbewaldungsflächen abstimmen, wenn man denn mal miteinander spricht. Die Waldbau- und Bejahrungskonzepte müssen ineinander greifen und miteinander abgestimmt werden. Sind die Zielkonflikte gelöst oder zumindest richtig angeordnet, kommt es auf den richtigen Umgang miteinander an. Egal ob Jägerin, Förster, Waldbesitzer, Interessensverband, wir alle sind angesprochen. Ohne Informationswille, Vertrauen, Ehrlichkeit, Transparenz, Offenheit, echten Dialog, Zusammenarbeit wird das Wald-Wild-Management nicht gelingen. Praxistipp. Yachtkonzept bei hohen Wildschäden. Wie können wir Jäger mit der Art unserer Yachtnutzung im Wald direkt und nachvollziehbar positiv Einfluss nehmen? Einmal den Yachtdruck auf den Älsungsflächen vermeiden. Effiziente und effektive sowie störungsarme Jagd wirklich überlegen und einsetzen. Unsere Drückjachten optimieren und auf die jeweilige Wildart abstellen. Gemeinschaftsansätze auf Rehwild direkt zu Beginn der Yachtzeit war in unseren Forstbetrieben ein wahnsinnig großer Erfolg. Yachtintervalle vereinbaren, Schwerpunktjacht auf den Verjüngungsflächen. Dort bitte keine Äsungsflächen anlegen, keine Salz lecken, keine Kirrung, die Wild anlocken, sondern Bejagung schneisen. Bitte dort nicht zusätzliche Lebensraumverbesserungen betreiben oder Anlocksysteme einbauen. Dann bringen Sie das Wild gerade auf die Kahlfläche. Sie sollten es aber besser dort schießen. Professionalisierung der Yachtdurchführung, Schützenqualität, Schießnachweis, Hundeeinsatz, Optimierung der jachtlichen Infrastruktur, Bejagung schneisen, Drückjachtböcke, Hochsitze, alles das kennen Sie. Ein solches Jagdkonzept können wir in unseren Hegeringen und dafür haben wir eine tolle Organisation als Yachtverbände und Gemeinschaften formulieren und zum Leitbild erklären. Wir werden dann die Akzeptanz und Unterstützung der Förster und auch Waldbesitzer bekommen. Die Betrachtungsebenen Wildbiologie, Lebensraum, Mensch für ein erfolgreiches Wildmanagement habe ich nun beleuchtet. Im Ausblick möchte ich zum Abschluss angesichts der anlaufenden Yachtrechtsnovellen auch in unserem Bundesland noch auf drei neue Vorschläge unseres Verbandes eingehen. Die Weiterentwicklung der Hegegemeinschaften. Wir wollen Rheinland-Pfalz künftig Hegegemeinschaften erhalten und mit den Grundeigentümern organisieren. Zentrales Umsetzungselement von Konfliktlösungen ist in unseren Yachtgesetzen ja immer die Abschussregelung für das jeweilige Schalenwild, welches Wildschäden verursacht. Was mir aber fehlt, ist ein wirksames Instrumentarium zum Vollzug und zur Kontrolle. Auch wenn es im Detail noch einige Verbesserungsnotwendigkeiten gibt, so hat doch der rheinland-pfälzische Weg der Hegegemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts bahnbrechendes bewirkt. Ich nenne neben der Übertragung der Abschussplanung auf die Hegegemeinschaften die flächige, echte Einführung des körperlichen Nachweises aller erlegten Stücke, die Anwendung der Methoden moderner Wildstandserhebung mit wissenschaftlicher Begleitung und das verpflichtende Zusammenwirken aller Yachtbezirke einschließlich der staatlichen Regieyachten in einer Organisation. Für das neue Landesjachtgesetz in Rheinland-Pfalz hat der Landesjachtverband vorgeschlagen, die Integration der Yachtrechtsinhaber, also der Waldbesitzer und Yachtgenossenschaften mit Sitz und Stimme in die Hegegemeinschaften zu wagen. Nur so kann aus unserer Sicht das hier und da bestehende Misstrauen gegenüber den Hegegemeinschaften als Yachtpächter-Lobbyverein überwunden werden. Wir wollen in den Vorständen auch jeweils einen Forstsamtsleiter, aber auch einen Rotwild-Fachexperten gesetzlich etabliert wissen. Zweiter Punkt, Wildnachweisung und Abschussplanung digitalisieren. Sind wir vor Ort in einer Phase Schalenwildbestände wirksam absenken zu müssen, kann es nicht sein, dass unsere Wildnachweisung oft erst dann ausgewertet wird, wenn das nächste Yachtjahr bereits längst begonnen hat und die Abschussplanung bereits gemacht wurde. Aus unserer Sicht brauchen wir, zumindest auf Ebene des jeweiligen Bundeslandes, ein zentrales digitales Yachtnetz. Durch entsprechende Apps auf den Smartphones und die digitale Einbindung jedes Jagdreviers müssen wir in der Lage sein, unsere Wildabschüsse unmittelbar nach der Erlegung zu erfassen und nur noch digital zu übermitteln. Die direkte Anbringung einer Wildmarke würde erhebliche Vorteile auch für die sichere Verfolgbarkeit des erlegten Wildes bringen, denken wir an Wilderei oder an die Wildbretthygiene. Wie kann man eigentlich ohne Zahlen, ohne jegliche Zahlen in Deutschland unterjährig Wildmanagement in einem Lebensraum revierübergreifend betreiben? Das frage ich mich. Und darauf kommt es doch eigentlich an. Eine gute, verlässliche Streckenstatistik würde auch wichtige wissenschaftliche Analysen landes- und bundesweit ermöglichen. Eine der wichtigsten Aufgaben der Yachtverbände sehe ich an der Information- und Weiterbildungsoffensive. Zugleich müssten ebenso Försterinnen und Förster sowie Yachtrechtsinhaber und Yachtrechtsinhaberinnen wesentlich intensiver über die Zusammenhänge der Wildschadensursachen informiert und für eine gute Zusammenarbeit geschult werden. Wir brauchen Förster, die etwas vom Wild verstehen und Jägerinnen, die etwas vom Wald verstehen. Wir brauchen Yachtrechtsinhaber, die aufgeklärt und in ihrer Verantwortung für Ökonomie und Ökologie für Tier und Mensch in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen. Eine staatlich geförderte, gerne auch online betriebene Yachtakademie, in der Fachleute, Juristen, Verbände zusammenwirken und die Zielgruppen des Wald-Wildmanagements gemeinsam weiterbilden, vielleicht wäre das ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wende den Blick noch auf dieses eine Bild, nämlich das vermissen wir gerade, glaube ich, diejenigen, die gerne die Hirschprunft haben. Es ist der 26. heute. Ich wünsche Ihnen aber, dass Sie nach dieser Tagung in den nächsten Tagen dieses faszinierende Naturerlebnis Hirschprunft nicht nur als Jäger, sondern auch als Waldbesucher genießen können. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Bartmann. Ich habe eben schon gesagt, Sie haben ja im Grunde genommen drei Hüte auf. Ich habe Sie ja angekündigt und vorgestellt dann auch. Sie kennen das Feld also aus unterschiedlichen Perspektiven. Das wurde ja auch deutlich im Verlauf Ihrer Erläuterungen. Sie haben aber im Grunde genommen ja das Idealbild aufgezeigt mit den Praxistipps, mit den Analysen. Jetzt mal Hand aus Herz. Wo geht es ganz gut schon mit der Wirklichkeit überein und wo klemmt es noch? Also ich glaube, dass es viele, viele positive Beispiele insbesondere vor Ort gibt. Also wir reden viel zu wenig über Förster, die sich super mit ihrem Jachtpächter verstehen und richtige Wege gehen. Unter dem Radar der Jachtpolitischen Diskussion läuft, glaube ich, sehr viel. Und also ich denke schon, wenn die Forstämter offen sind und wenn die Bereitschaft vor Ort auch da ist, dieses Problem wirklich anzugehen, fernab auch der Jachtpolitischen Diskussionen, die vielleicht auf Landesebene über ein Gesetz geführt werden. Das vergiftet manchmal die Atmosphäre, ist es aber, glaube ich, schon so, dass vor Ort die Dinge entwickelt werden können. Und je praxisnäher und je näher wir am Objekt arbeiten, sowohl, wie gesagt, an den Wildtieren und ihrer Biologie als auch am Wald, der jetzt Verjüngung braucht, umso verständlicher wird es. Und wenn man dann die gemeinsamen Waldbegänge hat, das finde ich so den Schlüssel zum Erfolg. Und die Förster, auch die Jäger unterstützen, wenn sie sagen, da passt ein guter Hochsitz hin, meinen Zaun, den mache ich da hin und da hast du eine tolle Schneise, da schicke ich dir den Mulcher hin. All diese Dinge sind machbar, wenn man miteinander redet. Ich glaube, vor Ort läuft viel, viel Gutes. Dankeschön. So, jetzt sind Sie wieder dran, wenn Sie Fragen haben oder Meinungen oder Zweifel, dann hätte ich gerne einen Finger in der Luft. Aber alle sind so erschlagen und so begeistert. Ich weiß es gar nicht so genau. Können wir die eine Folie noch sehen? Da war gerade das viertletzte oder so, das Kommunikationsleitbild. Können wir das nochmal eben sehen? Das war irgendwie das viertletzte, genau. Da ist es, Kommunikationsleitbild. So, jetzt aber nochmal, hätte ich ganz gerne von Ihnen, wenn Sie mal diese Punkte durchgehen. Von 0 bis 10, wie weit sind wir beim Informationswillen bei den Beteiligten? Jeweils? Ja. Informationswille würde ich sagen Nummer 6. Okay, Vertrauen? Oh, 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 oh. Ich bin mal bei einer 5. Aha, Ehrlichkeit? Das wird schwierig. Ich gehe jetzt weiter runter. Nein. Ich muss ein Beispiel erzählen in Sachen Ehrlichkeit. Körperlicher Nachweis hatte ich eben gesagt, als Einführung bei Rotwild-Hicke-Gemeinstitutionen. Verpflichten für jeden, ja, und zwar sofort innerhalb von 24 Stunden. Ich hätte nie geglaubt, dass in meiner Hegegemeinschaft mit 24 privaten Yachtpächtern das möglich gewesen wäre. Ich hatte richtig Schiss davor. Wie kriegen wir das hin? Und dann sagten mir Yachtpächter und gestandene Yachtpächter, Sie wissen, was ich damit meine, selbstbewusste, die durchaus wissen, ihren Bürgermeister für sich einzunehmen, sagten, wir haben doch nichts zu verbergen. Wenn wir jetzt da nicht mitmachen, wir haben nichts zu verbergen und dann sind die Yachtpächter hingegangen, haben gemeinsame Wildkammern gemacht und wir haben in unserer Hegegemeinschaft ungefähr sechs große Wildkammern, wo die Yachtpächter, die sie zusammen betreiben, jeder hat den Kot von dem anderen und auch unsere Wildzählungen laufen ja so, dass man in die anderen Reviere fährt und nicht der Pächter sein eigenes Wild zählt. Und diese Dinge waren sehr erstaunlich. Also insofern bei der Ehrlichkeit, es gibt sicherlich schwarze Schafe, aber ich glaube, dass auch der Yachtpächter, der vielleicht seinen Wild besonders liebt, trotzdem sich eine Ehren, also so ähnlich wie die Grundsätze eines ehrbaren Kaufmanns hat. Okay, das wäre dann... Ich glaube schon, dass in unserer Jägerschaft das abrufbar ist. Trotzdem, ich habe mir das jetzt in den Kopf gesetzt. Entschuldigung. Eine Zahl bei Ehrlichkeit? Ja, dann bin ich doch mal bei einer sechs. Okay, Transparenz? Da sind wir mittlerweile viel besser geworden, acht. Okay, Offenheit? Auch sieben. Okay, echter Dialog? Ja, da müssen wir noch zu wenig. Drei? Aha, Zusammenarbeit? Vor Ort acht, auf Landes- und bundespolitischer Ebene eher zwei. Oh, aha. Das ist aber nun jetzt mal spektakulär. Ja, nein, nein, ich finde es total in Ordnung, aber deswegen, ich meine echter Dialog, deswegen sind wir hier heute zusammen. Und was den letzten Punkt angeht, deswegen sind wir auch in Berlin vielleicht... Okay, zweieinhalb. Also auf die Art und Weise kommen wir dann vielleicht wirklich ein Stückchen voran. Danke Ihnen recht herzlich, schön, dass Sie da waren und gleich gibt es noch Gespräche in der Kaffeebaut, in der Mittagsbaut. Vielen, vielen Dank. So, jetzt sind wir wieder total digital per Webex oder als Teams oder ich weiß es gar nicht, ist auch egal, ist uns Professor Gerhard Reiner zugeschaltet, wie ich hoffe. Da oben sehen wir ihn in der Ecke von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Herzlich willkommen, ein Applaus, ein freundlicher Applaus von Ihnen. Ja, herzlichen Dank. Ich bin noch ganz geblättet, das war nicht anders zu erwarten, aber der Beitrag von Herrn Bartmann, das war wirklich fantastisch. Vielen Dank dafür. Ich bin auch froh, dass ich die Möglichkeit habe, nun mit ganz aktuellen Daten zu Ihnen zu sprechen. Und ich bin froh, dass ich, ich habe zeitlich das alles nicht gut geklappt, dass ich jetzt per Internet dazugeschaltet bin. Ich denke, das müsste ja auch gut klappen. Ja, es ist, das Bild ist ja okay, würde ich sagen. Der Ton ist hervorragend. Insofern eine gute Basis dann auch für Ihre Präsentation zum Thema Isolation und Verlust genetischer Vielfalt beim Rotwild. Auch da wiederum Praxis, wenn man so will, Ableitungen für die Jagdpraxis. Wir sind sehr gespannt. Ja, vielen Dank. So, jetzt muss das nur weitergehen. Wieso geht das nicht? So, also das Grundproblem, jetzt muss ich hier nur noch was zumachen. Moment, sorry. Das Grundproblem ist, dass wir ja die zeitgemäße Umsetzung der Waldbaukonzepte in manchen Gebieten doch aufgrund hoher Populationsdichten etwas deutlich gefährdet sehen. Und dass wir gleichzeitig allgemein annehmen, dass Rotwild ja völlig ungefährdet ist. Es gibt viel zu viel davon. Es ist weit verbreitet. Auch die Lebensräume sind überall vorhanden. Und beides zusammenführt natürlich dann zu einer Forderung nach scharfer Restriktion und Reduktion. Aber die Frage ist, ob die Populationen wirklich so ungefährdet sind. Und da hat sich in letzter Zeit eine Menge getan. Die Protagonisten der Roten Liste, die die machen, Sie sehen das hier. Ich weiß gar nicht. Moment mal. Kann man die Maus sehen? Ja. Also ganz aktuelle Arbeiten aus dem Haus, das die Roten Liste macht, sagt jetzt ganz deutlich, dass das häufige Vorkommen und das Vorhandensein von Lebensräumen eben überhaupt nicht ausreicht. Wenn diese Gebiete isoliert sind und wenn genetische Vielfalt nicht erhalten werden, sondern verloren geht und der Austausch zwischen den Populationen nicht erhalten bleibt. Da haben wir also plötzlich eine ziemlich starke 180-Grad-Wendung, die wir weltweit da erleben. Und darüber möchte ich sprechen und ich möchte deswegen mal ganz kurz genetische Vielfalt für so ein bisschen tiefer in den Kopf hineinzukriegen, weil ich glaube, das geht immer so in ein Ohr rein, ins andere wieder raus. Wir, so ein Tier muss ja enorme genetische Baupläne umsetzen und das braucht natürlich für Bau, braucht man Werkzeuge und diese Werkzeuge, das sind dann letztlich die Gene ABC jetzt mal als Beispiel. Und jeder von uns weiß doch, wenn die Frau sagt, hier kannst du mir mal den Nagel in die Wand bohren, dass ich ein Bild aufhängen kann, dann geht das schon los. Also das Gen an sich, der Schraubenzieher reicht gar nicht aus, sondern wir brauchen Genvarianten. Und da gibt es jede Menge und man hat immer den richtigen nicht parat. Und eine Population, die nun eine hohe genetische Vielfalt aufweist, da gibt es auch die ganzen Bits. Und eine Population, die nur wenig Vielfalt aufweist, ja, die müssen mit einem Bit versuchen, auch die anderen Schrauben irgendwie reinzukriegen. Da ist das eben nicht ganz so einfach. Und dann haben wir natürlich auch noch kaputte Bits. Auch die gibt es ja, die gehen mal kaputt. Und wir haben in der Population solche Defekt-Gene, meistens in Form von nicht erbigen Tieren. Das heißt, ein Bit ist noch funktionsfähig, mit dem kann man noch was schrauben. Der andere ist eben kaputt. Gut. Und wenn wir jetzt aber, und das ist ja wichtig, wir müssen ja unterscheiden zwischen noch großen, guten Populationen und den zahlreichen, vielleicht kleinen, isolierten Populationen. Um die geht es ja in erster Linie. Denn wie sieht es da aus? Je weniger Tiere ich habe, desto weniger Genvarianten kann ich natürlich haben. Desto weniger Bits, weil jedes Tier kann maximal zwei haben. Und wenn ein Tier verloren geht, können schon wertvolle Genvarianten verloren gehen. Und da ja diese Gebiete isoliert sind, können wir auch nicht erwarten, dass von außen neue Genvarianten hinzugetragen werden. Und wenn eine neue Schraube kommt, also wenn das Klima sich ändert, dann fehlt uns eben der richtige Bit. Und wenn wir davon ausgehen, in diesen kleinen Populationen, wir starten also irgendwann. Nicht alle Tiere nehmen an der Vermehrung teil. Wir haben also schon mal einen gewissen genetischen Verlust. Außerdem ergibt sich aus der Vorlage der Gene, dass die nächste Generation schon mal stark Homozygot wird. Also nur noch mit demselben Bit ausgestattet ist Homozygot eben, die ganz blau oder ganz rot. Und na ja, es geht, es gibt mehr Inzucht. Es geht dabei um Inzucht. Und was ist Inzucht? Ganz kurz, Inzucht ist einfach, dass die Chance ansteigt, dass die beiden Genvarianten, die ein Kalb erbt, einmal vom Vater, einmal von der Mutter, letztlich exakt dieselbe sind, weil beide, die von einem gemeinsamen Vorfahren geerbt haben. Und es ist ja logisch, je kleiner die Population und je weniger Austausch unter den Populationen, desto höher ist die Chance, dass genau das passiert. Und wenn jetzt eine kaputt ist, dann ist die andere auch kaputt, weil es ist ja dieselbe. Und dann kriegen wir eben Inzucht-Depression. Und das ist, was in der wieder nächsten Generation passiert, wenn dann diese Misch-Erbigen, denen man gar nichts anmerkt, plötzlich sich miteinander auch anpannen und zum ersten Mal ein rein erbiger Träger eines solchen Defektgenes auftritt. Hier hat es noch funktioniert. Hier funktioniert nichts mehr. Es kommt zum Entwicklungsabbruch. Und besonders gefährdet sind polygene Merkmale. Es ist ja ganz einfach, sich das vorzustellen. Wenn nach der Befruchtung ein Kalb für die Geburt entstehen soll, ein Hirsch sich entwickeln soll oder ein Mensch oder was auch immer, ist ja ganz egal, dann werden etwa 25.000 Gene exakt zu einem bestimmten Zeitpunkt ein- und auch wieder ausgeschaltet. Und theoretisch immer, wenn in so einem Moment ein Gen eingeschaltet wird, bei dem beide Genvarianten defekt sind, dann wird diese Entwicklung entweder abbrechen oder sie wird mit Schäden einhergehen. Das ist das Problem. Und am Ende sterben die Embryonen ab. Wir sehen gar nichts im Wald davon. Aber die Fruchtbarkeit dieser Tiere leidet. Und wenn sie überleben, dann ist typisch, dass eben gerade Anpassungsvermögen, Vitalität, auch Krankheitsanfälligkeit deutlich herabgesetzt werden. Es gibt sogar Daten direkt vom Rotbild aus Schottland, wo man gezeigt hat, wenn der Inzuchtkoeffizient zunimmt, hier nach rechts, dann nimmt das Überleben im ersten Lebensjahr bei Kälbern von 70% auf bis zu 20% runter ab. Das ist nichts, was wir haben wollen. Wir sehen nichts davon im Wald. Aber manchmal haben wir die Möglichkeit, doch einen Anzeiger zu haben, nämlich Missbildungen, zum Beispiel solche Unterkieferverkürzungen. Und es gibt eine Population in Schleswig-Holstein, Hasselbusch, wo wir wirklich regelmäßig nicht nur Unterkieferverkürzungen, sondern auch mal fehlende Nasen und fehlende Augen vorfinden. Und wenn ich sage, dass solche Missbildungen tatsächlich eine Population bedrohen und auslöschen können, dann ist das ja letztlich der Beweis. Sie können die Details auch nachlesen. Herr Zachos hat das super zusammengefasst. Was will man mit dieser kleinen Population noch anfangen, wenn die durchsetzt ist mit solchen Genen? Das war es dann. Das ist vorbei. So, und jetzt brauchen wir ein Maß, wie wir die Überlebensfähigkeit dieser Population beurteilen können. Und da gibt es was ganz Tolles, nämlich die effektive Populationsgröße. Mir wird ja manchmal vorgeworfen, ich würde nur mehr Hirsche fordern, was ja überhaupt nicht stimmt. Es stimmt bedingt für sehr kleine Populationen, wenn ich auch sehe, dass die Möglichkeiten der Lebensraumqualität nicht nur nicht genutzt, sondern immer weiter zerstört werden. Dann sage ich schon, ja, da könnte man auch mal ein bisschen anders rangehen und dann ein paar mehr Tiere zulassen. Aber grundsätzlich brauchen wir ja nicht mehr Hirsche, sondern wir brauchen bessere Hirsche. Darum geht es. Und das will ich kurz erklären. Stellen Sie sich vor, Sie haben drei Populationen, jeweils mit echten 250 Tieren. Und die eine Population, die hat eine hohe genetische Vielfalt. Ja, da klappt alles. Die Tiere können sich super bewegen innerhalb des Gebietes. Es ist ein Austausch mit den Nachbargebieten, da alles fantastisch intakte Sozialstrukturen. Dann bräuchten wir 200 Elterntiere, um diese Vielfalt zu erklären. Und diese 200, das ist die effektive Populationsgröße. Und die genauso große Population nebendran, die jetzt nur mäßige genetische Vielfalt aufweist, da haben wir vielleicht nur eine effektive Populationsgröße von 90. Und hier, da brauchen wir nicht viele Eltern, um das zu erklären. Da haben wir nur eine ganz, ganz geringe effektive Populationsgröße. Und wenn wir diese Zahlen jetzt bewerten, auch das ist ja wissenschaftlich seit langem Standard und völlig anerkannt, dann wissen wir, alle Populationen mit einer, die für sich abgeschnitten sind, mit einer effektiven Populationsgröße unter 100, und das wären diese beiden zum Beispiel, die haben überhaupt keine Möglichkeit, ihre kurzfristigen Inzuchtdepressionen in irgendeiner Form noch aufzufangen. Also für die sieht es schlecht aus. Und Populationen, die nicht wenigstens 500 bis 1000 als effektive Populationsgröße haben. Und bedenken Sie immer, was ist eine Population? Es ist eine abgegrenzte Einheit. Wenn ich also Isolation schaffe und die Tiere sich nicht mit anderen austauschen können, dann entsteht so etwas. Und wenn diese Populationen jetzt unter 500 bis 1000 haben, das wäre hier auch gegeben, dann können sie sich langfristig nicht mehr anpassen. Also auch nichts für die Zukunft. Und was wir, Entschuldigung, was wir machen müssen, wir müssen eben wieder vernetzen. Wenn wir die wieder vernetzen, wird es gar nicht mehr Tiere. Es bleibt bei 750, aber die effektive Populationsgröße, die steigt auf hier ungefähr 700 an. Und dann haben wir dieses Problem ganz gelöst und das hier auch, ja, eigentlich auch ganz. Das ist der Aspekt. Also, es geht nicht um die absolute, sondern um die effektive Populationsgröße. Das nochmal als ganz wichtige Take-Home-Message, dass man da bitte nicht falsch verstanden wird. Jetzt der zweite Teil. Wie steht es ums Rotwild? Und ich bin sehr froh, Ihnen jetzt, die hessische Studie werden viele von Ihnen schon kennen. Die haben wir ja schon oft vorgestellt. Und ich bin total glücklich, dass wir jetzt auch die Studie von NRW abgeschlossen haben. Und wir haben jetzt also ein super Fundus von 2400 Tieren und mit interessanten Ergebnissen, die ich Ihnen jetzt vorstellen will. Das Untersuchungsgebiet ist also jetzt nicht mehr Hessen allein, sondern auch NRW mit dazu. Und ich bin ja selbst erschrocken, als ich die Besiedlungsdichten hier gesehen habe. Im Vergleich, dass das Rhein-Main-Gebiet, ich habe keine Zeit, sorry. Also ganz viele Autobahnen auch überall. Das kennt man ja auch natürlich, die Rotwild-Gebiete, die wieder dazu führen, dass es eine Fragmentierung der Lebensräume gibt. Und so haben wir schon sehr viele kleine und isolierte, vielleicht isolierte, das wissen wir ja noch nicht, Populationen und können vermuten, dass ein gewisser Einbruch an Genetischer Diversität stattgefunden haben könnte. Das ist ja die Fragestellung. Wir haben insgesamt 40.000 Analysen jetzt durchgeführt mit, wie gesagt, 2.400 Tieren. Und dieses Bild zeigt eigentlich alles. Das ist das Gesamtergebnis. Und was man sieht, ist einmal die genetische Vielfalt. Sie sehen hier oben zum Beispiel, da kann man nicht sagen genetische Vielfalt, weil im Prinzip jede Farbe steht für einen Genotypen. Das heißt, hier haben wir im Wesentlichen einen Genotypen und noch so ein bisschen ein paar Restsachen. Hier genauso. Hier sieht es eigentlich auch fast schon so aus. Hier unten sieht es so aus. Ja, also das ist schon weit verbreitet. Und in der Mitte im Rota-Gebirge, topografisches Rota-Gebirge, da ist alles bunt. Da haben wir eine hohe genetische Vielfalt. Und der zweite Punkt ist der, wenn wir Nachbargebiete vergleichen, gucken wir in die Eifel, sieht alles gleich aus. Das heißt, hier ist ein super Austausch. Ist auch nicht anders zu erwarten. Dasselbe gilt hier. Hier ist ein super Austausch zwischen den Gebieten. Aber wenn wir hierher schauen, schon, da ist gar kein Austausch mehr. Oder das da oben oder das hier. Sie sehen, diese Gene, die sind in der Nachbarschaft überhaupt nicht vorhanden. Die beiden hängen zusammen, aber haben mit dem Rest gar nichts mehr zu tun. Ja, also auf einen Blick sehen wir, wie hoch ist die genetische Vielfalt und wie hoch ist der genetische Austausch oder die Isolation. Und wir haben das auch quantifiziert. Und diese Zahlen sind natürlich erst mal sehr relativ. Aber aus Erfahrung über jetzt schon zehn Jahre wissen wir, dass alles, was hier rot dargestellt ist, das heißt nicht, dass hier fünf Tiere gewandert sind, sondern das heißt, dass wir hier extrem weit weg sind von einer Möglichkeit, dass da überhaupt irgendwas gewandert sein könnte. Also rot ist absolut sicher dicht. Orange ist sehr unwahrscheinlich, dass da noch irgendwas aktuell wandert. Das liegt daran, es ist ja einfach vorstellbar, irgendwann gab es die Barrieren nicht. Und da hat sich das Wild natürlich ausgetauscht. Das heißt, die Frequenzen der Gene und die Genvarianten, die sind natürlich vom Anfang an, haben ja alle mehr oder weniger dieselben gehabt. Und dann kam eine Isolation und dann haben sich die Gebiete getrennt voneinander entwickelt. Das heißt, Reste, Ähnlichkeitsreste sind ja noch vorhanden. Und deswegen sind diese Zahlen sehr schwer. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass das, was Sie hier sehen, das Optimum dessen ist, was überhaupt da sein könnte. Also wir werden die Isolation nicht überschätzen, sondern ganz sicher unterschätzen. Das heißt, in Wahrheit ist es noch schlimmer, als hier dargestellt. Aber es ist schlimm genug, brauchen wir jetzt nicht über Details reden. Das Gelbe, da ist schon ein Austausch da. Das Grüne, da ist der Austausch gut. Und das Dunkelgrüne, da ist er also ganz hervorragend. So sieht das im Prinzip aus. Und wenn man das zusammenfasst, dann können wir sagen, wir haben fünf Rotwildregionen und da ist ganz dramatisch toll, das ist auch ganz logisch, genau am Übergang zwischen zwei Bundesländern, wo sich keiner interessiert, wo niemand wohnt. Wir könnten eine hohe Korrelation berechnen aus, wie gut geht es genetisch dem Rotwild und wie viele Menschen leben dort pro Quadratkilometer. Das würde sehr gut passen, aber es ist nicht allein der Punkt. Aber naja, es ist sehr wichtig. So, Rothaargebirge, hier haben wir als Angebiet Eifel. Leider haben wir ja keine Daten hierzu, die wir jetzt direkt vergleichen können zu Rheinland-Pfalz oder zu Belgien. Das wäre auch noch total spannend, wie das hier aussieht. Vogelsberg, Taunus, Eifel hatte ich schon, hinten ist noch so ein Bereich, wo wir Regionen haben. Dann haben wir einige weitgehend abgegrenzte Gebiete, Spessart, Hollingswald, hier oben Möhne, Hansberger Wald und Prilon und das Ecke-Gebirge. Und vor allem haben wir, also da ist noch ein gewisser Austausch da, aber der ist stark am Bröckeln. Und alles, was hier rot dargestellt ist, da haben wir die absolute Isolation. Da sind Gebiete dabei, wie der Rhein-Hardswald, da ist das nicht so schlimm, weil der groß genug ist und für sich selber und vielleicht auch mit Austausch nach Norden, das wissen wir hier nicht, gegeben ist. Aber wir haben viele kleine Gebiete, da sieht es dann nicht so toll aus. Und wenn wir die effektive Populationsgröße jetzt der isolierten Gebiete uns anschauen, dann sehen wir 14 Gebiete. Das ist ein ganz hoher Anteil. Und vorweg ist immer Reichswald, Kleve, Nutscheid, Ebbe-Gebirge, nördliches Ruhrgebiet. Ja, das sehen die alle hier. Auch Möhne, Prilon, Kruftdorf, Forst und so weiter. Ich habe sie alle mal eingekreist. Da sieht es wirklich schlecht aus. Also die erreichen die Grenzwerte, um aktuelle Bedrohung aufzufangen, erreichen die gar nicht. Da haben wir wirklich ein Problem. Und dieses Problem, das sehen wir ja auch, das zeigt sich mit Inzuchtdepressionen, wie eben diesen Unterkieferverkürzungen. Wir haben seit 2018, es ist klar, das ist nicht systematisch untersucht. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Aber was wir genau wissen, sind eben diese zehn Tiere aus sechs Gebieten. Ich habe es hier mal aufgeschlüsselt, wo das bis jetzt vorgekommen ist. Und natürlich haben wir ein bisschen Sorge, dass wir vielleicht gerade in den kleinen Gebieten irgendwann schleswig-holsteinische Verhältnisse kriegen können. Das ist durchaus möglich. Und da müssen wir jetzt aufpassen und jetzt reagieren. Schlussfolgerung, wir haben also historisch sehr gut vernetzte Populationen. Und das Gute an der Studie, das, was uns hochspringen lässt, ist, dass das Rothaargebirge, dieser Riesenkomplex, sich wirklich als Epizentrum der Rotwildgenetik darstellt. Aber Achtung, auch dort, Sie haben es vorhin gesehen, da waren auch gelbe Bereiche. Auch dort können wir schon Barrieren erkennen, die vielleicht mit Tourismus was zu tun haben, die vielleicht mit rotwildfreien Gebieten was zu tun haben. Das muss man jetzt im Detail klären, was da los ist. Aber 50 % aller untersuchten Gebiete, da sieht es schlecht aus mit Vielfalt und Austausch. Die Details haben wir alle besprochen. Und wir finden eben schon etliche Inzucht, Depressionen. Und ich kann Ihnen versichern, wir haben dazu leider keine Daten, aber es ist wissenschaftlich, mathematisch völlig logisch, dass wenn ich solche Inzucht-Depressionen wie Unterkirchverkürzung finde, dann mit Sicherheit in Sachen Fruchtbarkeit und Vitalität massive Auswirkungen schon vorliegen und zu erwarten sind. Da braucht man noch Daten, um das dann zu quantifizieren. Wir müssen handeln. Das auf jeden Fall. Wir müssen handeln. Was können wir an Maßnahmen erzielen? Die intakten Populationen, also jetzt Eifel, Vogelsberg, vor allem Rothaar-Gebirge natürlich. Das muss erhalten bleiben. Ich sagte schon, wir sehen da auch schon Tendenzen, dass das dann immer mehr abnimmt. Klar, die Besiedlung nimmt immer mehr zu. Es wird immer neu gebaut. Da muss man aufpassen, dass hier diese nicht abrutschen in den nächsten Bereich, wo sich jetzt diese nördlich des Rothaar-Gebirges, also Möhne, Egegebirge und so weiter, dass wir hier neuralgische Punkte entschärfen und sonst rutschen die wieder ab zu den isolierten Populationen und die brauchen Wiedervernetzung. Wir müssen, wir haben jetzt gezeigt, wo ist der Austausch unterbrochen. Wir haben gezeigt, wie hoch ist die genetische Vielfalt. Jetzt brauchen wir Wiedervernetzung zwischen den Gebieten, um die Qualität und effektive Populationsgröße zu verbessern. Und wir müssen daran arbeiten, die Lebensräume zu verbessern, so wie der Herr Bartmann das ja wunderbar dargestellt hat. Bin ich wieder eins zu weit? Entschuldigung. So, und Konsequenzen fürs Management für diese Wiedervernetzung wäre also erst mal, es reicht sicher nicht aus, dass man jetzt Rot-Wild-Hege-Gemeinschafts-mäßig nur denkt, sondern die müssen zusammenarbeiten. Das Ganze muss als Einheit gesehen werden, auch übergreifend über die Länder. Es geht doch nicht, dass man hier einfach wie in Tansania und Kenia damals mit Chimec, dass man sagt, ja, wir gucken hier und ihr guckt da. Nein, man muss das zusammen im Auge halten. Und das gilt für alles. Das ist, wir dürfen nicht so starr in Rot-Wild-Gebieten denken, sondern wir müssen Rot-Wild-Regionen aufs Blatt kriegen. Wir brauchen mindestens Wanderkorridore. Wenn Sie sich dieses Bild hier mal anschauen, alles, was weiß und rot ist, da kann, das ist eine Widerstandskarte, dort wird Rot-Wild nicht wandern. Wo Rot-Wild wandert, das sind diese kleinen, schmalen Streifen, die so blau und gelb dargestellt sind. Jetzt stellen Sie sich vor, jemand hat die Idee. Also diese ganzen Gebiete, die sind sehr ländlich. Das kann man mit dem bloßen Auge, das sieht man nicht, ob da jetzt was wandern, das sieht toll aus. Und wenn jetzt hier irgendwo, sagen wir mal, hier ein Supermarkt geplant wird für die Bevölkerung, dann ist das gar kein Problem. Wenn der aber hier geplant wird, dann ist der gesamte Bereich, die gesamte Wanderung zwischen diesen beiden Gebieten und dem hier abgeschnitten. Gut, da oben läuft noch was, aber von hier nach da, das dann abgeschnitten. Und deswegen ist es brutal wichtig, dass wir diese Dinge jetzt endlich auflegen, bevor es zu spät ist und in die Raumordnungsplanung aufnehmen. Und wir müssen natürlich auch andererseits dann die Möglichkeit schaffen, dass Rot-Wild wandern kann. Nicht die weiblichen, darum geht es nicht, aber die jungen männlichen Tiere, zwei bis fünf Jahre, deren Aufgabe ist es, die Genetik zu transferieren. Die bringen den Fluss und das, was die effektive Populationsgröße erhöht. Und das ist natürlich auch eine große Verantwortung für die Pächter von Wanderkorridorrevieren. Und ich denke, da muss auch irgendeine Lösung gefunden werden, dass die dann irgendwie beteiligt werden, dass die nicht nur da sitzen und sagen, okay, wir dürfen nicht schießen, sondern sie müssen irgendwie eine andere Möglichkeit haben. Sonst wird man das Ganze wahrscheinlich nicht umsetzen können. Wir müssen den Anteil junger Hirsche steigern. Diese Jagdlenkung. Ja, der Spießer ist einfach zu erkennen. Klar, da wird er geschossen. Reproduzieren das weibliches Wild ist sehr schwierig. Aber wir müssen da drangehen. Wir müssen hier Möglichkeiten schaffen, weil nur so können wir A, die Bestandsreduktion wirklich effizient umsetzen. Wir kriegen dann noch mehr Hirsche der Klasse 3, was ja auch nicht schlecht ist. Und wir kriegen eine bessere Sozialstruktur, Altersaufbau, Geschlechterverhältnisse. Also viel bessere Population mit besserem Austausch, mit besserer effektiver Populationsgröße und geringerer Gefahr wegen Inzucht und Co. Wir kriegen dabei auch mehr Wanderhirsche und können die Isolation überwinden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, dass man das umsetzt. Dann als zweites Verbesserung der Lebensraumqualität. Es ist klar, wir wissen das ja, haben wir heute auch schon oft gehört, dass dadurch Schälschäden reduziert werden. Und ich denke, es kann ja nicht sein, wenn man sich dieses wahnsinnige Unheil des Klimawandels anguckt, was für ein Großereignis. Und jetzt, ich habe oft das Gefühl, dass jetzt am Klima kann man nicht viel machen, so akut, aber am Wild kann man was machen, dass da das Wild in eine Breche springen muss, die ihm vielleicht in der Form gar nicht zusteht. Also ich denke, wir müssen nicht das Rotwild unreflektiert abbauen, sondern die Stressoren, die dazu führen, dass die Tiere Schälen anfangen. Und was wir machen können, ist Ruhezonen. Ruhezonen ist essentiell, wird aber kaum umgesetzt in vielen Gebieten. Ruhezeiten haben wir auch alles schon gehört heute. Viel detaillierter, ich habe ja auch keine Zeit. Furchtbar. Andere hatten auch keine Zeit. Wir müssen die Jagd eingrenzen. Im Moment wird doch rund ums Jahr irgendwas gejagt. Und diese Ruhe, dieser Stress, diese Störungen auch von, alle müssen anderen Störungen, die treiben das Wild in den Wald und die führen zu Schälschäden. Und jetzt immer weiter Wild zu reduzieren, führt halt dazu, dass diese Inzuchtfalle zuschnappt. Und dann haben wir bald kein Wild mehr. Ich finde es super, dass man diese Schwerpunkte, ja, warum hat der Herr Herzog das so schön erforscht und dargestellt? Ja, wenn wir es nicht anwenden. Wenn ich nur gucke, wie viele Tiere müssen geschossen werden und dann gießkannenartig irgendwo was schieße, werde ich ja, kann ich ja nichts erreichen. Ich muss dort, die sind relativ standorttreu, ich muss dort schießen, wo die Schäden stattfinden. Und dann brauche ich weniger schießen und habe viel mehr Erfolg für die Schäden. Und auch der Punkt hier noch, Schutz von Kulturen, Anpflanzungen. Also es verwundert mich wirklich ein bisschen, wenn es heißt, alle Kulturen müssen also ohne Schutz großgezogen werden. Kann ich nicht so ganz verstehen. Wenn in Afrika Elefanten abgeschossen werden sollen, weil sie irgendwas zertrammeln oder giraffen, dann sagen wir alle, um Gottes Willen. Aber hier wollen wir nicht mal irgendwie die Kulturen schützen und Wild wird wie Schädlinge oft nur behandelt. Also das kann ich mir irgendwie alles nicht so ganz vorstellen. Noch ein letzter Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, weil ich ständig darauf hingewiesen oder gefragt werde. Austausch von betäubtem Rotwild. Also die Idee, der Mensch kann ja alles, der Mensch hat alles im Griff. Wir können jetzt Tiere von einem Gebiet entnehmen und dann woanders hinführen. Sowas ist extrem wichtig bei aussterbenden Tierarten. Ja, wie es denn zum Beispiel, wenn man da was machen will, wie sonst sollte man das hinkriegen? Aber es ist keine Lösung fürs Rotwild. Denn wir haben noch wirklich genügend genetische Vielfalt vorhanden. Eine Selbstheilung ist hier möglich. Und wenn wir betäubte Tiere verbringen, dann schaffen wir ja Wildpark. So wie beim Rebhuhn. Ja, die Bevölkerung läuft rum. Oh, das ist ein Rebhuhn. Ach, wie toll, dass diese Viecher aber genetisch völlig verarmt sind, irgendwo erzüchtet, die die natürlichen Populationen noch kaputt machen und so weiter. Also das ist der ganz falsche Weg. Nur typisch aber für unsere Gesellschaft Weg des geringsten Widerstandes. Außerdem, wenn man das mathematisch mal durchrechnet, wenige Tiere können gar keine Verbesserung bringen. Es gibt auch aus der Vergangenheit Erfahrung, dass die meisten Hirsche gar nicht richtig zur Vermehrung kamen, die man irgendwie eingeführt hat. Und es geht auch nicht nur um den Hirsch, es geht ja um das gesamte Ökosystem. Da können Sie auch Feuersalamander betäuben und tausende Arten. Ich glaube, also ich bin sicher, dass das keine Lösung ist. Wir brauchen Wiedervernetzung. Ich bin gleich fertig. Fazit. Er hat es gehört. Ja, der Rothirsch. Ja, ich habe ja auch viel später anfangen müssen. Nein, 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 Sie haben jetzt 27 Minuten schon. Ich habe genau gezählt. Oje, das tut mir leid. Also Rothirsch als Eckpfeiler der Biodiversität anerkennen, anerkennen zu sehen, dass die Hälfte der Population bedroht ist und dass wir müssen wieder verletzen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Mitarbeitern, bei Herrn Laumeier vor allem, der die Proben gesammelt hat und im Labor aufgearbeitet hat, ganz tolle Arbeit geleistet hat und ganz besonders beim Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen, insbesondere mit der Wildtier- und Biotop-Schutzstiftung. Und ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Professor Rainer. Nichts für ungut, aber das ist meine Aufgabe, teilweise dann eben auch auf die Uhr zu gucken. Und gleich sind Sie wieder dran mit Ihren Fragen. Aber ich habe wie immer noch ein oder zwei. Nämlich, was machen wir denn jetzt mit der Warneheide und mit Minden? Das waren ja katastrophale Zahlen, die Sie da vorgelegt haben. Ich bin ja Außenstehender. Ich stelle mir dann immer vor, dass Sie dann Transporte organisieren von Rotwild dorthin. Oder wie soll das gehen? Also Warneheide sieht gar nicht so schlecht aus wie die anderen isolierten Gebiete. Das zeigt schon, dass dort wahrscheinlich, ich kenne nicht die exakte Situation bis jetzt, aber dass dort wahrscheinlich intern vom Lebensraum her und vom ganzen Management alles besser läuft, als jetzt zum Beispiel in Minden oder in anderen kleinen Gebieten. Aber dann nehmen wir mal Minden. Wie wollen Sie, was ist Ihr konkreter Vorschlag, dass das da geändert wird? Grundsätzlich bin ich, wie ich ja gerade ausgeführt habe, gegen solche Transporte. In diesem Falle, mit so Kleinstgebieten wäre das vielleicht trotzdem schon eine Ultima Ratio, die man mit einbeziehen müsste. Aber das Wesentliche ist, dass man sich dort anschaut, wie ist die Lebensraumqualität? Was können wir tun, dass man auch anhand einer ordentlichen Abschlussplanung, da kann man auch viel bewirken und dann guckt, wie sich es weiterentwickelt. Wer müsste es denn, bleiben wir mal bei dem Beispiel Minden, wer müsste das denn anschieben aus Ihrer Sicht? Wer müsste da sagen, wir haben die Erkenntnis, wir müssen das ändern? Ja, wer ist dafür verantwortlich? Ich meine, eigentlich müsste, meine Erfahrung der letzten Jahre ist die, dass eigentlich es nur was bringt, wenn das von ministerialer Seite angeschoben wird. Wenn das Ministerium sagt, Rotwild müssen wir jetzt erst mal reduzieren und da, sagen wir mal, relative Freiheit lässt, dann sieht man, dass alle nachgeschalteten Ebenen bis runter zum Jäger natürlich das ausnutzen und ein bisschen übertreiben in die falsche Richtung. Deswegen würde ich sagen, dort ist die wichtigste Ebene, wo man ansetzen muss. Und haben Sie den Eindruck, dass das auf Ministerialebene oder auch auf Kommunalebene, auf dem Kreisebene beispielsweise eine Rolle spielt? Sie hatten ja vorhin das Beispiel mit dem wahlweisen Bau eines Supermarktes oder einer Industriefläche an einer bestimmten Stelle, die vielleicht ginge aus Ihrer Sicht und eine andere nicht. Haben Sie den Eindruck, dass sowas in den Landesplanungen, in den Flächenplanungen überhaupt eine Rolle spielt? Nein. Ja, das war mal eine klare Antwort. Ja, ein bisschen deprimierend dann an dieser Stelle auch, aber es ist halt eine klare Antwort. So, wir sind bei Ihnen. Ich halte es selber. Ich halte es selber. Mehr ein Kommentar als eine Frage. Ich habe vor einiger Zeit, als Herr Bouffier noch Ministerpräsident in Hessen war, ihn auf die Ergebnisse vom Kollegen Rainer aufmerksam gemacht. Da hat mir der Staatssekretär geantwortet, dem Rotwild geht es in Hessen wunderbar. Das ist ja nicht auf der roten Linie alles in Ordnung, auf der roten Liste. So sieht es dort aus. Es gibt doch eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, in den Ländern müssen die Einstärzgebiete sofort aufgehoben werden. Das müssen wir dringend fordern. Wenn das nicht passiert, müssen wir selber sagen, okay, wir verzichten auf die Yacht, auf Rotwild, zumindest auf männliche Wanderhirsche, um die Brunft herum, damit auch wirklich ein Genaustausch stattfinden kann. Wir müssen auch da ein bisschen an die eigene Nase fassen. Dankeschön. Das stimmt. Ja, Momentchen. Ich muss, oder Sie haben, genau. Ja, die Kollegin gibt Ihnen das Mikrofon. Die gibt das Mikrofon ab, ich nicht. Ja, einer der wenigen Momente, wo ich mit Herrn Pfandsch immer einer Meinung bin. Rotwildgebiete aufheben. Hangen Sie kurz, wer Sie sind? Ja, Eckhard Fuhr vom Ökologischen Jagdverein. Es muss ja erst mal für den Hintergrund klar sein, dass eigentlich dieses Thema Rotwildgebiete im kleineren Teil Deutschlands eine Rolle spielt und im größeren Teil in ganz Nord- und Ostdeutschland gar keine Rolle spielt, weil es das da nicht gibt. Rotwildgebiete sind in meinen Augen das typische Beispiel dafür, wie eine angebliche Problemlösung die Probleme erst schafft, die sie lösen will. Es ist ein Zirkel, der sich da bewegt, aus dem man nicht ausbrechen kann. Also es gibt geografische Barrieren fürs Rotwild, es gibt technische Barrieren fürs Rotwild, es gibt aber administrative Barrieren fürs Rotwild auch und die kann man ziemlich schnell aufheben. Dann würde in manchen Verbreitungsgebieten auch das Rotwild verschwinden möglicherweise. Das wäre mein zweiter Punkt. Wenn ich mir diese Karte Hessen-Nordrhein-Westfalen angucke, es ist ja doch wirklich auch absurd. Also man müsste die einzelnen Rotwildgebiete auch einmal evaluieren, ihre Geschichte betrachten, wie lange gibt es da überhaupt Rotwild. Das sind nicht alles uralte Rotwildgebiete, sondern manche sind eben erst nach dem Zweiten Weltkrieg, lange nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, nachdem es dort hunderte von Jahren kein Rotwild gegeben hat. Okay, und in welche Richtung geht dann Ihr Plädagogik? Nein, mein Monitum ist, dass wir uns hier mit einem Scheinproblem befassen und dass es zum größten Teil gelöst wäre, wenn man dieses System der Rotwildgebiete einfach aufgäbe. Herr Reiner. Ja, Moment, gerade mal überlegen, wo ich anfange. Also das mit dem, dass Rotwild heute eben seit kurzem erst irgendwo lebt und früher hunderte Jahre gar nicht. Natürlich, ich meine, früher haben die im Winter und im Sommer woanders gelebt und sie waren auf Wanderung. Das gehört zu dieser Art eigentlich dazu. Das können sie aber nicht mehr. Die Auen sind zugebaut, die sind verdonnert, in den Sommereinständen zu bleiben. Das ist klar. Und somit hat sich auch viel geändert. Ansonsten würde ich Ihnen prinzipiell sogar recht geben. Das Problem ist ja nicht, dass man jetzt definiert, wir haben ein Rotwildgebiet oder wir haben kein Rotwildgebiet. Das Entscheidende ist einfach das Verhalten der Jäger und die Autobahn. Und ich glaube, das Verhalten der Jäger ist noch schlimmer. Ich habe genug Gebiete, zum Beispiel die Siegen, da geht die A45. Dort haben wir überhaupt keine Einschränkungen durch die Autobahn, weil die auf sehr hohen Brücken läuft und das Rotwild drunter super wechseln kann. Aber wir haben Gebiete, das sind weder Bundesstraße, also Ausgebaute noch Autobahnen und da geht gar nichts. Und das liegt eben daran, dass dort sehr gründlich geschossen wird, wenn wandernde Tiere kommen. Und das wiederum ist eben dieses Rotwildgebiet. Und ob man das jetzt so nennt oder nicht, das ist, glaube ich, wirklich egal. Da kann man vielleicht wirklich so ein bisschen in die Irre kommen, sondern entscheidend ist, dass man einfach dort, wo diese Tiere wandern, das kann man ja vor Ort auch genauer definieren, dass man dort den Finger gerade lässt, wenn solche Zukunftstiere vorbeikommen. Dankeschön. Dann würde ich sagen, weil wir auch schon eine Wortmeldung haben wir noch. Ja, vielen Dank. Sie sagten, die Wanderungen sind nicht mehr möglich. Also ein Teil einer Gesamtfrage. Könnte man dem mit Wildbrücken ein wenig auf die Sprünge helfen? Das funktioniert in Brandenburg ja auch bei gewissen nicht so beliebten Wildarten. Und die weiterführende Frage, Sie sagten, die Jagd ist ein Teil des Problemes und wir brauchen eine Verlagerung der Jagdzeiten. Ketzerischer Gedanke, wie wäre es denn mit einem Jagdverbot während der Reproduktionszeiten? Okay, zwei konkrete Fragen. Also das mit den Reproduktionszeiten und Jagdverbot, das kann ich vielleicht gar nicht. Da bin ich nicht der Richtige, das zu beantworten. Entscheidend ist für mich, dass man effizient jagt. Das heißt, dass die Tiere einen großen Teil ihrer Zeit im Jahr damit verbringen können, welches Vertrauen aufzubauen, ihre Essung zu nutzen und nicht die ganze Zeit verhuscht, Angst zu haben, dass wieder irgendwo was geschossen werden kann. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt dabei. Und die Wildbrücken? Wildbrücken, natürlich brauchen wir Wildbrücken, aber Wildbrücken sind ja nur, sagen wir mal, das I-Pünktchen. Und der lange Strich darunter, das ist Biotopvernetzung. Eine Brücke nützt überhaupt nichts. Wenn ich vorher und nachher schieße, wenn ich vorher und nachher riesen landwirtschaftliche Flächen habe oder wieder Autobahn oder sonst irgendwas und die Tiere dann doch letztlich gar nicht wandern können. Wir finden in vielen Gebieten, finden wir Tiere, machen wir auch mal einen Gentest. Die Leute meinen immer, ja, die kommen zum Beispiel vom Taunus, kommen sie rüber in Kroftauer Forst. Ja, nee, die kommen nur bis zur Autobahn, dann gehen sie wieder zurück. Klar, da wäre eine Wildbrücke sinnvoll, war jetzt didaktisch ein schlechtes Beispiel. Aber nochmal gesagt, der Strich unter dem Punkt, der Strich unter dem Punkt ist viel wichtiger, weil das sind viel größere Flächen, wo die Tiere erst gar nicht durchkommen bis zur Brücke. Die Brücke zwischen Königsforst und Warneheide funktioniert. Ja, das ist super, das ist hervorragend. Und viele andere, im Osten Hessens haben wir das auch, dass wir sehen, dort haben wir einen guten Austausch durch Wildbrücken, aber da stimmt auch das Drumherum. Gut, es gibt vielleicht auch nicht die Ideallösung, aber wichtig war, dass wir diese Punkte angesprochen haben. Danke Ihnen recht herzlich, Herr Professor Rainer, für Ihre Erläuterungen und für die Basisdaten, die Sie uns präsentiert haben. Vielen, vielen Dank. So, und dann sind wir hier wieder vor Ort bei der Präsenzveranstaltung. Ich darf Dr. Rudi Suchandt begrüßen von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg. Der hatte auch eine weitere Anreise nach Berlin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir werden ja nachher auch in der Diskussion nach der Mittagspause noch miteinander reden, aber erst mal von Ihnen auch die Präsentation, Landschaft als Wildtier-Lebensraum, Unterschiede von Landschaftstypen erfordern ein differenziertes Wildtier-Management. Das ist Ihr Plädoyer. Und ich glaube, Sie haben uns ein Filmchen mitgebracht, unter anderem. Ja, zur Einstimmung läuft jetzt erst mal das Filmchen. Reden tue ich anschließend. Wenn's läuft. Unser Wald ist sehr wichtig. Er speichert unter anderem Kohlenstoff, bietet Raum für Erholung und liefert uns Holz. Er ist Lebensraum für viele Pflanzen und Wildtiere. In den letzten Jahren hat der Wald aufgrund der trockenen Sommer stark gelitten und wurde von Wassermangel und Borkenkäfern sehr mitgenommen. FörsterInnen stellt dies vor eine große Aufgabe. Für den Waldumbau braucht es junge Bäume. Und diese brauchen Licht. Der Wald muss fit für die Zukunft gemacht werden und die klimawandelbedingten Freiflächen sollen wieder bewaldet werden. Jedoch werden junge Bäume einiger Baumarten sehr gerne von Rehen gefressen, die auf den Verjüngungsflächen einen idealen Lebensraum vorfinden. Dies ärgert viele WaldbesitzerInnen. Sie finden daher, dass es zu viele Rehe gibt. JägerInnen dagegen freuen sich am Anblick von Rehen und wenden viel Zeit und Engagement für die Jagd auf. Gleichzeitig sind JägerInnen wichtige Partner für den Waldumbau. Sie können für gesunde, dem Lebensraum angepasste Wildbestände sorgen und so helfen, Schäden durch Wildverlust zu vermeiden. Erholungssuchende lieben es, sich im Wald frei zu bewegen und beispielsweise Pilze zu sammeln. Doch auch die Freizeitnutzung im Wald kann einen starken Einfluss auf Rehe haben. Werden sie durch Menschen oft gestört, meiden sie auf Dauer stark frequentierte Bereiche. Dadurch wird ihr Lebensraum eingeschränkt und der Verbissdruck steigt in den ruhigen Bereichen. Für das Gelingen des Waldumbaus ist es daher entscheidend, dass alle Interessengruppen in ihrem Handlungsfeld Verantwortung übernehmen und gemeinsam an der Bewältigung der Herausforderungen arbeiten. In der Praxis ist das allerdings oft nicht so einfach. Sinnvoll ist es daher, sich gemeinsam mit den WaldeigentümerInnen über Schwierigkeiten bei der Waldverjüngung und der Jagd auszutauschen. Dieser Prozess kann von einer Person moderiert werden, die von allen Parteien anerkannt ist. Eigene Interessen sollten benannt und die Bedürfnisse der anderen gehört werden. Auf dieser Grundlage können Ziele gut abgestimmt und Lösungsmöglichkeiten ausgearbeitet werden, denn alle können zum Gelingen des Waldumbaus beitragen. Gemeinsame Waldbegänge helfen dabei, Augen und Ohren zu öffnen und direkt vor Ort konkrete Maßnahmen zu planen. Die Waldbewirtschaftung beispielsweise hat einen großen Einfluss auf die verfügbare Nahrung von Rehen und damit auch auf die Anfälligkeit des Waldes gegenüber Wildschäden. Größere Verjüngungsflächen mit vielen Nahrungsalternativen zu jungen Bäumchen sind daher ein wichtiger Baustein. JägerInnen müssen Wildbestände effektiv regulieren, damit junge Bäumchen eine Chance haben. Die Jagd sollte gut mit dem Waldbau abgestimmt sein. Es ist zum Beispiel sinnvoll, wenn einige Bereiche beruhigt werden und dafür an den Verjüngungsflächen intensiv gejagt wird. Und auch WaldbesucherInnen können helfen, indem Wege vorausschauend geplant und ausgewiesene Wege aus Respekt für Wild und Wald nicht verlassen werden. Ende? Nein. Das ist erst der Anfang. Viele Anregungen zum Thema finden Sie im Praxisratgeber Waldumbau und Jagd. Ja, meine Damen und Herren, das war eine kleine Einstimmung in das Thema. Einstein hat mal gesagt, sage es so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Und das ist der Versuch, auch Leuten das Thema zu vermitteln, die sonst nicht sehr viel von dem ganzen Thema verstehen. Ich möchte jetzt aber den Blick auf die Landschaft richten. Herr Reiner hat den Blick auch auf die Landschaft gerichtet. Frau Uschinob-Meyer auf den Wald speziell. Und auch Robert Hagen hat diesen landschaftlichen Ansatz mit erwähnt. Ich möchte zu Beginn schon Dankeschön sagen an meine ganzen Mitarbeitenden im FAA-Wildtier-Institut. Wir beschäftigen uns von A wie Auerhuhn über L wie Luchs oder R wie Rothirsch bis zu W wie Wolf, Wildunfälle und anderen Wildtier-Themen. Speziell dieses Projekt, das ich Ihnen vorstelle, machen wir zusammen als FAA mit der Wildforschungsstelle und die genannten Personen arbeiten damit. Und die haben ja auch einige Grundlagen zur Verfügung gestellt. Zunächst das Thema Waldbäume, Wildtiere, Menschen. Ich sage bewusst nicht Wald, Wildtiere und Menschen, sondern Waldbäume, Wildtiere und Menschen. Das ist ein sehr komplexes System, was Herr Hagen dargestellt hat. Und dafür brauche ich das Wildtiermanagement. Auf der einen Seite das Waldmanagement natürlich auch. Aber beim Wildtiermanagement ist wichtig zu wissen, es ist die umfassende Berücksichtigung und Steuerung aller Einflussgrößen, die das Vorkommen, das Raum-Zeit-Verhalten und die Populationsentwicklung von Wildtieren steuern. Ich glaube, die Vorträge heute Vormittag haben gezeigt, wie viele Einflussgrößen es gibt und dass das Wildtiermanagement sehr umfassend zu verstehen ist. Und es wird häufig heute gemacht, dass man Wildtiermanagement synonym verwendet als Ersatzbegriff für die Jagd. Das ist aber überhaupt nicht richtig. Die Jagd ist ein zentraler Bestandteil des Wildtiermanagements. Und Jagd heißt, klar, Wildtiere legen, aber es ist natürlich auch vieles mehr. Das wissen Sie alle besser als ich. Wenn ich jetzt das Thema Wildverbiss, Verbissdruck auf die Verjüngung, um das geht es ja, Waldumbau heißt Verjüngung schaffen, wenn ich den Verbissdruck anschaue, dann wird es meistens mit Rehwilddichte, Rotwilddichte in Verbindung gebracht und es muss entsprechend gejagt werden. Relativ einfach. Auf der Ebene wird meistens diskutiert. Wenn ich aber jetzt weitergehe und schaue, was dieses System beeinflusst, dann ist es das Äsungsangebot, haben wir heute Morgen schon gehört, im Winter und im Winter gegebenenfalls auch die Wintersterblichkeit, aber auch das Äsungsangebot im Sommer. Und dieses beeinflusst selbstverständlich auch die Konstitution, die Populationsentwicklung, den Zuwachs. Das sind Faktoren, die die Rehwilddichte mitsteuern. Und dann, heute Morgen, ganz eindrücklich von Herrn Hagen dargestellt, die Witterungsbedingungen beeinflussen natürlich den Populationszuwachs enorm. Je nachdem, was für Winter wir haben, was für Frühsommer wir haben, wird der Populationszuwachs stark beeinflusst. Winterfütterung, bei uns in Baden-Württemberg fast kein Thema mehr, kann die Wintersterblichkeit beeinflussen, aber auch das Raumzeitverhalten, dass eben Tiere an die Fütterung gelenkt werden. Und letztendlich auch die Bejagung beeinflusst das Raumzeitverhalten, dort wo gejagt wird. Da meiden Tiere oft den Hochsitz oder andere Jagdeinrichtungen. Das Raumzeitverhalten ist natürlich auch eine Frage, wie das Äsungsangebot genutzt werden kann und wie der Populationszuwachs läuft. Und auch die Frage, auf was beziehe ich eigentlich die Rehwilddichte, auf welche Fläche beziehe ich es, ist damit gefragt. Und dann der Punkt, der auch schon mehrfach erwähnt wurde, Freizeit- und Tourismusaktivitäten beeinflussen das, ob die Tiere das Äsungsangebot nutzen können oder nicht. Und das, was heute Morgen schon in mehreren Vorträgen zum Ausdruck kam, beim Herrn Bartmann, bei der Uschinog-Meyer, der Waldaufbau und der Waldlebensraum beeinflusst sehr stark den Verbissdruck auf die Verjüngung. Aber auch das Offenland spielt da eine Rolle. Und dann wird dieses System großräumig gesteuert vom Klima und den standörtlichen Bedingungen. Und beim Standort müssen wir auch wissen, es gibt nicht nur einen Klimawandel, sondern es gibt enorme, enorme Stickstoffeinträge in der Landschaft, die wir bisher noch gar nicht beleuchtet haben. Das können wir heute Nachmittag vielleicht in der Diskussion näher beleuchten. Jetzt ist die Frage, wer hat Verantwortung für welchen Bereich in diesem Wirkungsgefüge? Die Jagenden, selbstverständlich nach wie vor, sind verantwortlich für die Bejagung. Sie steuern wesentlich die Rehwilddichte. Gegebenenfalls Winterfütterung, ja, nein, wenn ja, wie. Aber die Waldbewirtschaftenden haben eben in diesem Gefüge auch eine Verantwortung, weil sie den Waldaufbau, den Waldlebensraum gestalten. Sie steuern dieses. Und auch die Landbewirtschaftenden spielen eine Rolle, weil sie das Offenland bewirtschaften. Ob sie einen großen Maisacker haben oder vielleicht auch mal Feldgehölze in der Feldflur haben, ist ein großer Unterschied. Und auch die Gemeinden und Touristiker müssen ins Boot genommen werden, weil sie letztendlich dafür verantwortlich sind, wie Freizeit- und Tourismusaktivitäten entwickelt werden. Sie sehen, im Bildmanagement haben viele eine Verantwortung. Das Ganze findet in einem System, Klima an Standort, statt. Was ich hier nicht mit aufgeführt habe, was heute Morgen noch gar nicht zum Thema wurde, sind die großen Beutegreifer, Luchs und Wolf. Die lasse ich aber jetzt auch weg. Ich möchte mich jetzt der Landschaft widmen, weil die Landschaft wesentlich ist zum Verständnis dieses Wirkungsgefüges. Dieses Bild zeige ich sehr oft. Schauen Sie es sich an. Einige kennen es wahrscheinlich. Links, er meint, es sind vier Hölzer. Rechts, er meint, es sind drei. Wer hat von beiden recht? Nehmen Sie mal die Sichtweise des Linken ein, des Rechten. Sie schauen auf dasselbe, haben aber eine andere Beurteilung, eine andere Bewertung. Jetzt haben Sie das Thema Wildverbiss. Die Pflanze ist eindeutig verbissen. Der eine sagt, das ist zu viel verbissen. Der andere sagt, das ist nicht zu viel verbissen. Und um diese Beurteilung objektiver zu machen, braucht es Grundlagen. Und die müssen wir auf unterschiedlichen Maßstabsebenen anschauen. Ich kann die einzelne Pflanze beurteilen. Kann ich ganz klar sagen, die ist verbissen oder nicht verbissen. Gipfeltrieb, Seitentriebe, was auch immer. Also der Maßstab der einzelnen Pflanze. Das nächste, der Maßstab des Waldbestandes. Da gibt es Messverfahren, dass ich schauen kann, wie viele Bäume sind verbissen, wie viele unverbissen, von welcher Baumart. Friedrich Burkhardt, der mit hier sitzt, hat dieses Verfahren zur monetären Bewertung von Wildverbiss mit entwickelt. Wo es wirklich um dieses Verhältnis geht, wie viele unverbissene Pflanzen sind noch vorhanden auf der Ebene des Waldbestandes. Die waldbauliche Entwicklung wird immer auf der Ebene des Waldbestandes angestrebt. Das heißt, ich plane einen Stieleichenmischwald mit einer bestimmten Baumartenzusammensetzung für einen Waldbestand oder einen Buchen-Nadelbaumischwald, wo ich sage, ich möchte so und so viel Verjüngung haben mit den und den Baumarten. Immer auf einen Waldbestand bezogen. Wenn ich jetzt einen Maßstab weitergehe, das Jagdrevier, in dem viele Waldbestände sind, dann kann dieses Jagdrevier, so wie links schematisch dargestellt, aussehen mit relativ viel Wald und einem Anteil von Feldflur. Sie können aber Ihr Jagdrevier völlig unterschiedlich haben. Mit viel Wald, mit der Hälfte Wald oder mit einem kleinen Waldanteil. Und in allen drei Jagdrevieren stehen Sie vor dem Problem Wildverbiss. Und ob da oder dort eine Tanne verbissen ist oder nicht, muss aus meiner Sicht sehr differenziert beurteilt werden. Und dann gibt es noch einen weiteren Maßstab. Das ist der politische Maßstab, beispielsweise die politische Lage des Jagdreviers. Das heißt, in welcher Gemeinde ist ein Jagdrevier? Wer ist Vorsitzender der Jagdgenossenschaft? Wie stehen die Jagdgenossenschaften zueinander? Wir haben vorhin Nordrhein-Westfalen, Hessen gesehen, wie schwierig es ist zwischen Bundesländern. Manchmal ist es auch schwierig, schon zwischen Gemeinden Lösungen zu finden. Und wir haben in diesem Beispiel im Ortenau-Kreis ein Modellgebiet eingerichtet, wo wir mit allen Gemeinden zusammenarbeiten. Auf den bisher genannten Maßstabsebenen finden Diskussionen konkret statt, indem im Wald geschaut wird, wie es aussieht, wo Erhebungen gemacht werden, wo drüber diskutiert werden kann. Wenn wir jetzt auf die Ebene des Bundeslandes gehen, dann haben wir in Baden-Württemberg das forstliche Gutachten zur Beurteilung von Wildverbiss, das seit 1986 schon durchgeführt wird, alle drei Jahre, 6600 Reviere erfasst und letztendlich ein Schätzverfahren ist, bei dem die Verbissintensität erfasst wird, stark, mittel, gering und auch gleichzeitig die Erreichung Waldbaulicher Ziele eingeschätzt wird. Das ist seit 2009 als Beurteilungsmaßstab zusätzlich eingeführt. Zusammengefasst können wir sagen, ich habe Betrachtungsebene Einzelbäumchen und Waldbestand, Jagdrevier, Bundesland und letztendlich für ganz Deutschland. Und da gibt es unterschiedliche Verfahren, unterschiedliche Methoden. Zum einen Waldinventuren, die geben mir aber nur Informationen Naturraum, also für größere Flächen, nicht für einzelne Bestände, für das Jagdrevier bedingt. Es gibt das forstliche Gutachten bei uns in Baden-Württemberg. Herr Bartmann hat es ja als grundsätzliches Verfahren auch nochmal eingefordert. Und dann gibt es Verfahren, die auf Waldbestände bezogen durchgeführt werden können, ob es das Kontrollzahnverfahren oder unser FAA-Verfahren zur monetären Bewertung ist. Ich möchte heute aber diesen Bereich naturraumbezogen und das Land Baden-Württemberg näher anschauen. Bevor ich das tue, schaue ich nochmal auf Europa und die Frage Wildnisgebiete in Europa. Eine Darstellung aus Geo von 2011 schon. Da sind die Flächen angegeben, die besiedelt sind, kaum durch Wege erschlossen, natürlich bewachsen, eigentlich ein Ausdruck der Landnutzungsintensität, alles was rot ist, intensiv genutzt mit Siedlungen, Straßen und so weiter in Richtung Grün, Wildnis. Und wenn wir da ein bisschen reinzoomen, Sie sehen, es ist nicht sehr viel Grün. Österreich, Gruß nach Wien, Uschi, sieht da viel besser aus. Und in Deutschland haben wir natürlich riesige Bereiche, die intensivst genutzt sind. Und wenn wir uns das konkreter anschauen, in Baden-Württemberg, wir haben mal die wenig vorbelasteten Räume gerechnet. Das sind Flächen, bei denen abgezogen wurden die Waldränder, die Ortslagen mit einem Puffer, die Autobahnen, die Landesstraßen, Kreisstraßen. Und dann kommen Sie auf diese grünen Flächen, die als wenig vorbelastet noch gelten können. Jetzt schauen Sie an, wenn die Flächen größer als 100 Hektar sein sollen, sind es schon deutlich weniger. Bei 1000 Hektar ist schon nicht mehr viel da. Und bei 5000 Hektar sind wir quasi nur noch im Schwarzwald. Und bei 10.000 Hektar haben wir nur noch eine Fläche, die nicht mal Nationalpark ist. Das heißt, wenn wir uns allein die Siedlungsfläche in Baden-Württemberg anschauen, dann müssen wir einfach wissen, wir haben 300 Einwohner pro Quadratkilometer, die roten Flächen. Da sind die Menschen ganz intensiv bei der Landnutzung. Und die überörtlichen Straßen, 36.000 Kilometer außerorts, nur in Baden-Württemberg. Das heißt, ein Kilometer Straße pro Quadratkilometer Landfläche. Jetzt ist die Frage, wie können wir diese Betrachtung einführen in unsere Beurteilung von Wildverbiss. Man hat versucht, schon in langen Zeiträumen versucht, Naturräume und Großlandschaften zu definieren. Indem diese Großlandschaften definiert wurden, da wurde Klima und Standort berücksichtigt, aber die aktuelle Landnutzung überhaupt nicht. Wenn ich jetzt die Waldwirtschaft anschaue, in Baden-Württemberg haben wir die standortskundliche regionale Gliederung. Die verschiedenen Farben sind unterschiedliche Waldgesellschaften. Das ist die Orientierung für den Waldbau. Und diese Orientierung soll helfen zu fragen, wo kann ich den Wald in welche Richtung entwickeln? Was war die ursprüngliche Waldgesellschaft vor Eingreifen des Menschen? Die aktuelle Landnutzung spielt da keine Rolle. Wenn ich aber jetzt den Klimawandel dazunehme, dann ist eben diese Orientierung extrem schwierig. Hier die Wärmestufenzonierung Baden-Württembergs 61 bis 90. Sie sehen von Planar, Collin, Submontan, Montan, Hochmontan. Und dann die Dramatik, wie sich es verändern wird in der Prognose. Also eine dramatische Veränderung, die stattfinden wird. Ist Ihnen allen klar, wenn man es aber aufs Bundesland bezieht, dann haben wir beispielsweise in der Oberrheinebene eine Wärmestufe, die bisher noch gar nicht definiert ist. Über 11,5 Grad im Durchschnitt. Das könnten Steppenverhältnisse werden. Ich sage das deswegen, um deutlich zu machen, die Orientierung an solchen großräumigen Grundlagen hilft zwar, aber bezogen auf Wildtiere haben wir bisher so eine Grundlage nicht. Für den Wald haben wir eine Orientierung, die kann angepasst werden über Szenarien der Klimaerwärmung. Für Wildtiere haben wir diesen Begriff wilde ökologische Landschaftstypen entwickelt, in Kurzform WÖLT. Schon 2003 haben wir einen ersten Wurf gemacht, um die Landschaft einzuteilen in Kategorien, eine Klassifizierung der Landschaft als Wildtierlebensraum, basierend auf biotischen, abiotischen und anthropogenen Faktoren. Diese anthropogenen Faktoren sind bisher in die anderen Gliederungen nicht eingeflossen. Die haben wir hiermit integriert. Und für diese Modellierung nehmen wir auch die Lebensraumanforderungen der Wildtierarten des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes als Grundlage. Das Ziel für diese wilde ökologischen Landschaftstypen war und ist es, eine Grundlage zu schaffen für ein räumlich differenziertes Wildtiermonitoring und Management der Wildtierarten des JWMG unter Einbeziehung möglicher Auswirkungen des Klimawandels. Diese schon 20 Jahre alte Grundlage sind wir zurzeit am Neuaufarbeiten, am Weiterzuentwickeln. Da hat Robert wesentliche Darstellungen mit verfasst. Wir können mittlerweile komplexere, wissenschaftlich besser abgesicherte Modellierungen durchführen, was wir damals noch nicht konnten. Wir haben jetzt den kleinsten Bezugraum, die Gemeinde genommen. Wir haben eine Zwei-Stufen-Modellierung. Das heißt, das, was Sie hier sehen, ist die erste Stufe. Und wir haben zurzeit laufen eine Validierung über Jagdstatistik, Wildtiermonitoring und systematisches Photofallenmonitoring. Diese erste Stufe, das ist für die landesweite Differenzierung der Beurteilung von forstlichen Gutachten und anderer Wildtiermanagementgrundlagen wichtig. Die zweite Stufe, das wird entscheidend sein, um auf regionaler Ebene eine neue Grundlage schaffen zu können. Und da sollen auch weitere Variablen in dieser zweiten Stufe berücksichtigt werden. Beispielsweise der Tourismus, hier dargestellt an Übernachtungszahlen. Sie sehen, im Schwarzwald ist sehr viel an Tourismus am Bodensee. Und das beeinflusst selbstverständlich auch das Wildverhalten. Wenn ich jetzt die Landschaft mir anschaue und überlege, wo hat es wie viele Wildtiere, dann haben wir bisher oftmals nur Daten der Jagdstatistik, wenig anderes Systematisches. Und wir haben eine Vielzahl an Wildtierarten, die in dieser Landschaft vorkommen. Wir haben für uns jetzt die Frage gestellt, welche Wildtierarten schauen wir an, die flächendeckend in Baden-Württemberg vorkommen, um eine Differenzierung in den Landschaftstypen feststellen zu können. Und da ist das Wildschwein, das Reh und der Fuchs flächendeckend vorhanden. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit der Rehwilddichte, Rehwildstrecke, dann sehen Sie hier noch kein klares Muster. Das heißt, die Jagdstatistik bringt mir da nicht sehr viel. Das ist eine Darstellung aus dem Wildtierbericht, der für dieses Jahr auch nochmal neu erschienen ist. Das ist die Darstellung von 2018. Um eben dieses Defizit einer guten Validierung ausgleichen zu können, haben wir jetzt bezogen auf die Landschaftstypen ein systematisches Fotofallenmonitoring aufgebaut. Das läuft zurzeit gerade. Wir haben in ganz Baden-Württemberg etwa 300 Fotofallen aufgestellt, die systematisch lebensraumbezogen Ackerwiese-Wald aufgestellt wurden, die nach einem bestimmten Raster systematisch verteilt wurden. Und da spielen bei uns die Wildtierbeauftragten eine wichtige Rolle, die uns helfen, diese große Anzahl von Wildtierkameras auszulesen. Zehntausende von Bildern müssen da ausgewertet werden. Und nur mal, um einen kleinen Einblick zu geben, also auch in Baden-Württemberg gibt es manchmal eine größere Anzahl an Rehen. Und es gibt eben auch Bilder mit, ja, Geiß mit zwei Kitzen. Also eine ganz unterschiedliche Ausgangssituation in den Landschaftstypen. Und wir wollen schauen, ob unsere Modellierung, die wir theoretisch gemacht haben, mit der Praxis des Vorkommens von Tierarten übereinstimmt. Dieses soll auch eine Grundlage werden für ein landesweites systematisches Monitoring auf Dauer, weil wir erheben da jetzt nicht nur Fuchs, Reh und Wildschwein, sondern da werden natürlich alle möglichen Wildtierarten erfasst. Und es ist auch ein Plädoyer für grundsätzliche Wege in Richtung systematischer Monitoring-Grundlagen. Wie kann ich das System der Landschaftstypen anwenden? Nur ein Beispiel. Im Rahmen des forstlichen Gutachtens haben wir eine Auswertung gemacht. Die Verbissintensität bei der Tanne stark, rot, mittel, gelb, grün, gering. Und das Erreichen waldbaulicher Ziele 2018 auch wieder rot. Im gesamten Jagdrevier ist die Tanne nicht zu verjüngen, gelb lokal nicht möglich und grün möglich. Sie sehen da Muster. Und wenn man das über längere Zeiträume sich anschaut, dann wird es noch deutlicher. Wir haben also die Gutachten von 2012 bis 2018 zusammengefasst und haben geschaut, in grün, wo war die Tanne zu verjüngen ohne Wildeinfluss 2012, 2015 und 2018. In blau eine starke Verbesserung in diesem Zeitraum, in rot, wo es dauerhaft nicht möglich ist und in orange, dort wo wir eine starke Verschlechterung in dem Zeitraum hatten. Und wenn man sich dieses anschaut, dann fällt einem auf, dass weder die roten noch die grünen Jagdreviere gleichmäßig verteilt sind. Also Jägerinnen und Jäger, die ausreichend jagen, andere, die zu wenig jagen, sondern dass es ein Muster gibt. Dass es größere Bereiche gibt im südlichen Bereich, im östlichen Bereich vom Schwarzwald, wo alle Jagdreviere, teilweise auch staatliche Jagdreviere, rot sind. Und es gibt viele Bereiche, wo wir alles im grünen Bereich haben. Und wo wir besonders drauf schauen, sind die Jagdreviere mit starker Verbesserung. Das machen wir in einem anderen Projekt, wo wir schauen, welche Faktoren haben dazu geführt, dass die Entwicklung positiv läuft. Woran liegt es? Liegt es an der Kooperation der Akteure vor Ort oder an was liegt es? Und ein Thema, ein Problem, was wir dringend mehr beachten müssen, ist die differenzierte Beurteilung der Wald-Feld-Verteilung. Ganz klar, wenn ich eine Verteilung zwischen Wald und Offenland habe, im Sommer reich gedeckter Tisch, im Winter gehen die Tiere in den Wald. Ich habe also in solchen Situationen eine extrem hohe Wilddichte im Winter. Im Sommer ist das Wild gleichmäßiger verteilt. Und das bedeutet letztendlich, dass ich je nachdem einen karg gedeckten Tisch im Winter habe und im Sommer ein Schlaraffenland, wichtig ist für das Wildtiermanagement, dass die Maßnahmen vom landschaftlichen Kontext abhängig sind. Ich muss wissen, in welchem Kontext mein Jagdrevier, meine Fläche, auf die ich schaue, liegt. Und in stark strukturierten Waldlandschaften ist die Zusammenarbeit mit den Akteuren im Offenland auch entscheidend wichtig. Ich darf also nicht nur die Waldbewirtschaftenden in das System mit reinnehmen. Zusammengefasst, die wildtierökologischen Landschaftstypen sind eine gemeinsame Grundlage für die Diskussionen, für differenzierte Diskussionen. Sie ermöglichen eine differenzierte Interpretation von Wildtiermonitoring-Daten und sie bedeuten auch eine Differenzierung im Wildtierlebensraum. Und letztendlich auch daraus abgeleitet, wir müssen unterschiedlich handeln. Abschließend ist es mir wichtig, die Jagd bleibt in der Verantwortung in diesem System als Teil des gesamten Wildtiermanagements. Also dieses Bild nehmen Sie bitte mit und auch das, was die Jagenden damit an Verantwortung haben. Vielen Dank. Ich stehe gern für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, Herr Dr. Suchand. Ich würde sagen, die Fragen, die vertagen wir auf die Zeit nach der Mittagspause, weil Sie ja gleich auch noch bei der differenzierten Diskussion dann hier sitzen werden. Danke Ihnen erstmal für die Erläuterungen. Da werden wir gleich noch drauf aufbauen. An dieser Stelle, weil wir schon völlig hinter der Zeit hinterher hinken, darf ich mich noch mal bedanken für Ihre Geduld, für Ihr Interesse. Und jetzt ist dann in der Tat Mittagspause und ich würde vorschlagen, dass wir uns um Viertel nach zwei, 14.15 Uhr hier wieder treffen. 50 Minuten, ein bisschen weniger als angekündigt, aber das schaffen Sie. Bis gleich. Dankeschön. 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 Danke. Dankeschön. Dankeschön. Marke. Es ist jetzt 14.14 Uhr und das bedeutet, es wäre ganz schön, wenn alle jetzt so langsam wieder reinkämen und wir dann zum Nachmittag ansetzen. So, genau. Wenn dann alle wieder Platz genommen haben, gerne auch mit einer Tasse Kaffee oder einem Erfrischungsgetränk, dann könnten wir weitermachen. Und bevor ich es vergesse an dieser Stelle, die ganze Veranstaltung wird ja gestreamt, das haben wir ja schon mitbekommen, ist auch gesagt worden, aber die ist nun nicht verloren, weil die Pressestelle des DJV die einzelnen Vorträge nochmal separiert und in den kommenden Tagen zeitnah in ihrem YouTube-Kanal präsentiert. Also jeder, der möchte, kann sich das alles nochmal in Ruhe anschauen oder dann eben auch entsprechend weitergeben an diejenigen, die heute nicht dabei sein konnten oder wollten oder wie auch immer. Diese Möglichkeit besteht also, das wollte ich noch dazu sagen. Und dann sammeln wir jetzt die letzten und vorletzten Gäste noch ein für den Nachmittag. Gut, wir haben ein bisschen umgebaut, wie Sie sehen, denn wir wollen jetzt eine Gesprächsrunde, eine Diskussionsrunde aufmachen und dafür brauchen wir das Rednerpult nicht. Also, ich darf jetzt diejenigen begrüßen, die Sie auch auf Ihren Tagungsunterlagen sehen. Streng alphabetisch Dr. Andreas Kinzer darf ich begrüßen von der Deutschen Wildtierstiftung. Herzlich willkommen. Suchen Sie sich einen Platz aus, freie Platzwahl. Norbert Lebene ist bei uns vom Deutschen Forstwirtschaftsrat. Wo ist er? Da ist er. Herzlich willkommen. Genau, die Stufe von Anfang hier ist ein bisschen hoch. Dr. Rudi Suchand kennen Sie schon. Trotzdem noch mal einen herzlichen Applaus von der forstlichen Versuchsanstalt Freiburg. Und Dr. Dirk Hainer-Wellersdorf vom Deutschen Jagdverband darf ich begrüßen. Herzlich willkommen. Wir haben das jetzt so organisiert, dass jeweils zwei Leute sich ein Mikrofon teilen. Das geht ja jetzt dann wieder. Ich bitte Sie, sich da nicht drum zu zanken. Das kriegen wir hin. Herr Wellershoff, ich würde ganz gerne mit Ihnen beginnen. Also wir haben jetzt gelernt, es braucht waldbauliche Maßnahmen. Der Wald muss verjüngt werden wegen des Klimawandels, wegen der Schäden durch den Borkenkäfer, wegen vieler anderer Dinge. Aber es gibt ja auch Eingriffe durch die Jagd und das muss man irgendwie in die Balance kriegen und nach Möglichkeit so, dass sich die Beteiligten nicht zu sehr verzanken. Was ist da Ihre Perspektive? Wie soll das gehen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Wir haben die Perspektive ja ausführlich in unserem Lösungsansatz für Forstjagdkonflikte geschildert. Und im Forstvorwort schreibe ich ja schon oder schreiben wir schon, dass wir uns gegenseitig die Hände reichen müssen und natürlich miteinander darüber reden müssen, wie man die Probleme löst. Das ist das Geheimnis. Und die Veranstaltung heute zeigt ja, dass wir das ernst meinen, dass wir die Themen von ganz unterschiedlichen Sichtweisen beleuchten und Instrumente für die Lösung im Waldumbau präsentieren. Beispielhaft genannt, also das, was wir heute gehört haben aus den Hegegemeinschaften und von Herrn Suchand, eben Alternativen der Ernährung auch zu finden für unsere Tierarten und deutlich zu machen. Wir haben eine große Verantwortung für unsere großen Schallenwildarten im Wald und der müssen wir gerecht werden. Also eine Fokussierung auf mehrere Themen. Waldumbau mit Wildbiologie, mit Wildpopulationen, die wir eben stützen. Jetzt sitzen wir natürlich in mehrerer Hinsicht hier so ein bisschen auf dem Präsentierteller und sagen, macht es doch bitte so, wie wir es sagen. Aber es klingt ja immer wieder zwischendurch an, dass es in der Praxis in den Ländern, Brandenburg ist schon genannt worden, dann doch heftig hergeht. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum dann doch manchmal die Fronten etwas verhärtet sind? Na, wenn ich das erklären könnte, dann würde ich das ja lösen. Ich glaube, dass wir wirklich alle gehalten sind, miteinander im Gespräch zu bleiben und der erste Schritt ist immer der gemeinsame Revierbegang vor Ort. Also die Probleme zu erkennen, gemeinsam zu betrachten, gemeinsam auch die unterschiedlichen Ziele kennenzulernen und daraus Lösungen zu entwickeln, was mit Sicherheit nicht funktioniert ist, wenn ich es quasi von oben überstülpe auf die unterschiedlichsten Regionen, auf die unterschiedlichsten Probleme, sondern ich glaube, wir brauchen eine Lösung von unten. Und da fand ich den Vorschlag hervorragend, eben auch eine gemeinsame Gesprächs- und Bildungsinitiative zu bilden, die Förster weiterzubilden, zu gucken, wo sind die wildbiologischen Grundlagen, die ich beherrschen muss, aber auch natürlich mit den Jägern zu reden, was habe ich für forstliche Herausforderungen und die sind unbenommen riesenhaft. Aber dazu muss ich miteinander ins Gespräch kommen, dazu muss ich den Horizont erweitern und drehe mich im Kreise. Dazu sitzen wir hier heute zusammen und das ist genau der richtige Ansatz. Das ist ja eigentlich logisch, dass man regional denkt, dass man bedenkt, dass man bedenkt, welche Verhältnisse in einem bestimmten Bereich herrschen. Wenn Sie, Sie kennen ja die ganze Bundesrepublik, wenn Sie da mal drauf gucken, was für Lösungen würden denn da auseinanderfallen? Also was für Baden-Württemberg vielleicht gilt, gilt für Schleswig-Holstein nicht. Was sind da Ihre Perspektiven? Na, die Perspektiven sind uns ja heute durch den Herrn Bartmann auch aufgezeigt worden. Ich glaube, dass wir weg müssen von den Strukturen, wie wir sie bisher haben und doch deutlich mehr Verantwortung in die Hegegemeinschaften. Wir können sie auch Wildtiergemeinschaften, wie in Baden-Württemberg nennen, geben müssen, um eben regionalen Gruppen die Verantwortung für Wald und Wild zu überlassen, weil sie eben so unterschiedlich sind und weil sie dann eben regional betrachtet auch nur gelöst werden können. Und natürlich haben wir die Ansätze heute gehört, also körperlicher Nachweis, Zählung, wie viel Wild haben wir überhaupt in den einzelnen Gebieten? Und das ist natürlich im Bundesgebiet sehr unterschiedlich. Und daraus dann gemeinsam auch richtige Lösungen zu erarbeiten. Aber lassen Sie uns Klartext reden. Es gibt ja die Meinung, dass gesagt wird, wenn wir die Wälder aufbauen wollen, wenn wir sie verjüngen wollen, dann ist das etwas, was eben nicht in einem, in zwei, in drei Jahren passieren kann, sondern wo man ganz langen Atem hat. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass manch ein Förster frustriert ist, wenn er gerade was gepflanzt hat und schon kommen wieder irgendwelche Rehe, die ihm das wegfressen. Ja, der Frust ist ja auch zu verstehen. Deshalb muss man in den Wald gemeinsam, um sich die Problemzonen anzuschauen. Aber bei uns ist das ja in Brandenburg, ich will jetzt hier nicht aus der Brandenburger Brille diskutieren, aber da ist ja das beste Beispiel der Landesforstbetrieb, wo Sie ablesen können, wie viel Waldumbau in den letzten Jahren betrieben worden ist und wie hoch der jährliche Anteil ist. Der ist extrem niedrig. Und das in einem sehr, sehr großen Eigenjachtbezirk, wo ich mit den modernen Yachtmethoden, die wir in Brandenburg schon haben, eben eigentlich alles umsetzen kann. Also an der Yacht hängt es da nicht, sondern und dann muss ich gucken, wo dran liegt es und muss im Grunde genommen von hinten schauen, wie kriege ich dann die Problemfelder aufgedröselt. Also ist die Kompetenz vorhanden? Habe ich dann auch genug Mannkraft in der Fläche? Wie groß sind die Schadflächen? Wie greife ich an? Wie begleite ich das dann natürlich auch jachtlich und auch wildbiologisch? Aber dazu muss ich ja erst mal das Bewusstsein haben, wie löse ich ein Problem, was ich vor Ort finde? Das klingt aber auch danach, als wenn es ein bisschen mühseliger Weg wäre, der etwas länger an Zeit in Anspruch nimmt. Aber das wissen doch die Fachleute alle. Die Leute, die sich damit beschäftigen, wissen doch, das ist eine politische Lüge, ist immer ein sehr großes Wort, aber zumindest eine politische Unscharfheit ist zu glauben, dass wir den Waldumbau in den nächsten zehn Jahren schaffen. Das ist eine Generationenaufgabe. Wir sind jetzt mehrere Generationen offensichtlich in die falsche Richtung gelaufen und wechseln gerade den Kurs. Und auf diesem Weg brauche ich wahnsinnig viel Geduld und Luft und wollen wir eins nicht verheimlichen. Es ist für den Waldbesitzer, und jetzt will ich gar nicht für die Waldbesitzer reden, natürlich eine wirtschaftliche Einbuße. Wenn ich also in relativ junge Bestände heute Licht an den Boden bringe, dann habe ich den Zuwachs der nächsten 30, 40, 50 Jahre eben zu früh eingeschlagen und habe dann einen Wertverlust. Auch darüber muss dann geredet werden. Ist aber kein jagdpolitisches Thema, sondern ist sicherlich ein Thema für den Herrn Leben und für die Waldbauern. Ja, reden wir gleich drüber. Wie ist das denn, Herr Dr. Kinzer, Sie würde ich zunächst mal fragen, wenn ich mir so ansehe und durchlese, was Sie so veröffentlicht haben, dann sprechen Sie davon, Sie befürworten eine kluge Jagd. Was ist das bitte? Na, eine kluge Jagd sind zwei Dinge. Zum einen erst mal, sie erreicht ihr Ziel. Und wenn wir, also Jagd hat ja ganz unterschiedliche Ziele, aber wir reden ja heute vor allen Dingen über dieses regulative Ziel. Also auch die Nutzung ist ja ein Ziel der Jagd. Aber da reden wir ja jetzt, wenn wir über das Thema Wald reden, ein bisschen weniger drüber. Also eine kluge Jagd erreicht das Ziel, dass sie tatsächlich die Wildbestände reguliert. Das aber, und das ist dann besonders wichtig, auch wenn man das tiergerecht tut. Und tiergerecht, darunter verstehen wir eben zum einen das, was die meisten darunter verstehen würden, nämlich, dass sie tierschutzgerecht natürlich ist. Also das Thema Eltern-Tierschutz spielt da beispielsweise eine große Rolle. Aber, und das ist vielleicht so ein bisschen ein neuer Aspekt oder ein Aspekt, der zumindest in den letzten Jahren nicht so stark diskutiert wurde, dass tiergerecht auch bedeutet, dass die natürlichen Verhaltensweisen der überlebenden Populationen auch nach wie vor ausgelebt werden können. Also wir haben heute viel über das Rotwild gesprochen. Rotwild ist eben eine Art, die ja eigentlich im Offenland steht. Aber wenn sie extrem intensiv und dauerhaft bejagt wird, tut sie das nicht mehr. Und da sagen wir, das ist nicht tiergerecht und das ist dann auch nicht klug. Ist denn so etwas wie naturnahe Betrachtungsweise in Deutschland dieses Themas überhaupt möglich, wenn wir wissen, wir haben das ja vorhin teilweise auch an den Landkarten gesehen, wie zersiedelt viele, viele Bereiche sind, wie dicht besiedelt es ist und täglich kommen neue Einkaufszentren oder Autobahnen dazu? Also ich sage mal, bei den naturnahen Biotopen können wir darüber diskutieren, bei einer Biologie einer Art nicht. Denn die hat sich ja jetzt nicht dadurch geändert, dadurch, dass es viele Menschen in Deutschland gibt. Aber trotzdem jetzt nochmal, also das ist so für mich hängen geblieben, wo ich gedacht habe, diese ganzen Inseln, die da notwendigerweise sich nicht austauschen können, weil eine Autobahn dazwischen liegt oder sonst irgendwas, das ist ja schon eine Herausforderung, denke ich mal, für Ihre Betrachtungweise dann auch, wenn Sie sagen, wir wollen uns stark dafür machen, dass Wildtiere auch in Deutschland so leben können, wie sie es gerne möchten. Völlig korrekt. Und wenn das nicht so wäre, bräuchten wir uns ja nicht für einsetzen. Also wir müssen uns ja dafür einsetzen, weil ja in der Tat eben wir da einen Konflikt haben. Aber diesen Konflikt eben zu lösen, erfordert einen sehr langen Atem, erfordert viele Instrumente und viele auch viel Gemeinsames darüber reden. Aber ja, in der Tat ist eine große Herausforderung. Reden wir, weil wir ja auf einer Veranstaltung des Jagdverbandes sind, über Ihre, will ich sagen, Vorschläge, Ihre Ideen, wie auch immer, teilweise auch Begrenzung der Jagd. Da ist ja die Rede von zeitlicher Begrenzung zum Beispiel. Was schwebt Ihnen da vor? Na, wir glauben oder wir sehen auch, wir glauben es nicht, sondern wir sehen ganz einfach, dass wir in Deutschland die längsten Jagdzeiten in Mitteleuropa haben. Sie müssen sich vorstellen, denn der Rehbock wird in manchen Bundesländern zehn Monate im Jahr gejagt. Etwas, was weit davon entfernt ist, naturnah zu sein, weil Wölfe oder Luchse ja ganz anders jagen würden. Also wir fordern und plädieren eine deutlich kürzere Jagdzeit, die vor allen Dingen tatsächlich auch die Wintermonate betrifft. Also ganz konkret sagen wir, Wiederkäuen des Schalenwilds sollte nicht mehr nach dem 31.12., 31. Dezember bejagt werden. Aus unterschiedlichen Gründen und wir glauben und wir wissen auch, wir sind selber große Flächeneigentümer mit Verantwortung für sehr viel Wald und Offenland. Wir wissen, dass man auch seinen Abschluss bis zum 31.12. erledigt haben kann, wenn man das denn möchte und klug gejagt hat vorher. Gut, okay, dann hätten wir die zeitliche Begrenzung, aber ich habe das so verstanden, dass Sie auch dafür sind, dass man sich konzentriert, also da, wo aufgeforstet wird, dass dort dann wiederum Schwerpunktgebiete entstehen, richtig? Schwerpunktbejagung an den Verjüngungsflächen, genau, ist jetzt auch nichts, was jetzt bahnbrechend Neues ist. Das haben wir heute schon häufig gehört. Was aber, glaube ich, wichtig bei der Diskussion ist, ist, dass wenn man an einer Stelle besonders intensiv jagt, dann hat das ja zwei Effekte. Das eine ist, dass das Tier, was ich totgeschossen habe, nicht mehr frisst. Das andere ist aber, dass durch meine permanente Präsenz auf der Fläche ja die Tiere vergrämt werden, also vertrieben werden. Die müssen irgendwo hin. Und da, wo sie hingehen, müssen sie sich halt auch wohlfühlen. Und dafür brauchen wir, plädieren wir eben für Wildruhezonen, also wirklich Gebiete, die im Grunde alle Lebensraumkomponenten mitbringen für so eine Art. Das muss gar nicht groß sein. Das können manchmal auch nur 10 oder 15 Hektar sein. Aber dass eben auf dieser Fläche wirklich nicht oder so gut wie nicht gejagt wird. Könnten denn diese Wildruhezonen, von denen Sie sprechen, aussehen? Na, idealerweise haben die sowohl Wald, also oder irgendwelche Einstandsgebiete, also wo sie sich dann auch tatsächlich zurückziehen könnten. Aber eben, gerade wenn wir über Rotwild reden, dann auch teilweise Offenlandcharakter haben. Das mag aber auch eine große Wildwiese sein. Aber es sollte eben irgendwo etwas sein, wo sie ihre natürliche Esung finden. Und das wäre dann beim Rotwild dann häufig dann auch Grasart. Wer müsste das beschließen und im Zweifelsfall auch darauf achten, dass das umgesetzt und beachtet wird? Na ja, das muss gewollt werden von den Eigentümern, von den Landeigentümern. Und sehen Sie diesen Willen? Ja, doch. Also das kann noch mehr werden, zweifellos. Aber ich erinnere mich, dass wir glaube ich 2008 schon, also vor 15 Jahren oder 14 Jahren, haben wir dieses Thema mal auf die Agenda gehoben durch eines unserer Rotwild-Symposien. Und ich will nur nicht sagen, dass es daran liegt. Aber wir sehen schon auch in vielen, auch deutschlandweit, überall in vielen Forstbetrieben, auch Landesforstbetrieben, dass das Thema Vitruozonen durchaus nicht nur diskutiert wird, sondern auch umgesetzt wird. Also dann fragen wir doch den Herrn Leben mal, diesen Punkt anzusetzen. Wer das mit Ihnen zu machen? Also Sie sitzen ja jetzt hier quasi für die Wald, nicht für die Waldbesitzer, aber jedenfalls für viele Waldbesitzer. Ja, für die überwiegende Mehrzahl der Waldbesitzer in Deutschland, denn das sind die Privateigentümer oder diejenigen, die in den Genossenschaftswaldern oder auch Kommunalwäldern ihr Eigentum haben. Also ich glaube, auch der heutige Tag hat gezeigt, dass wir großen Redebedarf haben und dass wir uns darüber klar werden müssen, dass wir es nur gemeinsam hinbekommen. Wir dürfen nicht übereinander reden, wir müssen miteinander reden. Und solange wir das nicht hinkriegen, werden wir es schwer haben. Für uns auf der Fläche ist es ganz wichtig, dass wir möglichst wenig Schäden haben. Wir haben eine Mammutaufgabe vor uns durch die Stürme, die wir gehabt haben in den letzten drei Jahren. Wir haben eine Mammutaufgabe vor uns durch den Waldumbau. Wenn ich das in Zahlen kleiden darf, das sind ungefähr 500.000 Hektar Kahlflächen in Deutschland und das sind ungefähr 2,8 Millionen Hektar, die wir waldbaulich umgestalten wollen und müssen. Und zwar so müssen, dass wir mit den Baumarten kommen, die wir auch zukunftsfähig und zukunftsträchtig sehen. Es nützt uns nichts, dass wir jetzt mit einer Baumart kommen, von der wir wissen, dass sie die nächsten 20 Jahre nicht übersteht. Wenn Sie es so ein bisschen so mehr halten, das Mikrofon, dann versteht man Sie hinten in der letzten Reihe auch am besten. Also der Weg soll hingehen zu, ich sag mal, klimaresilienten Wäldern. Irgendjemand, das ist ja teilweise auch so eine Zahlenschlacht, irgendjemand hat dann mal gesagt, wir brauchen fünf Milliarden Bäume, die gepflanzt werden müssen. Ist jetzt auch egal, ob es fünf sind oder sechs oder vier. Aber geht es überhaupt? Nein. Ich glaube, im ersten Anlauf wird das nicht zu machen sein. Wir brauchen uns nur, ich sag mal, die Möglichkeiten des Verbandes der Forstbaumschulen oder der Baumschulen angucken. Wenn wir das aktiv pflanzen wollen, werden wir das nicht in dieser Summe hinbekommen. Also brauchen wir einen längeren Zeitraum. Und wenn wir fünf Milliarden Bäume pflanzen wollen und wissen, dass ungefähr über die forstlichen Vermehrungsbereiche 150 bis 200 Millionen jährlich zur Verfügung stehen, sieht man alleine an diesen Zahlen schon, dass es so nicht machbar ist. Das geht einfach nicht. Also brauchen wir andere Instrumente. Wir müssen möglicherweise mit einem Vorwald arbeiten. Das heißt, dass wir in einer Vegetationszeit von 10, 12 oder wie Jahren auch immer dann eine Baumart einbringen, die wir danach ablösen oder durch eine andere ersetzen. So und dazu gehört natürlich auch ein für den Waldbesitzer immenser finanzieller Einsatz. Denn er wird es nicht umsonst haben können, trotz Förderung und der Dinge, die uns ja entsprechend begleiten, die über die Bundesregierung oder über die Länderregierung oder EU dann mit ins Haus kommen. Aber es bleibt beim Waldbesitzer immer ein Anteil irgendwo um die 40 Prozent, die er selbst aus seinem Portemonnaie bezahlen muss. Und das ist doch schon eine deutliche Leistung. Also braucht der Waldbesitzer zwei Sachen. Er braucht Geduld und er braucht ein gutes Herz. Und wenn es geht, auch noch ein bisschen Finanzen, damit er das leisten kann, was er auf der Fläche dann möchte. Und er hat einen großen Nachteil. Der Waldbesitzer kann seinen Wald nicht von A nach B verschieben. Ich komme aus der Lüneburger Heide. Die kann ich nicht nach Hessen oder hier nach Baden-Württemberg in Schwarzwald bringen. Das geht so ohne weiteres nicht. Und von daher bin ich relativ stationär und muss mich auf das begrenzen, was dort möglich ist. Und dieses Ausloten der Möglichkeiten wird auch eine der Aufgaben sein, die wir gemeinsam haben. Sie können auch keine Regentänze veranstalten, obwohl Sie das wahrscheinlich gerne würden mittlerweile in vielen Regionen in Deutschland. Aber sagen Sie uns mal, das ist ja, wenn ich das richtig begriffen habe, im Moment wirklich eine schwierige Situation, weil Sie in vielen Bereichen Bäume fällen müssen, damit die Borkenkäfer nicht noch mehr Schaden anrichten, als Sie das ohnehin schon getan haben. Und da entstehen jetzt solche Brachflächen, nahezu wüstenhafte Geschichten. Dann müssen Sie das Holz verarbeiten oder verkaufen, wie auch immer. Und dann ist erst mal lange Zeit nichts. Ja, genau das wollen wir vermeiden. Also, dass wir ernten und solche Flächen dann auch in Angriff nehmen. Das ist anders, als es manchmal über, ich sage mal, den Flimmerkasten dann überkommt, wenn also irgendwo abgestorbene Bäume dann gezeigt werden. Aber bei uns ist es so, dass wir uns schon darum kümmern, dass wir diese abgestorbenen Bäume von der Fläche kommen und dass wir sie auch, ich sage mal, in Kultur nehmen. Ob wir sie jetzt über Naturverjüngung in Kultur nehmen oder ob wir sie über eine normale Kultur in die Situation bringen, dass der nächste oder der nächste Baum dann auch eine Zukunft hat. Dazu möchte ich noch mal sagen, dass es uns auch ganz wichtig ist, dass wir nicht nur über die Naturverjüngung kommen dürfen, sondern wir müssen auch das einbringen, was zukunftsfähig ist. Ich muss auch einen Baum pflanzen dürfen, der eine Chance hat. Ich sage einfach mal, wenn ich die Douglasie nehme, wenn ich die Roteiche nehme oder wenn ich die Küstentanne nehme, dann sind das Baumarten, die in vielen Bereichen eine Chance haben. Ob sie am Ende durchkommen, bleibt auch noch mal abzuwarten. Aber wenn uns die von vornherein aus der Hand geschlagen werden, dann wird es schwierig. Das ist ein ganz großer Wunsch, den der Privatwahl hat in Deutschland, dass wir über diese Weise auch ins Wirtschaften und in einen vernünftigen, ich sage mal, wirtschaftlichen Bereich kommen können. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie wollen, dass solche Flächen dann geschützt werden, dass einzelne Bäume, Setzlinge ummantelt werden, geschützt werden vor Fraß oder wie? Also ich gehe noch davon aus, dass ich Waldbau ohne Zaun machen kann. Und wir haben die Modelle gehört vorhin, wir werden nicht eine so große Anzahl an Flächen einzäunen können. Erstens, weil wir dann auch das Wild regulieren oder ausgrenzen vielerorts. Und zum anderen kann es auch nicht sein, dass wir teure Zäune. Niedersachsen hat bis 2017, glaube ich, 10 Millionen jährlich für Zaunbau gegeben. Das kann es nicht sein. Und ich als Waldbesitzer partizipiere, weil ich oft den Zaunbau auch nicht gefördert bekomme. Also da stehe ich dann ganz alleine mit meinen Kosten da. Also auch unsere Prämisse ist, Waldbau ohne Zaun. Und wenn wir die Bejahrungsstrategien entsprechend gut machen, Herr Bartmann hat es ja vorhin ein Stück weit aufgezeigt, dann haben wir auch eine Chance. Ich kann das sogar in einigen Bereichen bei uns, ich sage mal, nachvollziehbar darstellen. Man muss nur die Nerven behalten dann offensichtlich an der einen oder anderen Stelle. Das gehört auch dazu. Aber was mir bei Herrn Bartmann aufgefallen ist, wenn ich das eben noch sagen darf, Sie haben ja das Bild auch an die Wand geworfen, wo Sie gesagt haben, wie können wir was verbessern? Und beim Dialog waren Sie zum Beispiel in der regionalen Ebene bei 8 und auf der Landes- oder Bundesebene bei 2. Also brauchen wir eigentlich ein Anforderungsprofil für diese Leute, die das können, die eine Hegelgemeinschaft so führen können, dass sie alle mitgenommen werden, dass es dort auch zu entsprechenden Ergebnissen kommt. Dann sind wir eine ganze Ecke und eine gewaltige Ecke weiter. Das würde ich mir wünschen. Von daher Information und Austausch und Weiterbildung, das ist das, was wir mehr denn je brauchen. Und einen letzten Satz vielleicht dazu. Wenn ich mir heute meine Prüflinge in einer Jägerprüfung angucke und sie nach Baumarten frage und da fünf nebeneinander lege und die vielleicht nochmal ausschneide, glauben Sie nicht, dass die auch nur annähernd gekonnt werden. Und wenn ich diese Dinge auch jetzt übertrage auf Sachen, die wir draußen im Wald in der Erkenntnis, ich sag mal, des Biotops Wald oder des Lebensraumes Wald haben, dann haben wir da viel Luft nach oben. Okay, Herr Wellershoff, dazu müssen Sie jetzt aber was sagen. Also, dass Jäger nicht mehr Eichen von Fichten unterscheiden können? Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Aber jetzt sitze ich hier in einer ganz schlechten Position, weil das war ja das niedersächsische Bild. In Brandenburg beherrschen unsere Prüflinge selbstverständlich alle Baumarten und können die aus dem FF. Ja, aber ich meine, dem liegt ja, nee, aber ernsthaft jetzt, dem liegt ja ein durchaus ernstzunehmender Gedanke zugrunde, nämlich, dass sich auch Jäger mit der Natur auseinandersetzen müssen, mit den Phänomenen, die es da gibt, Pflanzen auseinanderhalten müssen und so weiter und so weiter, weil das ja vielleicht auch das Verständnis fördert. Also, wir führen ja in Brandenburg und darüber kann ich am besten berichten, nicht nur bei den privaten Jägern die Jägerprüfung durch, sondern auch an der Forsthochschule in Eberswalde. Und das, was Sie gerade sagen, gilt tatsächlich für beide Bereiche. Und das ist genauso, wie ich es eben schon gesagt habe. Natürlich müssen wir die Jäger mit auf die Reise nehmen. Da reicht auch nicht der Erwerb des Jagdscheins, um Waldumbau zu begreifen, sondern da brauche ich die Praxis vor Ort und ehrlich gesagt die jahrelange Begleitung von Gebieten, um zu sehen, was entwickelt sich und was entwickelt sich nicht. Also, das muss ich erleben, um es zu begreifen und das ist kein Prozess, den wir in 14 Tagen abgearbeitet haben. Da muss ich heute die theoretischen Grundlagen liefern, um sie dann in den nächsten Jahren umzusetzen. Aber dasselbe gilt, die Diskussionen habe ich alle hinter mir, natürlich in Eberswalde, in der Forsthochschule, ganz genauso andersrum. Also, ich brauche da das Verständnis, auch das haben wir ja heute gelernt, für die Offenlandschaft. Ich muss verstehen, wie funktioniert Landwirtschaft draußen, weil sich das Wild eben hin und her bewegt. Und aus dieser Interaktion kann ich dann gute Konzepte und gemeinsame Lösungen entwickeln, die ich am besten dann in Hegegemeinschaften auch transportieren kann. Denn ich muss ja immer darauf achten, was auch immer ich theoretisch plane, muss ich in die breite Masse tragen. Das geht im Augenblick nur über die Landesjagdverbände. In die Untergliederungen. Und wenn ich dann gut funktionierende Untergliederungen habe, also gut durchgestaffelt bin, dann erreiche ich die Leute, sonst erreiche ich sie nicht. Oder man nimmt so einen Film, wie Sie ihn eben gezeigt haben. Das fand ich ja nun sehr eindrucksvoll, dass man ein sehr komplexes Thema sehr verständlich aufbereiten kann. Ich würde gerne nochmal ansetzen an dem, was Sie vorhin geschildert haben. Wöld war ja so ein Stichwort. Anderes Stichwort, das darauf aufbaut, ist Wirb. Das klingt jetzt irgendwie wie so eine Magenunverträglichkeit. Damit ist aber gemeint die wildökologische Raumplanung. Und die steht so ein bisschen hinter dem, was Sie wollen, wenn ich das richtig begriffen habe, aber was vielleicht noch nicht überall angekommen ist. Was ist damit gemeint? Ja, die wildökologischen Landschaftstypen können als Teil einer wildökologischen Raumplanung gesehen werden. Und die wildökologische Raumplanung, so wie sie bisher gemacht wurde, wird immer auf eine spezielle Tierart bezogen gemacht. Ob jetzt das für Rotwild ist oder für eine andere Tierart, es wird für die jeweilige Tierart die Raumplanung gemacht. Und mit diesen wildökologischen Landschaftstypen wollen wir eine Grundlage schaffen, mit der leichter diese Raumplanung auf die Tierart bezogen gemacht werden kann. Das hat auch das Ziel, den Sinn, dass wir überhaupt mal unsere Landschaft auch langfristig beobachten können. Wenn wir in die Vergangenheit zurückschauen, 100 Jahre zurück, 50 Jahre zurück, dann würden diese Grundlagen völlig anders aussehen. Hätten wir eine andere Waldverteilung, hätten wir ein anderes Straßennetz, hätten wir eine andere Siedlungsverteilung. Und das müssen wir in unsere Beurteilung einbeziehen. Bei der Genetik, was der Herr Reiner vorgestellt hat, spielt das eine große Rolle. Was hat sich denn da verändert? Wie ist die Dynamik? Wir brauchen für diese ganzen Bereiche auch ein Monitoring und dafür ist der Ansatz der wildökologischen Landschaftstypen eine aus meiner Sicht unentbehrliche Grundlage. Das wird ja, wenn ich es richtig begriffen habe, in Österreich, in einigen Bundesländern schon vorexerziert, in Kärnten beispielsweise oder in Vorarlberg. Damit wir es ein bisschen besser verstehen, was passiert denn da im Gegensatz, meinetwegen jetzt zu Deutschland? Ich nehme es jetzt mal am Beispiel Rotwild. Vorarlberg hat mit der wildökologischen Raumplanung begonnen und die nehmen eben nicht Rotwildgebiete, also schwarz-weiß bei uns, Rotwildgebiet, kein Rotwildgebiet, sondern die nehmen dort unterschiedliche Kategorien, Gebiete, in denen Rotwild als Hauptverbreitungsgebiet vorkommt, Gebiete, in denen Rotwild als ein Schleier vorkommt und auch Gebiete, in denen Rotwild nicht vorkommen sollte oder kann, weil es einfach zu viele Konflikte gibt. Also die wildökologische Raumplanung ist eine viel größere Differenzierung, basierend auf den Zusammenhängen. Und dann ist mir noch ein Punkt wichtig, der gar nicht zur Sprache gekommen ist. Wir machen zwar sehr viel Untersuchungen zu Tieren, wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Untersuchungen. Wir machen aber auch Untersuchungen der Menschen. Und wenn ich jetzt die Einstellungen der Leute hier im Saal erfassen würde, da kämen schon mal relativ große Unterschiede zum Tragen. Und das haben wir auch bei den Menschen jetzt in Baden-Württemberg gemacht, in verschiedenen Projekten aktuell in Baden-Württemberg, die Einstellungen zum Rotwild erfragt, weil wir können noch lange Lösungen anstreben, aus Sicht der Waldbesitzenden, aus Sicht der Jagenden. Wir brauchen ein Stück weit die Bevölkerung hintendran. Kommen wir gleich zu, aber nochmal zurück jetzt zu der wildökologischen Raumplanung. Das Ergebnis ist dann eine Karte eines Landes beispielsweise mit ganz vielen unterschiedlichen bunten Flecken, so ähnlich wie Sie es vorhin auch geschildert haben. Aber was passiert dann damit? Solche Karten können in der Schublade landen oder irgendwo an der Wand hängen. Wichtig ist, dass für jeden dieser Bereiche Maßnahmen festgelegt werden in Richtung Waldbau, in Richtung Landwirtschaft, in Richtung Jagd. Sagen Sie mal konkret, was könnte zum Beispiel so eine, ich sag mal, Empfehlung oder eine Schlussfolgerung dann sein, bezogen auf eine Region, die Sie definiert haben? Ich nehme jetzt mal das Beispiel Rotwild. Wenn ich ein Hauptverbreitungsgebiet von Rotwild definiere, dann muss ich dort eine differenzierte Waldbewirtschaftung möglich machen und muss auch einen bestimmten Wildeinfluss von Rotwild tolerieren. Ich kann dann Grenzen festlegen, wie weit diese Toleranz gehen kann, aber ich muss das Rotwild als Standortfaktor einbeziehen. Wenn ich Rotwild in einem Gebiet quasi als Schleierbestand habe, dann darf das Rotwild dort die Waldbewirtschaftung überhaupt nicht beeinflussen. Und so kann ich für jedes dieser Gebiete festlegen, was in Richtung Waldbewirtschaftung gemacht werden soll, was toleriert werden sollte und was in Richtung Jagd zur Steuerung des Wildbestandes gemacht werden muss. Okay, aber das sind ja dann relativ klare, so stelle ich es mir vor, Schlussfolgerungen. Und da hätte ich von Ihnen dreien dann schon ganz gerne gewusst, wenn Ihnen beispielsweise seitens eines Bundeslandes so etwas präsentiert wird, mit der, nennen wir es mal dringenden Aufforderung, sich danach zu richten und diesen Empfehlungen zu folgen. Tun Sie das dann auch? Na, wir haben ja erste Schritte, wo das vollzogen wird. Der Landesforstbetrieb in Brandenburg hat ja interaktive Karten, wo der Wildverbiss dargestellt wird. Also der erste Schritt ist vorhanden und man kann sich darüber informieren, wie ist mein Wildverbiss in meiner Region. Und dann zu sagen, ich lege eine wildökologische Lebensraumplanung da drüber, um zu gucken, mit welchen Wildarten operiere ich in welchen Gebieten, halte ich für eine ganz hervorragende Lösung. Denn natürlich gibt ein monotoner Kiefernwald eine niedrigere Wildpopulation her, als jetzt ein durchgemischter Gewalt, auch wenn vielleicht im Mischwald der Verbiss höher ist. Also das in Korrelation zu bringen, ist auf jeden Fall ein Instrument, mit dem man anfangen kann, die Probleme zu erarbeiten. Aber, und ich drehe mich da wirklich im Kreise, dazu gehört nicht nur die interaktive Karte im Internet und die theoretische Planung, sondern dazu gehört die Implementierung in die Beteiligten. Also Waldbesitzer, Landbesitzer, Jäger müssen dann gemeinsam mit denen, die es durchführen, diese Themen besprechen und dazu eine Lösung finden. Und nur dann kriege ich ja auch die Akzeptanz für solche Instrumente, um sie dann mit Leben zu füllen. Und wenn das der Fall ist und wenn das auch klar geregelt ist, bin ich ein wirklich hundertprozentiger Freund, weil wir anfangen, uns wissenschaftlich mit den Themen zu beschäftigen. Ja, also ich denke mal, wir in Niedersachsen haben mit der Wildtiererfassung und das schon sehr lange ein gutes Instrument, auch um ablesen zu können, was draußen in den Revieren passiert. Darüber hinaus haben wir in Niedersachsen mit 42 Verbänden, ich sage mal, ein gemeinsames Papier 2017 schon verabschiedet, wie wir mit dem Wild und wie wir mit dem Lebensraum des Wildes und dessen, was da mit einhergeht, umgehen wollen. Mit 42 Verbänden, da waren alle Naturschutz, nicht alle, aber fast alle Naturschutzverbände dabei und, und, und. Und wir haben es auch jetzt noch mal in Niedersachsen gut hingekriegt mit dem Jachtgesetz, wo wir nicht im Streit auseinandergegangen sind, sondern wo wir eine Linie gefunden haben, wo weitestgehend die Beteiligten zufrieden waren. Ich sage mal, das Zeug davon, dass wir miteinander reden und auch über die richtigen Themen miteinander reden. Und ich fühle mich da auf einem guten Weg. Vegetationsgutachten, das möchte ich dann auch sagen, die wir dann in besonderen Situationen brauchen, würde ich auch auf jeden Fall begrüßen. Also die Frage war ja, ob wir wildökologische Raumplanung gut finden oder schlecht finden, oder ob wir sie akzeptieren würden. Ja, und unterstützen oder eben auch bekämpfen. Ein ganz klares Ja, wir würden sie unterstützen. Es gibt ja, und wir haben das seit vielen Jahren ein Stück weit mit hoch gefeiert, die Rotwildkonzeption Südschwarzwald, an der Rudi Suchand maßgeblich damals mitgearbeitet hat, wo wir glauben, dass genau das eben gelungen ist, dass ein Ausgleich zwischen den Interessen des Menschen und der Wildtiere auf eine Fläche projiziert wurde. Wir haben, also ich glaube, das ist erst mal ein sehr gutes Modell. Die Frage ist, wer macht das? Und wir glauben nach wie vor sehr fest daran, dass die geeignete Institution für so etwas die Hegelgemeinschaft sein kann. Allerdings in einer neuen Prägung, so wie wir es heute von Gundolf Bartmann auch gehört haben, wo eben die Grundeigentümer zwingend mit drin sein müssen mit einer Stimme und wo es aber auch etwas, also wirklich durchsetzungsfähige Instrumente geben muss, damit wirklich die Dinge, die in dieser, wir können sie anders nennen, in der Wildtiergemeinschaft eben miteinander besprochen und verhandelt werden, die dann auch wirklich umgesetzt werden können. Was meinen Sie mit durchsetzungsfähigen Instrumenten? Naja, dass es eine Disziplinarordnung beispielsweise gibt, dass sie anerkannt ist, also das Thema Körperschaft öffentlichen Rechts, dass sie nicht zahnlos ist, sondern dass wirklich die, nennen wir sie neue Wildtiergemeinschaft, eine Institution ist, die auch öffentlich gehört wird bei Planungsvorhaben, was auch immer, die eben wirkliches Mitspracherecht hat bei Planungen, wenn es um den Lebensraum geht. Herr Suchand, jetzt habe ich Sie eben ausgebremst, als Sie bei dem Thema Mensch waren. Der ist ja nun manchmal störend, also auch im Wald. Wir haben das eben gesehen in dem Film, wenn dann Wandergruppen laut singend durch den Wald ziehen, fröhlich, gute Laune haben, aber eben zum Beispiel wild verjagen. Also welche Rolle spielt das? Das spielt eine sehr große Rolle und das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass Wildtiere in dieser Landschaft leben, ist nicht sehr weit verbreitet. Muss man feststellen, viele machen das, sich frei in der Natur zu bewegen als Ausgleich für ihren getakteten Alltag. Sie wollen einen Raum haben, wo sie nicht wieder Regularien unterliegen, sondern sie wollen einfach das tun, wozu sie Lust haben, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Und das allererste, was es da braucht, ist eine Bewusstseinsbildung. Das bedeutet, ich muss den Menschen vermitteln, das ist auch Lebensraum von Wildtieren. Und wenn ihr da reingeht, habt ihr eine Wirkung. Das zweite, also das ist die Appellstrategie, also liebe Leute, seid euch bewusst, da hat es Tiere. Das zweite, was man gleichzeitig angehen muss, ist die Verbotsstrategie, weil der reine Appell funktioniert nicht in allen politischen Entscheidungen, den Leuten zu sagen, fahrt weniger Auto, das bringt nichts. Es braucht auch bestimmte Verbote. Also Betretungsverbote zum Beispiel. Betretungsverbote, wir haben vorhin von den Wildruhezonen gesprochen, die kann ich auch auf einer Karte darstellen. Die Frage ist, werden die eingehalten? Und das fängt dann A, beim Bewusstsein an, B, muss ich das aber auch kontrollieren. Ich muss da auch deutlich machen, liebe Leute, das ist tatsächlich verboten. Hier dürft ihr nicht reingehen und das kann nicht die gesamte Waldfläche sein oder riesige Bereiche, sondern solche Wildruhezonen, nach unserer Vorstellung im Nordschwarzwald, wo wir die Konzeption machen, liegen wir zwischen 5 und 10 Prozent der Lebensraumfläche, die wir als Wildruhezone als wichtig ansehen. Und ich glaube, da gibt es dann auch ein großes Verständnis. Also das, was wir in Umfragen feststellen, es gibt schon ein Grundverständnis. Es gibt natürlich irgendwelche Wilde, die sich kreuz und quer immer bewegen wollen, die sich nicht an Regeln halten, aber es gibt ein Grundverständnis. Und den Tieren einen bestimmten Teil der Fläche als ihr Schlafzimmer anzuerkennen und zu respektieren, ich glaube, das kriegt man schon hin. Herr Wellershoff, wenn ich mir so Ihre Papiere durchlese, dann ist ja auch dieses Thema, das wir gerade miteinander besprechen, ganz interessant, weil Sie zitieren ganz viele Gespräche, Diskussionen, die stattgefunden haben und äußern sich da sehr zuversichtlich. Andererseits steht da dann zum Beispiel so ein Satz, es gab keinen konstruktiven Kontakt mit Touristikvertretern. Und das Thema freies Betretungsrecht des Waldes scheint ein ganz heikles zu sein. Welche Erfahrung machen Sie da? Ja, ich sehe das schon so wie Herr Suchand. Ich glaube, dass wir uns, wenn wir das eine wollen, mit dem anderen beschäftigen müssen. Also wer Waldumbau möchte, weil wir einen Klimawandel haben und dann aufmerksam auch heute zugehört hat, der weiß, wir kommen um Wildruhezonen, um Touristensteuerung nicht herum. Deshalb ist eben nur die Betrachtung durch die Yachtbrille viel zu wenig. Ich muss dann eben eine viel größere Brille aufziehen und muss auch bereit sein, den Leuten zu erklären, warum sie den Wald zu gewissen Zeiten an gewissen Orten eben nicht zu betreten haben. Da nützen Schilder nichts. Das muss ich erklären, das muss ich erläutern. Muss vor allen Dingen die Region mit ins Boot nehmen. Da habe ich natürlich Unterschiede zwischen reinen Touristenregionen und dann vielleicht auch Ruhezonenregionen, wo eh schon wenig Bewegung im Wald ist. Aber das muss dann politisch gewollt sein und politisch durchgesetzt werden, damit ich da auf einen guten Weg komme. Deshalb nur die Yachtbrille ist eh für Waldumbau viel, viel zu wenig. Herr Leben, zu diesem Punkt. Sehen Sie sich denn in der Lage, das umzusetzen? Also einzuzäunen, Schilder aufzustellen und im Zafelsfall dafür zu sorgen, dass da nicht Besuchergruppen durch den Wald latschen? Einzuzäunen, dazu habe ich mich vorhin schon mal geäußert. Also das wäre für mich das letzte Mittel. Was die Besucherzahl angeht, ich komme aus einem Bereich, wo wir damit reichlich gesichnet sind. Und Besucherlenkung und solche Dinge sind nicht mal eben und allalong, weil hier große Interessen oder Interessenskonflikte möglicherweise aufeinanderstoßen. Wenn ich den Touristiker sage, er darf nicht mehr im Wald gehen, dann sagt er, dafür bin ich hierher gekommen oder dem Besucher. Und was soll ich hier eigentlich noch? Dann will ich mein Geld hier auch nicht mehr lassen. Dann ist so eine ganze Region auch entsprechend hinten angestellt. Ich glaube, hier brauchen wir sehr viel Fingerspitzengefühl, auch in den kommunalen Verwaltungen, in den Räten und in denen, die dort auch auf der politischen Ebene zusammenspielen. Tut sich denn da was? Ich glaube, wir sind dort in den letzten, ich sage jetzt mal, fünf Jahren sehr viel weitergekommen, als wir vorher waren. Trotzdem gibt es also immer noch deutlichen Handlungsbedarf. Denn wir erleben auch alle, die wir draußen in der Fläche sind, jeder hat fast nur Rechte. Selten nimmt mal einer mit, dass er auch eine Pflicht hat, entweder auf dem Weg zu bleiben oder seinen Müll nicht wegzuschmeißen. Oder, oder. Das sind Dinge, die wir vermitteln müssen, die wir dort hinbringen müssen, wo sie dann auch richtig abgehakt angekommen sind. Also, das ist schon etwas sehr Schwieriges und ist auch ein dauernder Prozess, den wir dort machen müssen. Und wir dürfen nicht müde werden, das immer wieder zu sagen. Denn wenn wir dort aufgeben, dann habe ich so ein bisschen die Sorge, dass das in eine Richtung trifft, die nicht gut wird. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, dass hinter mir Waldeigentümer stehen, der ein Eigentumsrecht hat und möglicherweise auch ein Gestaltungsrecht seines Eigentums hat. Auch das, weil sie eben gesagt hat, wie geht der damit um, wenn ich jetzt eine Holzerntemaßnahme machen will oder wenn ich irgendwas anderes machen will. Ich kann meinen Waldbesitzer nicht von seinem Eigentum abschneiden. Wenn wir das machen, erleben wir Schiffbruch. Dankeschön. Einen Punkt habe ich noch. Und dann würde ich gerne zu Ihnen kommen mit Ihren Fragen und Diskussionsbeiträgen, Herr Suchan, weil Sie es auch eben so ein bisschen angeteasert haben in Ihrem Vortrag, wo Sie gesagt haben, oh, wir müssen aber dringend auch noch reden über die Stickstoffeinträge. Das machen wir gleich in der Diskussion. Also bitte, dann machen wir das jetzt mal. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass wir ein Waldökosystem haben, das durch verschiedene Faktoren gesteuert wird. Und der Standort, es gibt nährstoffreiche Standorte, nährstoffarme Standorte, der wird in den letzten Jahrzehnten deutlich dadurch verändert, dass wir flächendeckend Stickstoffeinträge haben. Das bedeutet, wir haben eine ganz andere Vegetation, Bodenvegetation. Also ich meinte da nicht die Bäume. Und wir haben einen Zuwachs an Bäumen, den wir noch nie so hatten. Das ist nicht nur die längere Vegetationsperiode durch den Klimawandel, sondern es sind auch diese Stickstoffeinträge. Und dieses System bedeutet, wir haben auch für Wildtiere eine andere Nahrungsgrundlage. Damit ich Sie verstehe, da wächst zu viel? Wächst mehr als bisher. Und wo ist das Problem? Das ist kein Problem, das ist vielleicht sogar ein Segen, je nachdem. Aber ich muss anerkennen, dass ich eine andere Nahrungsgrundlage habe. Mit anderer Nahrungsgrundlage habe ich eine andere Reproduktionsrate und habe damit auch höhere Wildbestände. Das müssen wir einfach sehen. Also in den vergangenen Jahrzehnten, wenn ich die Jagdstrecken anschaue, ist es ein ständiger Anstieg, kann ich sagen, es wird mehr gejagt oder es wird zu wenig weiblich gejagt, deswegen steigt es an. Aber es ist auch ein Ausdruck dessen, dass die Systeme sich grundlegend verändern, nicht nur aufgrund des Klimawandels. Herr Kinzer, merken Sie das auch? Spielt das für Ihre Diskussion eine Rolle, dass sich da was tut? Ja, allerdings weniger beim Thema Wald und Wild. Wir wissen, wir sind eine Stiftung, die sich von der Wildbiene bis zum Rothirsch um ganz viele Arten kümmert. Und wir wissen einfach, dass diese Eutrophierung, das ist ein Fachbegriff für diesen Stickstoffeintrag, einfach eines der größten, ich nenne es jetzt mal Hemmnisse für Artenviehfalt in Deutschland ist. Also wir reden dabei dann eher über die Wildbiene, wenn wir über das Thema Stickstoff reden. Ansonsten ist es natürlich, es ist eine bessere Lebensgrundlage für Rehwild und Rotwild, ganz klar. Hat mehr mit Masten zu tun, was dann die Wildschwane auch betrifft. Aber ich glaube, Herr Leben hatte waldbauliche Punkte dazu anzumerken beim Thema Stickstoff. Ja, machen Sie ruhig, so viel Zeit haben wir. Ja, also Stickstoff ist für mich in zweierlei Hinsicht ein Problem. Einmal, wie Herr Suchand das ja sehr treffend gesagt hat, zum anderen, wenn wir jetzt also nicht den entsprechenden Boden aufbereitet haben und er nicht einen pH-Wert hat, der auch die Umsetzung des Stickstoffs mit sich bringt, dann verschwindet das im Grundwasser. Und ich komme aus einem Bereich, wo Grundwasser für Hamburg oder Trinkwasser für Hamburg, ja, ich sage mal, manchmal auch zu unserem Leidwesen gefördert wird. Also da gibt es mehrere Komponente, auf die ich fein und säuberlich achten muss, damit mir das nicht in so ein Ungleichgewicht gerät. Und gerade Grundwasser, neue Bildungsrate, Grundwasser wird ja eines der Themen sein, die wir für die Zukunft, zumindestens wir im Waldbau, mit ganz großer Sorge betrachten. So, jetzt haben wir ganz viele Punkte schon mal angesprochen, vielleicht nur angerissen, wie auch immer. Und jetzt bin ich natürlich gespannt auf Ihre Fragen, um das Thema weiterzuführen, tiefer zu graben. Und ich bin bei Ihnen. Wie vorhin, Sie sagen bitte jeweils kurz, wer Sie sind, und dann geht das los. Nee. Moment, Sie wollen mir durchs Wort abschneiden nachher. Nein, ich will nur das Mikrofon behalten. Alles klar. Clemens von Ohr, Bundesarbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften und Eigenjärten. Eine Frage. Wir sind ja mittlerweile alle so weit einig, dass es Gelegenheiten geben wird, einen Abschuss durchzusetzen, aus den verschiedensten forstlichen Gründen, die heute alle schon erläutert wurden. Jetzt gibt es aber auf der Gegenseite durchaus nennenswerte Anzahl von Jagdausübungsberechtigten, die daran nicht interessiert sind. Die Durchsetzung eines, sagen wir mal, als notwendig erachtenden Abschusses. Wie können wir uns das vorstellen, gegen den Willen des Jagdausübungsberechtigten? Diese Situationen haben wir teilweise schon und sie werden sich wahrscheinlich noch verschärfen. Nein, es gibt vielfältige Möglichkeiten, so etwas durchzusetzen. Wir haben ja in Brandenburg den Rehwild-Abschuss ohne jeden Abschussplan. Da ist es eben jedem selber überlassen und dann kann er das machen oder lassen. Ich habe kein Druckmittel mehr. Wir haben aber natürlich Abschusspläne Abschusspläne regelmäßig in Deutschland und Abschusspläne sind regelmäßig zu erfüllen. Wenn die nicht erfüllt werden, dann brauche ich natürlich behördliches Handeln. Das ist doch wie bei jeder anderen Geschichte auch. Die Diskussion haben wir ja hinreichend geführt. Wenn ich Geschwindigkeiten auf der Autobahn übertrete, die ich nicht übertreten kann und werde nicht erwischt und keiner kontrolliert, ist es eben ungeahndet. Aber wenn ich mich damit auseinandersetze, dann muss ich auch für Vollzug sorgen. So sind die Gesetze in Deutschland. Also ich brauche eine Abschussplanung, damit ich überhaupt einem Vollzug nachkommen kann. Und dann haben wir heute ja die Instrumente gehört, die hervorragend geeignet sind, so etwas zu lösen. Also Zwangshegegemeinschaften, am besten als Körperschaft des öffentlichen Rechts, gekoppelt in den Gebieten, wo ich es benötige. Und ich plädiere da wirklich nur, Fotogesetze zu installieren, wo ich sie benötige, also wo ich Problemfälle habe. Da kann ich dann den körperlichen Nachweis für alle Tiere anordnen. Das kann ich heute modern und unkompliziert machen mit einem WhatsApp-Foto oder einem E-Mail-Foto oder Ähnlichem, sodass ich dann sehe, was passiert. Und wer dann auch mal den Blick über den Tellerrand nach Österreich zum Beispiel wirft, da wird das umfangreich gemacht, nämlich eine Identifizierung der Tiere dadurch, dass man dann die Lausche abschneidet und ein Foto haben möchte vor dem Hintergrund, wo es geschossen wurde. Und wir lernen gerade in Brandenburg bei der ASP-Bejagung, dass wir das Ganze mit GPS-Garten garnieren können. Also, die Instrumente kennen wir, die haben wir. Ich glaube, dass es nur notwendig, sinnvoll und zielführend ist, wenn ich es da mache, wo ich Problemregionen habe, weil ich mich sonst mit Daten töte und jedes Handeln verhindere. Also, wenn man es benötigt, dann da, wo Probleme sind und dann da eben eine konsequente Umsätze, wenn ich die Strukturen dazu habe. Okay, ich bin jetzt hier und bin bei Ihnen. Ja, nee, nee. Gerne aufstehen und gerne Mikrofon nicht ergreifen. Ja, nochmal Eckart Fuhr, ökologischer Jagdverein. Es war jetzt heute den ganzen Tag über sehr viel von Komplexität die Rede. Ich habe sehr viel gelernt. Das waren fachlich sehr, sehr gute Vorträge. Aber manchmal beschleicht einem das Gefühl, dass diese Beschwörung der Komplexität auch ein bisschen dazu dient, an einfachen Fragen vorbeizukommen. Zum Beispiel der einfachen Frage, wer hat denn, was Jagd angeht, auf der Fläche denn nun am Ende das Sagen? Und die ausschlaggebende Stimme. Wir haben ein Jagdrecht, das ganz klar ist auf den ersten Blick. Jagdrecht haben die Eigentümer. Und jetzt stellt sich doch die Frage, wie können wir Eigentümer wieder in ihr Recht setzen und auch die Verantwortung für Waldentwicklung zum Beispiel und für Waldumbau adressieren. Das heißt, wir müssen über Jagdgesetze nachdenken. Das ist in Brandenburg passiert. Das hat zu den bekannten heftigen Auseinandersetzungen geführt, die aber nur ein Anzeichen dafür sind, dass die richtigen Fragen gestellt worden sind. Also die jagdliche Enteignung der Eigentümer ist ein falscher Weg und der muss korrigiert werden. Es ist ein Skandal, dass es in Rheinland-Pfalz Hegegemeinschaften des öffentlichen Rechts gibt, ohne die Eigentümer, dass man jetzt die Eigentümer sozusagen hinzunehmen soll. Es muss Hegegemeinschaften geben, in denen Eigentümer die ausschlaggebende Stimme haben. Das wäre eine vernünftige Ebene und eine vernünftige Institution der Zusammenarbeit. Okay, ja, das würde ich ganz gerne mal mit Ihnen auf dem Podium diskutieren. Vielleicht, Herr Leben, zunächst einmal, würden Sie das auch so eindeutig sehen? Ja, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, dass für mich das Eigentumsrecht eines der großen Rechte in dieser Republik ist. Von daher ist die Stärkung des Eigentüms an der Stelle sicherlich der richtige Schritt. Die Frage ist, wie komme ich zurecht? Kann ich ihn losgelöst und, ich sage mal, separiert irgendwo stehen haben, um dann seine Interessen entsprechend zu fixieren und auch dann geltend zu machen? Ich bin nun auch noch in einem forstlichen Zusammenschluss mit vielen Bereichen. Wir haben auch über forstliche Zusammenschlüsse und, ich sage mal, an der Stelle Dinge nachgedacht, wie man so Eigentumsrechte bündeln kann, wenn ich viele kleine habe, an der Stelle die Gehör finden wollen. Also vom Grundsatz her Eigentum stärken, ja. Die Frage ist, mit welchen Mitteln gehen wir da ran? Und ist es dann unterm Strich auch so durchsetzungsfähig, wie es hier gerade eben schon mal im Raum stand? Denn ohne diese Durchsetzungsfähigkeit ist es ein stumpfes Schwert. Gibt es eine Gegenrede, Herr Suchand, oder so? Ich weiß es nicht. Bitte. Keine Gegenrede. Ich denke, die Lösung ist bei der Hegegemeinschaft, Wildhergemeinschaft, egal wie man sie nennen mag, genau das, was wir die ganze Zeit diskutieren. Die Leute müssen ins Gespräch kommen, aber aus dem Gespräch auch Handlungen generieren. Also es muss auch was getan werden. Und da braucht es aus meiner Sicht schon so Organisationen wie die Hegegemeinschaften. Und da sehe ich die Grundeigentümer ganz klar mit dabei. Die Jagdausübungsberechtigten und die Jagdpachtenden, die sind ja auch vertraglich durch den Jagdpachtvertrag gebunden. Also da habe ich auch Eingriffsmöglichkeiten, um etwas zu steuern. Und ich glaube, wir brauchen da auch konkretere Ziele für die Bejagung. Also was ist an Ziel erreicht? Wenn ich beispielsweise sehe, ein bestimmter Anteil unverbissener Tannen oder Eichen kommt durch, dann ist das Ziel erreicht. Oder ich nehme die Vogelbeere oder was anderes. Ich muss konkreter werden, um klar zu sagen, das jagdliche Ziel ist erreicht. Was ergänzend wichtig ist, wir sind nicht nur in einer Welt, in der Wildtiere in Bezug auf den Wald besitzende Rolle spielen, auch in Bezug auf den Naturschutz spielen Wildtiere eine Rolle. Und auch diese Freizeitaktivitäten. Jetzt wäre es zu weit gedacht, eine Wildtiergemeinschaft, Hegegemeinschaft mit all diesen Gruppierungen zu bilden. Ich glaube, das wäre sehr wenig konstruktiv. Wir sind am Überlegen, ob wir eine Art Beirat bei diesen Hegegemeinschaften noch bilden, in dem eben diese anderen Gruppierungen auch beteiligt sind. Und wir müssen wirklich sehen, dass wir die Gruppierungen der Gesellschaft in diese ganzen Überlegungen mit reinnehmen. Und dann beispielsweise Wildruhezonen auch gemeinsam angehen, damit das nicht eine Sache ist, die die Jagenden oder die Grundeigentümer definieren, sondern wo auch die Touristiker sagen, sie sind bereit, es mit zu unterstützen. Aber Herr Wellershoff, Sie müssen uns da noch mal helfen. Also mir zumindest, weil ich so den Eindruck hatte, jetzt auch aufgrund mehrerer Wortbeiträge, dass in Brandenburg da sehr schnell Raum ist für sehr laute Worte, sagen wir mal, für Streit. Wohingegen Rheinland-Pfalz, das scheint ja relativ konsensual zu laufen. Also woran liegt das? Na, weil Rheinland-Pfalz die Zwangsmitgliedschaft hat. Ich möchte da vielleicht noch mal ausholen, um das auch zu erklären. Wir haben natürlich die Mitspracherechte der Eigentümer in Brandenburg auch. Aber der erste Schritt ist, dass der Eigentümer sich für Jagd überhaupt interessiert. Also ich leite seit vielen Jahren die größte Hegelgemeinschaft in Brandenburg mit 85.000 Hektar. Wir laden seit zehn Jahren die großen Eigentümer, die wir kennen, mit ein. Wer kommt? Niemand. Überhaupt niemand kommt da. Also das Interesse der Eigentümer muss man formulieren. Und ich habe in den vielen Jahren, in denen ich sowas begleite, in unterschiedlichsten Funktionen, auch immer wieder interessierte Eigentümer gehabt. Mit denen redet man, dann lernt man die gegenseitigen Standpunkte kennen und dann findet man Lösungen dafür. Und das, was der Herr Fuhr gerade vorgetragen hat, ist ja nur eine Seite der Metallie. Jeder Eigentümer kann, wenn er in der Jagdgenossenschaft ist, natürlich die Stimme ergreifen und seine Interessen formulieren. Und bei entsprechenden Mehrheiten, und ich bin dankbar, dass wir in einer Demokratie leben, bei entsprechenden Mehrheiten natürlich all das, was er gerne möchte, im Pachtvertrag formulieren. Zielvereinbarungen treffen, Waldbegänge initiieren. Also da leben wir doch in einer unendlich faszinierenden Gesellschaft. Wir können, wenn wir unsere Interessen formuliert haben, alles umsetzen, was wir möchten. So, wenn das nicht gemacht wird und dann drehen wir uns doch da wirklich wieder im Kreis, dann sind wir da, wo wir angefangen haben. Dann muss Politik das Verständnis für die Themen, die dann politisch gewollt sind, in die Breite tragen, in die Bevölkerung tragen, zu den Eigentümern tragen, muss die Leute mitnehmen auf die Reise, Jagd, Waldumbau, Klimawandel. Wenn das nicht passiert... Das ist eine große Herausforderung an die jetzt heute hier nicht vorhandene Landesregierung in Potsdam. Ja, das mache ich ja ständig. Ich glaube, das ist wirklich eine Weiterbildungsoffensive, die man starten müsste. Und dann brauche ich gar keine neuen Gesetze, sondern dann kann ich mit den bestehenden Gesetzen, und das ist immer die zweite Seite der Medaille, die jetzt gerade vollkommen ausgeblendet wurde, ist, sobald Yachtgebiete größer sind als in Brandenburg 150, im Bundesgebiet in der Regel 75 Hektar, kann doch der Eigentümer ganz entscheiden, was er macht. Also wir reden bei der Diskussion, die gerade geführt wurde, doch über einen Bruchteil der Yachtfläche. Der Landesforstbetrieb als größter Eigenjachtbesitzer, die privaten Eigentümer mit ihren zusammenhängenden Waldgebieten können doch all das heute schon tun. Und dann frage ich natürlich, warum funktioniert dann in diesen Gebieten der Waldumbau nicht? Also ich glaube, dass da ganz andere Problemfelder auf uns zukommen und Fragestellungen, als sie jetzt so formuliert worden sind. Ich habe gerade in der Mimik von Herrn Leben gelesen, ja, ich weiß es nicht, ich hatte so den Eindruck, Sie wollen da widersprechen. Und dann, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit nur über Brandenburg reden, komme ich zu Ihnen. Nein, ich will eigentlich gar nicht widersprechen. Ich wollte nur noch mal anmerken, also wir haben ja, wenn wir die großen Waldeigentümer nehmen, die dann nicht erscheinen, einige wenige, sage ich jetzt mal. Wenn wir die große Masse in Niedersachsen zum Beispiel, haben wir 100.000 kleine, mittlere Waldeigentümer. Die gilt es zu bündeln, die gilt es, ich sage mal, mit ihren Interessen so auf die Spur oder auf die Schiene zu bringen, dass dort als Ergebnis was rauskommt. Und das ist manchmal schwierig. Herr Wellershoff hat ja vollkommen recht. Er kann das in der Jagdgenossenschaftsversammlung artikulieren, aber ob er dafür eine Mehrheit kriegt, das ist die zweite Frage. Also von daher, uns geht es eigentlich darum, dass wir auch diese Eigentümer mitnehmen können, dass sie sich abgeholt fühlen. Das ist für mich ganz wichtig, dass sie hinter ihrer Jagdgenossenschaft stehen und mit den Jägern dann rausgehen und gemeinsam was machen. Dann sind wir eine ganze Ecke voran. Dankeschön, wir sind hier bei Ihnen. Ich möchte noch einen Gedanken zu dem Thema Eigentumsrechte und bevormundet der Jagdausübungsberechtigte das Jagdrecht sagen. Ich glaube, es gibt in den gemeinschaftlichen Jachtbezirken noch einen Faktor, der bei der Wald-Wild-Problematik bedacht werden muss. Das ist der, dass die Jagdgenossenschaften selbstverständlich auch landwirtschaftliche Flächen betreuen und die Interessen der Bauern im Blick haben. Und häufig eben Jagdgenossenschaften auch geprägt sind von landwirtschaftlichen Betrieben. Die sagen so, als erstes Mal hat man Jagdpächter, mir die Wildschweine vom Feld zu jagen und für Wildschäden im Feld zu sorgen. Und die Gemeindewälder nebendran halten still und sagen, okay, wir wollen noch nicht die große Jagdpacht hier verlieren und die Einnahmen und so weiter. Wir machen keinen Eigenjachtbezirk bei uns und lösen somit oder verschärfen den Konflikt mit der Landwirtschaft, indem dort ein eigener Jagdbezirk entsteht. Und von daher müssen wir auch die Interessen der Landwirtschaft sehen. Und die Bauern haben überhaupt kein Interesse daran, dass an dem System was verändert wird, behaupte ich. Zweitens, wo sind die Waldeigentümer eigentlich und die Grundbesitzeigentümer, wenn klar ist, dass Störungen im Wald eine Wildschadensursache sind, von sich aus, und sie haben die Rechte in den Landesgesetzen häufig, Erholungstatbestände zu gestatten oder eben nicht zu gestatten. Sie müssen nicht den Premium-Wanderweg dulden. Sie müssen nicht den Mountainbike-Parcours in ihrem Wald dulden. Die Waldbesitzer haben sehr viele Möglichkeiten selbst, diesen Faktor auch mitzusteuern und tun das natürlich, verstehe ich auch aus touristischen, aus sonstigen Überlegungen, nicht hinreichend. Aber ich glaube, da ist auch noch eine Menge Verantwortung, auch im Eigentum in diesem Thema drin. Und zu den Störungen und Erholungseinwirkungen noch ein Satz, was ich auch gar nicht verstehe, ist, dass es nicht eine konzertierte Aktion der Naturschutzverbände, der Yachtverbände des Deutschen Volkswirtschaftsrates gibt, auch im Waldbetretungsrecht was zu ändern. Es kann dann nicht sein, dass wir einfach sagen, wir machen so weiter. Nachtjachtverbot, Betreten des Waldes bei Nacht oder auch Anleihenpflicht der Hunde müssen Themen sein, die wir zumindest mal gemeinschaftlich diskutieren, möglicherweise auch einfordern, wenn es jetzt um die Änderung des Bundeswaldgesetzes und des Bundesjagdgesetzes geht. Sonst wird für mich das Thema relativ einseitig. Dann geht es nur um die Frage des Wald-Wild-Managements. Es geht aber auch um die Interaktion Mensch, Wald und Wild. Dankeschön. So, ja, ich habe mal eine Frage. Da sitzen nur Männer und hier sitzen auch ganz viele Männer. Ich hätte vielleicht gerne mal einen Wortbeitrag von einer Frau. Geht das? Jo, ja. Genau, Hannah von Fersen, ÖJV Brandenburg, Berlin. Auch mir ist das mit der Komplexität aufgefallen. Ich habe mich aber mit meinem Kollegen Eckhardt Fohr da nicht abgesprochen. Mich würde interessieren, vor dem Hintergrund, inwieweit, Herr Dr. Wellershoff, Sie haben gesagt, dass bei der jagdlichen Ausbildung oder bei der Prüfung, bei der Abnahme der Jagdscheinprüfung häufig die Prüflinge, die Baumarten nicht unterscheiden können, unabhängig davon, ob an der, außer in Brandenburg. Okay, also dann hat das Herr Dr. Leben gesagt. Nur in Brandenburg haut das Sinn. Auch in Ordnung. Wir sind ja ein vielfach auch Vorreiter. Mich würde interessieren, inwieweit Sie selber sagen würden, dass die jagdliche Ausbildung und auch die Art, wie jagdliche Prüfungen abgenommen werden, vor dem Hintergrund zeitgemäß ist und inwieweit die Komplexität, die jetzt ja in allen Vorträgen herausgestellt wurde, tatsächlich auch in der jagdlichen Ausbildung sich widerspiegelt. Okay, darf ich mal kurz nachfragen? Gibt es denn Stellen und Punkte, wo Sie den Verdacht haben, dass das nicht so ist? Ich habe den Eindruck, dass Wildschäden im Wald eine untergeordnete Rolle spielen, zum Beispiel, auch wenn man es vergleicht mit der Rolle, die trophäenrelevante Fragen bei der Ausbildung und auch bei der Jagdscheinprüfung spielen. Das ist natürlich eine Vorlage, ehrlich gesagt. Trophäenbewertung spielt bei der Ausbildung, bei der Prüfung gar keine Rolle. Alles andere wird, nein, in Brandenburg natürlich nicht, aber in Brandenburg auch sonst nicht. Und tatsächlich wird natürlich die Ausbildungsordnung und die Prüfung vom Ministerium in der Ausbildungsordnung festgelegt, anhand der Themengebiete und Stunden, die aufgegeben sind. Also es ist tatsächlich nicht im freien Ermessen der Jäger- und der Landesjagdverbände und der Ausbildungsbetriebe, sondern wir haben eine sehr detaillierte Ausbildungsplanung, die immer wieder überarbeitet wird. Und da gibt es Fächer, die relevant sind beim Durchfallen, also Schießen, Waffenhandhabung selbstverständlich, Wildprätegiene ist mittlerweile ein Pflichtfach und wir können darüber diskutieren, ob dann eben Waldumbau auch dazu gehört. Ich sehe ja Ulrich Hart. Ulrich Hart hat mit mir vor vielen Jahren angefangen, Wildschaden im Wald auch als Seminar- und Weiterbildungsreihe anzubieten. Also auch da sieht sich immer der Landesjagdverband in der Verpflichtung, das Thema tatsächlich nach draußen zu spielen, aber es muss auch angenommen werden. Also ich kann nichts anbieten, was keiner hören will. Insofern haben wir da mit Sicherheit Nachholbedarf. Bin ich wirklich mit allen hier, glaube ich, einer Meinung? Da könnten wir mehr drüber reden und könnten das weiter qualifizieren. Aber die Grundausbildung, die wir bieten, ist wirklich hervorragend. Wird bei uns ja in Brandenburg, wie Sie wissen, durch das jachtpraktische Jahr auch begleitet. Also die Leute sind sowohl draußen als auch in der Theorie wirklich gut ausgebildet und gut gerüstet. Und dann muss man aufsatteln, wie in allen Themengebieten mit Fortbildungsveranstaltungen und mit Weiterbildung. Egal jetzt. Entschuldigung, dazu direkt noch eine Erwiderung. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass wir nur das anbieten können, was auch nachgefragt wird. Nicht, wenn es um jagdliche Ausbildung geht. Ich glaube, dass wir da eine Verantwortung haben, Maßstäbe zu setzen. Und darauf zielte vielleicht auch meine Frage hinab, inwieweit Sie da eine Verantwortung sehen und wie Sie da vielleicht auch in Zukunft noch anders, noch besser gerecht werden können. Also wenn ich direkt antworten darf. Ja, sehe ich. Sind wir 100 Prozent einer Meinung. Deshalb haben wir im DJV, in den Landesjagdverbänden, in ganz Deutschland ein umfangreiches Seminarangebot, in dem wir die Themen bespielen, weiterbilden und natürlich auch platzieren. Ganz selbstverständlich. Ja, sehe ich ganz genauso. Okay, ich würde, damit es jetzt nicht so ein Dialog zwischen Ihnen beiden wird, gerne Herrn Suchan mal einbeziehen an dieser Stelle. Egal jetzt, ob man die Situation und die Herausforderung komplex nennt oder nicht. Es spielen nun mal sehr, sehr viele Dinge damit rein, die vielleicht gelehrt werden müssen, über die mehr informiert werden muss. Welche Erfahrung machen Sie denn, wenn Sie gerade mal, sagen wir mal, junge Menschen an das Thema heranführen, ist da das Interesse da und gibt es dann auch hinreichend Möglichkeiten, diese Themen, die wir jetzt hier auf einem relativ hohen Niveau miteinander besprechen, in eine Breite zu bringen? Ich wollte gerade auf das Thema ohnehin zu sprechen kommen. Wir diskutieren hier in einer Blase, müssen wir ganz klar sagen, Waldbesitzende, Jagende. Ich glaube nicht, dass Touristiker heute zuhören, nicht dabei sind. Unterschätzen Sie nicht den Livestream. Ja, ich bin gespannt, ob es da welche gibt. Ich glaube, diese Diskussion über Waldbäume, ich sage bewusst Waldbäume und Wildtiere, nicht Wald und Wild, weil Wild ist Teil des Waldes, Waldbäume und Wildtiere. Diese Diskussion ist eine sehr spezielle, die sehr differenziert und mit komplexen Hintergründen, so wie heute gesehen, diskutiert wird. Um es in die Breite zu tragen, muss sich zunächst mal das Interesse wecken, muss ein Bewusstsein wecken. Und da haben wir, glaube ich, gemeinsame Aufgaben. Also ich glaube, es gibt viele Unterschiede in den Haltungen, in den Zielsetzungen, in den eigenen Interessen. Aber weitere Teile der Bevölkerung mit reinzunehmen, ich glaube, das ist eine gemeinsame Aufgabe. Das geht bis hin in Richtung Schulen. Also wir reden jetzt von jagdlicher Ausbildung, da kann ich viel drüber diskutieren, was da noch verbessert werden kann. Aber letztendlich das Thema Wildtiere muss in die Bevölkerung getragen werden, weil wir haben ein Grundproblem. Wildtiere werden von der Gruppe der Jagenden vertreten. Und da sieht die Bevölkerung, die Jagenden, die vertreten Wildtiere nur aus eigenem Interesse, damit sie jagen können. Es gibt also keine Gruppierung, ich nehme jetzt den Naturschutz, die für sich in Anspruch nimmt. Sie schützen Arten. Sie setzen sich für die Arten ein. Das hat auch einen hohen gesellschaftlichen Wert, wenn sich jemand für Artenschutz einsetzt. Bei Wildtieren. Die Wildtierstiftung macht das, aber da wird dann sehr schnell wieder gemacht. Das ist eine Vereinigung von Jagenden. Diese Brücke Wildtiere, Jagende, die wird viel zu schnell hergestellt. Und ich glaube, es wäre wert, sich zu überlegen, inwieweit wir Wildtiere stärker zum Thema in der Gesellschaft machen. Aber Herr Kinzer, da sind Sie jetzt angesprochen worden, Sie haben ja vorhin darauf hingewiesen, dass Sie sehr viel öfter über Bienen reden als über andere Tiere. Und bei den Bienen ist ja auch das Entsetzen groß gewesen, nachdem man festgestellt hat, dass es da große Probleme gibt, bei Insekten teilweise auch. Aber diese Generalfrage, interessieren wir alle uns genügend dafür, dass es auch in Deutschland Wildtiere gibt? Nein, also wir tun das nicht. Wir interessieren uns oder die Gesellschaft interessiert sich da nicht genug für. Nun ist das natürlich, es ist ja ein Riesenthema. Wo soll man anfangen? Soll man bei der Wildbiene anfangen oder soll man eben beim Rothirsch anfangen? Aber ich glaube, so ein Grundverständnis fehlt tatsächlich. Wir haben mal eine Umfrage gemacht vor einigen Jahren, wo klar wurde, dass ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig an die Zahlen erinnere, dass 60 Prozent aller irgendwie 8- bis 12-Jährigen tatsächlich immer noch glaubten, dass das Reh die Frau vom Hirsch ist. Dieses klassische Bambi. Und die Kuh ist lila. Und die Kuh ist lila, ganz genau. Und genau, also da haben wir ein Riesenproblem. Da muss man was gegen tun, dass das Thema Naturbildung natürlich ein ganz wichtiges. Dankeschön. Darf ich noch was ganz kurz ergänzen? Nur ganz ein kleiner Hinweis. Also der Deutsche Jagdverband ist mal mit seinen Lernort Naturmobilen im ganzen Bundesgebiet eben zu diesen Themen unterwegs. Wir fahren mit Lernort Naturmobilen von Dorffest zu Dorffest in Schulen und versuchen, das bereits heute zu transportieren. Und jeder, der im Livestream oder hier sagt, das ist unterstützenswert, der kann uns da finanziell gerne spendenmäßig unter die Arme greifen. Und dann rollen wir das gerne weiter aus. Jetzt kommt hier die Reklame, jetzt kommt der Werbefunk nur spenden. Das schneiden wir raus. So, wir sind, wir haben noch zwei Wortmeldungen, dann muss ich mich so langsam, wie viel? Ja, Entschuldigung, Verzeihung. Der Kollege hat recht, er war zuerst. Wir können das alles ein bisschen vereinfachen. Wir sprechen immer von der Wildbiene und vom Rotwild. Wie wäre es denn, wenn wir zurück zum Ökosystem kommen? Das hatten wir am Anfang. Und das gliedert ja die Waldbäume und die Wildtiere halt wunderbar ein. Und ich möchte auch nicht mehr von Jagenden und Wildtieren sprechen, sondern von Jagenden und funktionierenden Ökosystemen. Weil wenn wir es schaffen, ein funktionierendes Ökosystem wieder herzustellen, dann ist alles, was wir hier sonst zu fahrern, obsolet geworden. Ich denke, dass das das Maßstab ist oder der Maßstab ist, an dem wir uns messen sollten, ein funktionierendes Ökosystem. Ich bin mit meiner Schelte noch nicht ganz fertig. Zum Thema Zaun. Ich hasse den leidenschaftlich. Ich bin da ganz bei Ihnen, auch als Waldeigentümer ganz bei Ihnen. Der Zaun ist für mich eine Kapitulation vor der Situation. Aber ich kann es manchmal halt leider nicht beeinflussen, wenn die Jagd nicht bei mir liegt, weil ich in einer gewissen Teilfläche nicht genügend zusammenhängende Fläche habe. Dann bin ich an den Zaun angewiesen, wenn ich zumindest einen Teil eines Ökosystems wiederherstellen möchte. Und wenn ich mir angucke, Sie sprachen von 500.000 Hektar Schadfläche. Ein Hektar Erstaufforstung, Wiederaufforstung liegt wo? 8.000 bis 10.000 Euro im ersten Jahr? Das ist auf klassische Forstbasis nicht zu stemmen. Das heißt, wir müssen weg von der Einzelschutzmaßnahme, weg zum Flächenschutz, hin zur Naturverjüngung, hin zum funktionierenden Ökosystem. Danke schön. Klares Plädoyer, danke schön. Zwei Wortmeldungen noch und dann müssen wir so langsam mal auf die Zielgerade. Robert Hagen noch mal. Ich hatte eine Anmerkung noch mal zu der Frage von vorhin, zur Ausbildung der Jagenden. Da möchte ich noch mal auf das Bild, was ich anfangs auch gezeigt hatte, vielleicht zu sprechen kommen. Und zwar, mit welchem Systemteil beschäftigen wir uns dann da? Also das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich nicht mit dem Verhalten, sondern eher mit dem Themenfeld der Struktur. Das heißt, die Komplexität der Struktur des Wald-Wild-Systems, das ist Gegenstand der Ausbildung. Da lernen wir auch sehr viel. Was aber sozusagen unser Wissen zur Dynamik betrifft, da ist es so, das ist eigentlich ein Spiegel der Gesellschaft. Wir beschäftigen uns, also das Wissen zu dynamischen Prozessen, zu nicht-linearen Rückkopplungen ist relativ gering. Das lernen wir auch erst mit zunehmenden Fortschreiten des Alters und auch, ob wir das sozusagen wirklich gelernt haben. Das sind Prozesse, die wir lernen müssen, tatsächlich. Und da, denke ich, ist noch unglaublich viel Potenzial. Also da sehe ich sehr viel Potenzial in der Debatte, was Wild und Wald betrifft, aber auch, was unsere Gesellschaft betrifft. Weil viele Prozesse, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen, sind eben komplexe Verhaltenssysteme. Das heißt, nicht die Struktur, sondern das Verhalten ist sehr komplex. Und wir brechen uns es aber anscheinend immer mit unserem Steinzeitgehörn, immer auf Ursache-Wirkungsketten. Und das funktioniert nicht. Das nur als Anmerkung und als Frage vielleicht, was mir noch ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. Wir haben immer gesagt, Dialog ist wichtig. Das Miteinander ist wichtig. Aber ich habe jetzt irgendwie in den letzten Jahren gemerkt, es wird immer weniger, also durch diese Situation der Pandemie sozusagen Erklärung, wird eigentlich wesentlich weniger miteinander geredet. Wir sehen uns auch wesentlich weniger als Interessengruppen, Personengruppen. Da sehe ich eigentlich ein gefährliches Potenzial auch. Also das heißt, wir sind eigentlich Bereichen konfrontiert, die auf Dialog setzen. Aber wo kann dieser Dialog wirklich noch stattfinden? Ja, wobei bei Corona haben Sie ja eigentlich alle miteinander Vorteile, weil Sie sich im Zahresfall draußen treffen können. Also, sage ich mal so. Okay, so, jetzt ist sie noch. Ja, Stendel, Jagdverband Brandenburg. Dass der Bildungsstand in weiten Kreisen der Bevölkerung nicht so ist, wie wir uns das alle vorstellen, ist ein Umstand, den kann man beklagen. Ich habe meinen gestrigen Sonntag auch in eben solchen Lernortmobil oder vor solchem Mobil zugebracht, kann man beklagen. Ich sehe daraus eine ganz andere Verantwortung, neben dem Antrieb für Bildung zu sorgen. Ich sehe aber auch, dass wir mit all dem, was wir tun, was wir glauben als Fachleute zu tun, was wir glauben, was richtig ist und was falsch ist, dass wir die breite Bevölkerung in dem sicheren Glauben lassen sollten, dass das, was wir tun, nicht aus privaten Interessen ist, sondern dass das fachlichen Gesichtspunkten entspricht, dass das wissens- und evidenzbasiert ist, dass wir also nicht irgendwelche privaten kleinen Scheinwelten aufbauen. Und zum Kollegen dort vom Ökologischen Jagdverein, auch das, was der Rudi Suchand hoffentlich jeden Tag sehen darf, eine Weinrebenlandschaft, ist ein Ökosystem. Das heißt also jetzt, den Bestand von Waldbäumen, seine Eigenschaft als Ökosystem abzusprechen, sind wir wieder an dem Punkt, den ich heute Morgen schon ansprach. Es ist eine Frage der Definition. Auch das ist ein Ökosystem. Und wenn ich das Bild sehe, was dort uns heute vorschwebt, das ist sicherlich nicht der Idealvorstand, aber letztendlich ist es so, hier mitten in Berlin haben wir erst jetzt im Zuge der Ukraine-Krise mitbekommen, dass 70 Prozent des hier verbauten Bauholzes russisches Nadelholz aus Sibirien ist. Aus Primärwäldern gewonnen, wo ein Stamm, den wir aus Takifa in 80 Jahren bekommen, in 400 Jahren heranwächst, wo die Kiefer, die wir hier bei uns in 80 Jahren wieder haben werden, wenn wir sie heute hochwachsen lassen, ist dort in Sibirien, in den Primärwäldern immer noch ein Kalafleck. Und ich sehe dabei, genauso wie bei der Bildung, dass wir das hinnehmen müssen, dass die Bevölkerung davon ausgeht, wir machen das Richtige, sehe ich auch das, dass wir dort Verantwortung tragen. Nicht Verantwortung für den eigenen Hausgarten, den wir da Wald nennen, sondern Verantwortung für das Ökosystem global gesehen. Dankeschön. Ja, also, dann würde ich jetzt mal versuchen, das zusammenzufassen, zusammenzubinden, was natürlich bei all diesen Aspekten nicht ganz einfach ist. Aber es ist ja deutlich geworden, heute im Laufe des Tages, dass das Oberziel Kommunikation Dialog ist, selbst bei streitigen Ausgangspositionen. Und da stellt sich ja die Frage, wie können Förster, wie können Jäger, wie können andere zusammenarbeiten, um einerseits die Nutzung eines Waldes zu ermöglichen, ökonomisch auch, und trotzdem Ansprüchen von Wildtieren, von heimischen Tieren generell gerecht zu werden. Das hätte ich gerne als Schlussfrage mal aufgeworfen. Herr Kinser, mögen Sie anfangen? Also Sie fragen danach, wie diese Kommunikation auszutunieren soll. Wie kriegt man das zusammengebunden, ohne dass sofort nach fünf Minuten einer einen Wutanfall kriegt oder sich benachteiligt fühlt? Also da hilft tatsächlich die Flasche Bier am Stammtischabend, sage ich jetzt mal. Nein, aber wir haben es heute schon häufig gehört. Ich glaube, wir brauchen ein Stück weit eine Institution, die man nennen kann, wie man will. Unser Vorschlag sind eben solche Hegegemeinschaften, wo die Grundeigentümer, und das ist Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, mit am Tisch sitzen und stimmberechtigt sind, auch wenn es darum geht, Abschusshöhen oder Abschussregeln für die Wildtiere festzulegen. Herr Lieben? Ich bin der Meinung, wir brauchen ein Bündnis zwischen Jägern, Förstern und all denen, die sich verantwortlich um die Natur und um den Wald kümmern. Wenn wir das vernünftig miteinander verabreden und hinbekommen und auch noch miteinander darüber reden, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Herr Suchan vielleicht? Stellen Sie sich vor, es hätte Corona gegeben ohne Robert-Koch-Institut. Da hätte die Politik ziemlich Schwierigkeiten gehabt. Und dasselbe brauchen wir auch für die Fragen Waldbäume und Wildtiere. Wir brauchen wissenschaftliche Grundlagen, auf denen aufgebaut werden kann, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist aus meiner Sicht was ganz Wichtiges, dass wir die gleichen Grundlagen haben, dass wir wissen, worüber wir reden. Herr Wennershoff. Jetzt sollen mir zu dem Thema auch noch was einfallen. Also ich glaube, da sind ja wirklich alle... Sie können ja einfach sagen, sehe ich genauso. Ich sehe das genauso wie meine Vorredner, selbstverständlich. Aber ich würde das dann nur noch ergänzen wollen, um die Gebiete, wo wir tatsächlich Probleme haben und wo die Eigentümer dann auch die Probleme benennen und waldbauliche Zielsetzungen formulieren können. Wo ich keine Probleme habe, brauche ich keine gesetzliche Initiative. Dankeschön. Ich denke, wir haben sicher nicht alles angesprochen, nicht alle Aspekte abgegrast, aber wesentliche schon. Und deswegen würde ich gerne auch, weil wir jetzt 15.31 Uhr haben, diese Diskussion gerne beenden. Danke Ihnen recht herzlich für Ihre Geduld, für Ihre Fragen, für Ihre Argumente. Danke Ihnen auch für Ihre Argumente hier auf dem Podium. Und von meiner Seite war es das. Ich darf mich herzlich bedanken, dass ich heute hier sein durfte. Und das Schlusswort hat natürlich der, der auch das erste Wort hatte. Und jetzt gebe ich das Mikrofon dann ab. Dr. Volker Böning, mögen Sie noch was sagen? Bitteschön. Ja, herzlichen Dank. Wer zuerst was sagen durfte, soll am Ende auch noch mal was sagen. Unser Moderator hat das erst mal ganz toll gemacht. Und er hat schon... Er hat ja selber ausgeführt, es ist sehr schwer, hier jetzt diese facettenreiche Diskussion irgendwie zu bündeln. Die vier Herren, die sich auch hier wacker geschlagen haben, herzlichen Dank auch dafür, haben ja jetzt in einer kurzen Antwort nochmal versucht, hier das zu tun. Ich denke und muss mich jetzt auch, bevor ich noch das ein oder andere sage, mich ganz herzlich beim DJV, bei meiner Geschäftsstelle bedanken, die das alles vorbereitet haben. Bei Frau Dr. Sutwer, die auch bei der Auswahl derer, die heute gesprochen haben, maßgeblich mitgewirkt hat. Also, liebe Astrid, vielen Dank dafür. Ein Bienchen. Ansonsten muss ich auch sagen, auch wenn der ökologische Jachtverband hier ist, es war doch im Großen und Ganzen eine relative Einigkeit, dass der Waldumbau sein muss. Und da gab es keine zweierlei Meinungen. Sie nicken sogar. Und über die Art und Weise gab es in der großen Mehrheit als Grundthema wildökologische Raumplanung. Und was zuletzt nochmal gesagt worden ist, wir möchten natürlich alle entscheiden auf wissenschaftlicher Basis. Das Beispiel hier mit der Pandemie und dem Institut bringt es hinauf auf den Punkt. Wir brauchen Leute, die uns hier dort auch begleiten. Und wir möchten eins nicht, wir möchten nicht nur über uns reden. Ich weiß nicht, ob das Herr Leben gesagt hat, die Jäger und die Förster. Wir haben auch andere. Ob es die Touristiker sind, die Sportler und was da im Wald sich alles noch bewegt. Mit denen müssen wir auch reden. Und ich bin der Meinung, mit so einer Veranstaltung wie heute, und wir hatten ja schon mal drei ähnliche Veranstaltungen gemacht und wir werden weitere machen. Es geht darum, dass wir diese Thematik raustragen an, und das ist gesagt worden, an die Bevölkerung. Wir Jäger und wir Förster, wir wissen eigentlich Bescheid um diese Thematik. Aber wir brauchen die Mitstreiter, die damit nicht täglich konfrontiert werden. Und ich denke auch an Herrn Wellershoff-Worte, wir haben sehr viel geregelt. Wir haben große Vollzugsdefizite. Wenn wir jetzt immer hinstellen, Menschenskind, der arme, arme Waldbesitzer, der wird von dem Wild sein Wald aufgefressen, weil er nichts machen kann. Das halte ich für eine Farce. Wir haben diese Hegegemeinschaft nicht nur jetzt in Rheinland-Pfalz, wir haben sie eigentlich überall flächendeckend. Und dort besteht jeder Eigentümer, sitzt mit, wenn es um die Bewirtschaftung, um die Planung geht, sitzt mit am Tisch. Und Sie haben die Möglichkeit. Und Sie können auch, wenn irgendetwas dann nicht so läuft, können Sie Einfluss nehmen. Denn Sie, die Yachtgenossenschaften, sind ja die Verpächter im Endeffekt. Sie können also Einfluss nehmen, wenn Ihnen der eine oder andere Jäger dort überhaupt nicht passt. Dass es vielleicht nicht so gemacht wird, gut, das ist aber dann nicht Sache der Jäger, sondern dann Sache der Eigentümer. Und das kam ja eindeutig raus. Denken Sie mal dran, 50 Prozent des Waldes sind diese kleinen Flächen. Drei, vier Hektar und so weiter. Manche wissen gar nicht, dass sie Wald haben. Das ist jetzt ein bisschen boshaft gemeint. Aber die haben natürlich jetzt von waldbaulichen Zielen null. Und denken Sie dran, 50 Prozent ist Staatswald, Landeswald. Und woran, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass der Staatswald und der Landeswald nicht so bewirtschaftet wird, dass der Waldumbau hinhaut. Da staune ich, wenn das so jetzt manchmal dargestellt wird. Das sind doch die Leute, die dort das Sagen haben. Die Förster und so weiter. Das muss doch klappen. Also zumindest in diesem Bereich des Waldes. Ansonsten verstehe ich die Welt nicht, aber muss man vielleicht auch an der Stelle nicht. Wir sollten nicht so viel jammern. Wir sollten anfassen. Wir sollten anpacken. Wir sollten beginnen. Und es ist gesagt worden, wir haben gar nicht das Geld und gar nicht die Pflanzen, um jetzt dieses Ding von heute auf morgen zu stemmen. Das geht schrittweise. Und weil es schrittweise geht, bin ich auch der guten Hoffnung, dass wir dieses auch schaffen mit der gesamten Wildbewirtschaftung und der sogenannten wildökologischen Raumplanung. Wir sind in der Lage, diesen Waldumbau gemeinsam hinzubekommen. Und deswegen, und damit höre ich dann auch auf, dieses schöne Wort gemeinsam. Wir müssen miteinander reden, in Dialog treten. Und Ihre Worte vorhin noch als Chef einer Hegelgemeinschaft, wo Sie anfingen mit den Noten, da haben Sie sofort gemerkt, meine Damen und Herren, wo die Säge klemmt. Nämlich da, wo man nicht miteinander spricht, wo jeder meint, er ist auf seinem Gebiet der Fachmann und seine Meinung, nur seine Meinung zählt. Und das kann es nicht sein. Wenn wir in Dialog treten, miteinander sprechen, die Thematik ist schlimm, wenn wir die deutschen Wälder uns anschauen, es ist eine Katastrophe. Und wir, die Läger, der Jagdverband und ich beziehe auch jetzt hier die Waldbesitzer mit ein, wir werden alles dafür tun, dass sich dieser Zustand ändert. Am Wetter können wir nichts machen, aber an der Wiederaufforstung sollten wir uns alle beteiligen, jeder mit seinen Fähigkeiten. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020